Notification Gang, we lit! Zack! Assalamualikum! Oh, dieses Lied killte mich auch immer wieder. Ja, Mann. Ja, Mann! Ja, Mann. Halt die Klappe, Zimmer. Schick mir Gold. Ah! Ui, wo ist mein Kappi? Ui, wo ist mein Kappi hin? Die hat mein Kappi gelöscht. Oder hab ich die weggeschmissen? Das hab ich mit meiner Mütze gemacht. Meinst du, Gold, das kann dir noch auf Unity Spaß machen? Nein, auf gar keinen Fall. Gold, das ist tot. Oh, rein, Lied. Wer ist Coli Böhm, der Waffendila? Hey, wo ist meine Kappi? Dann muss ich mir eine neue holen gehen. So. Ach! Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau, es passiert sich für mich. Pinsel. Pinsel macht Haia bestimmt. Haia. Dann, ich geh mir eine Kappi kaufen. Ui. Das wird durch Speckbäckchen ersetzt. Ist so. Die wissen doch, dass du erst da bist, wenn du streamst, wenn du flammst. Halt die Klappe mal, Pinsel streamt selber. Wo ist mein Fahrrad? Scheiße, ist nicht mehr da. Hallo, Dandy. Und Teddy, mir geht's gut. Schau für die auch. Pinsel ist jetzt halt die Klappe weg. Zehn da dagegen. Na, bin Tassel Moon. Der ist doch schon süß, ne? Kannst du nix sagen. Der läuft einfach so durchs Leben, als hätte er voll den Durchblick. Als wüsste der genau, was zu tun ist. Der hat einfach ne Mission. Peanut is Curtis, der lag nur lange vor. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Eigentlich ist es Peanut, gehört das. Nur mit anderer Stimme. Und bisschen, bisschen dicker. King Kong. J1. Dankeschön für die Müsse. Im dritten. Bleib ruhig, Schüppacka-Klappe. Komm, ich bin sogar so sportlich, dass ich da vorne hinlaufe. Ich habe nur ein Spiel. Danke, Schüppel, die Prime im dritten. Haha. Dankeschön. Nicht dicke, er muss... Ja, schon muskulöser auch. Ist rot. Müssen warten. Peanut, der ist ja nicht kippen. Peanut, das gehört jetzt nach London. Hahaha. Hihihihi. Hallo, Loco. Hallo, und Hallo an alle, die gerade eingeschaltet haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Nachhinein. Ja. Kann nur mal grün werden, oder? Hallo, Losen. Hallo, Herr Schöne. In Wirklichkeit hast du Gameface hochgeladen, wie bei FIFA. Selbst wenn. Der ist schön. Irgendwas ist mit der Ampel, Alter. Kann die auch mal grün werden? Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Warum musst du schütteln? Es ist nur ein Spiel, warum musst du schütteln? Ja, aber die muss doch trotzdem auf grün springen. Ich bleibe jetzt hier stehen, bis sie auf grün springt. Meisel, danke für den Prime im neunten Grüße. Doch die muss auf grün springen. Drake, ja, man darf Voice Changer benutzen. Darf so. Guck, die Ampel da vorne geht auch auf grün. Legeht die echt nicht auf grün? Dann laufe ich einfach. Das ist Top-Content heute. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Echt nicht? Das ist aber... Aber im Singleplayer wechseln die. Ich muss laufen. Es wird nicht grün. Arschloch. Pass ja auf. Pass ja auf! Pass ja auf! Hm. Ich glaube, da kommt kein Auto. Wurden ja gar nicht so viele hier in der Stadt. Ja, Pony, ich könnte mir ne Glatze machen. Das war's aber auch. Vielleicht... Vielleicht gehen wir Peanut-Tut-Geharsch mal. Ui. Na, wir gehen gleich mal zum Friseur. Mal rind sein kann. Hi. Mal rind sein kann. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo? Hallo? Ich brauche ein Taxi. Ja, geht es Ihnen gut? Ja. Warum? Keine Ahnung, sind Sie außer Atem oder haben Sie einen Zombie gesehen oder so? Nee, ich habe versucht, meine Füße zu gucken. Äh, okay, okay. Ich kriege ein kostenloses Taxi, ich arbeite mich auch ruhig. Ach so, warte, du bist auch... Warum schreist du in meinem Ohr drinnen? Hä, ich habe gar nichts gemacht. Oh, scheiß Ohrmische. Soll ich mal schreien? Nein, bitte nicht, bitte. Entschuldigung, Sir. Warte, wie viele seid ihr denn? Bist du einer? Nee, ich habe noch neben mir ein Herr laufen. Nein, bist du eins oder seid ihr zu zweit? Ich bin eins. Okay, gut. Number one. Dann hole ich noch zwei mit. Wo bist du denn? China number one. Hä? China number one. Ich weiß nicht, wo China number one sein soll. Ich bin im Bingo. In welchem denn? Ähm, da in der Nähe vom Würfelpark. Äh, beim... Ach so, ja, okay, okay. Über der Apotheke, ne? China number one. Ja, okay, ja. Ja, kann bitte, ich brauche... Ich muss zum Füße. Ja, okay, okay, wir sind gleich da. Wie? Wer? Ja, ich bringe hier Mürtel für Siegfried. Mürtel von Harry Potter? Nein, Mürtel, Mürtel. Die ist doch im Klo gestorben. Durch die Slime. Ja, wenn ich dich gleich nicht finde... Aber ich habe dich doch in der App, glaube ich. Was für eine App? Ich muss dich auch mal einspeichern. Zeigst du in meine DMs? Hä? Hä? Okay, ich... Wir holen dich ab bis gleich, ja? Ja, swipe auf Tinder nach rechts, bitte. Äh... Ich warte vor die Tür. Okay, bis gleich. Tschüss. Ich habe Lulu gemacht. Wie, sie haben Lulu gemacht? Ich habe Lulu gemacht. In die Hose. Ja, ich habe mir eine neue gekauft. Einen neuen Hut. Das ist schön. Ja. Ich muss noch mal Lulu. Dann machen sie das, aber... Wo kommen die ganzen Menschen hin? Moin, für euch zur Info. Ava liegt unten im oberen Tunnel. Ava! Und ist runtergeflogen. Der RTW ist aber gerade schon da. Hallo, hat einer ein Taxi gerufen? Ich habe Taxi gerufen. Das ist aber kein... Wer hat ein Taxi gerufen? Arsch. Pfff. Was ist denn hier los? Wo kommen die ganzen Menschen auf einmal her? Ava! Das ist nicht... Einen unterschiedlichen guten Tag, Taxi downtown. Ich habe heute ein Taxi bestellt. Wie? Hallo? Oh mein Gott, ja, wir sind hier... Wir sind gleich da. Ach so. Weil gerade ist eins bei mir vorbeigefallen. Hä? Ja. Und meinte, hat dir jemand ein Taxi bestellt und ist weggefahren. Hä? Aber wie sah das Taxi aus? Gelb. Dann war ich das nicht. Aber woher weißt du, dass ich ein Taxi bestellt habe? Aber du hast doch gerade angerufen. Ja, aber doch bei dir, aber doch nicht bei dem. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, weil sie ist einfach so vorbeigefahren. Vielleicht hat er eine Drohne im Himmel. Nein. Okay, ich warte, bis gleich. Ja, wir sehen dich doch schon. Wo denn? Da, guck mal nach links. Da, Pride Cap. Ja. Hi. Hallo. 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 So, Kollege, einmal einsteigen bitte. Was ist denn mit der los? Was soll denn mit mir sein? Was ist, was hast du? Hey, was habe ich? Ich habe Angst. Warum? Warum hat man denn Angst vor mir? Was ist denn das? It's only game. Das ist, äh... Hi, du bist deine Puppe. Das habe ich nicht gesehen. Das ist Siegfried. Ich bin eine Puppe. Was? Du bist eine Ulme, Kiff. Ja. Ich meine nicht Sandra. Nein, ich heiße Mörtel. Mörtel? Was ist Harry Potter? Was ist Harry Potter? L am Ende. Nee. Walter Kedavra, Kudeva. Okay. Oh, Kau. Ich glaube, das war ein Dings, ein... Wie heißen die? Ein Fluch. Keine Ahnung. Ich gebe mich nicht mit der Zaubereikacke aus. Können wir zum Friseur fahren? Ja, klar. Ich habe drei Kaugummi in den Haaren. Ui, wie sind die denn da hingekommen, mein Kind? Das ist schon widerlich. Ich bin nicht dein Kind. Oh, jetzt sind Sie vorne bei. Dann schaue ich dir die Hüfte raus. Darf ich den Schokobrunkelchen? Ja. Aua. Oh, Entschuldigung, mein Kind. Alles gut. Komm. Soll ich deinen Rollator-Zucker-Vormen holen? Was, bitte? Soll ich deinen Rollator holen? Ich brauche keinen Rollator. Das geht noch wunderbar. Wunderbar. Dankeschön. Okay. Oh, das sind doch heils mehr. Da sitzen jetzt alle? Ja. Okay, gut. Dann können wir zum Friseur fahren. Oh, das ist ja ekelhaft. Nee, dann mach mal Fenster auf. Warum riecht denn das hier so komisch? Ach, Fenster ist offen. Ich weiß, wer das ist. Ich erkenne die durch Stimme. Also, ich erkenne das. Was haben Sie denn gegessen? Ja, warte mal. Ja, du. Ich habe eine Packung Arsny gegessen. Was ist denn das? Arsny. Was ist denn das? Das sind Schoko-Chips. Schoko-Chips. Klingt lecker. Meinst du solche Chips mit Schokoladenklasur? Ja, genau. Ist das süß und salzig gleichzeitig? Ja. Boah, geil. Auch. Das ist ja wie Pommes und Eis. Oder Pommes und Milchshake. Ja, mein Milchshake bringt all the boys to the world. Das ist lecker. Ich habe einen Pommes mit Milchshake gegessen. Das war ziemlich gut. Du musst mal einen Tee trinken mit Honig. Ist das nicht euer bunter Granger hier, der hier steht? Peanut. Ja? Ist das nicht euer bunter Granger, der beim Pinkhead steht? Nee, wir haben sowas nicht. Unser Auto ist noch in der Werkstatt. Wir können gleich, wenn du jetzt auch im Dienst bist, können wir gleich auf den Bus umschwenken, weil sonst wird das hier zu voll. Okay. Ach so, machen wir Bus-Tour. Ja, ihr kennt doch den Bus schon. Ich gehe mir kurzen Haaren machen. Ja, was willst du denn machen? Ja, abrasieren. Abrasieren? Ja. Okay. Dann, dann, let's go. Machst du jetzt Undercard? Also, ich mache Twinkie dann keinen Ärger. Machst du Undercard? Wo ist deine Frau eigentlich? Im Hotel, die schlaft. Schlafen tut sie. Träumt vom Ferrari. Ich hasse die Fischerhaare. Ich mache die Fischerhaare weg. Ist pass ich in die Schuld? Was sind denn Fischerhaare? Ey, ich wollte mich hier in den Stuhl. Ich will aber. Ich will einen anderen. So. Was? Was willst du? Hey, du musst dich da drüben hinsetzen auf dem Friseurstuhl. Nein, da passt ich bin drin. Okay. Du musst mir die Haare schnallen. Ich? Ja. Okay. Und Jenny kann das bestimmt. Ich kann das auch. Oh, warte mal. Oh, ich mache alles weg. Rasier mich. Äh, was? Ja, meinen Kopf meine ich. Warte mal. Hier am Flacken. Das ist jetzt falsch. Mir hat schon den Arzt. Opa. Ich sehe nicht den Spiegel. So. Oh, äh. Warte mal. Warte mal. Egal. So. Ob ich denn nicht den Spiegel gebe, bitte. Das war hundertprozentig. Keine Arzt. Was ist denn? So. Passt das so schon? Da kannst du mir ziehen, wenn du willst. Oh, da hat die Kaugummi schon raus. Ja. Das ist richtig. Ich gucke mich in den Mund, Junge. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ein kleineres Haus. Kannst du mir die ganze Woche mit uns? Ja, kein Problem. Auf geht's. Okay. Ui. Der sieht doch gut aus. Der sieht aus wie knasshäftig. Und der sieht gut aus. Ja, das ist fliegeleicht. Ich finde, der sieht gut aus. Ja. Boxerschnitt. Wächst zumindest keine Flüge. Und Kaugummis können sich daran auch nicht mehr verkleben. Ja, super. Ja, let's go. Boxerschnitt. Boah, guck mich aus. Ich gucke mich. Weißt du, was deine, ähm, dein Hals hinten, dein Nacken kommt auch zur Geltung? Ja. Dein Stiernacken. Wann hast du jetzt erstmal die Haare rasiert gehabt gehabt? Oh mein Gott. Ich brauche, ich brauche einen kurzen Moment. Ich muss mir die Hände waschen. Hat der neue Wanderschuhe an? Kann doch nicht sein. Oh, der war, das Lachen kam aus Mainz, das tut weh. Ich muss da trinken, Moment. Gut. Ihr seid aber fresh, ne? Ihr seid ready. Ja, ja. Wie viel Kuchen willst du mir noch geben, eigentlich Siegfried? Also 99% keine Haarschneidermaschine. Wir haben ein kleines Trinkgeld gelassen vorhin. Ach so. Wer hat ein Trinkgeld gelassen? Ich. Hast du auch noch was? Oh, nee, das. Ich hab alles. Ich brauche nicht so viel Essen. Danke, danke. Nick, danke schön für die Müsse am Neuen. Ich weiß auch, wer die zu stehen kommen hat. Ja, das sollte die, glaube ich. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Du stellst jetzt noch die letzten Haare vom Kopf? Ja. Scheiße, man will. Ich hätte noch so rasieren müssen. Nee, danke schön für den Prime 8. Schoko, danke für den Wee-Sup im 17. Klappt das hier im Waschbecken oder brauchst du ein bisschen Shampoo? Ich mach nur die Haarschneidermaschine sauber. Ach so, ja hier ein bisschen. Nee, nee, behalte deine, behalte deine. Was? Warte doch. Ja, ist hier ein bisschen Shampoo. Nein, du wirst nicht. Das macht man nicht mit Shampoo sauber. Doch. Geh bitte weg von mir. Tja, ich bin trotzdem spät. Was ist das? Liebe. Ich muss mein Kruz gefix, Alter. Du musst mein Kruz gefix. Nein, mit dir spät. Ich kann jetzt schon wieder auflegen. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr, Alter. Mein Vater ist kompliziert. Er sagt jedes Mal, Harry, Tom, danke schön für die Wee-Sup im 39. Das ist schlimm. Leon, danke für die Wee-Sup im 12. Wer sagt das? Tante, danke schön für den Prime 7. Zu dir? Nein. Ja, zu jedem. Schmuhmann, danke für den Prime 11. 5,5. Ach, egal. Ich weiß. Ich bin am Heulen. Woll ich dir vielleicht ein bisschen helfen? Die Bär da, die Bär da kommt nicht wieder. Die ist bestimmt stumm. Ich bin schon fertig, Oma. Wer ist besser? Okay. Was sagst du zu meiner Frisur? Ich finde, das sieht super aus. Ja. Und ich mag dein kleines Speckröllchen im Nacken. Ja, irgendwann hat man sich schon reinkneifen. Die kannst du gerne kneifen, aber nur wenn ich Taschenwelt kriege. Ich habe einen Keks, so einen Keks habe ich frisch gebacken gestern. Du musst einen Teel trinken in deiner Stimme, dass du die Stimme wehst. Aus welchem Land kommt die? Okay. Keine Ahnung. Das geht. Das geht. Ja, meinst du haben auch Haare vielmeckt hier. Hast du dich selber gemacht? Ja. Ey, war das? Komm mal ganz nah rum. Mach mal so. Das war aber ein großes Problem. Auf den Zehen. Ach ja. Bestimmt gut rasiert, Emma. Was ist das wieder für den Tag heute? Hast du dich jetzt eingekriegt? Ja, ich habe meine Glatze. Ja, gut. Habe ich sauber gemacht. Ich bin im Hut übertäutig nicht, wenn man die Glatze nicht sieht. Ja, und? Aber den Nacken, das ist wichtig. Genau. Ja, ja, ja. Okay. Ach ja. Habt ihr meinen Freund Pinselt schon gesehen? Was für Pinsel? Mein Freund Pinsel. Komm, geh du mal nach hinten, Opa. Geh mal zu dir. Hey. Du gehst nach hinten. Du solltest ja darum mit dem Hinsetzen und Einsteigen und Aussteigen. Ich will vorne sitzen. Ich will vorne gehen. Falls ich nochmal die Haarschneidemaschine brauche. Das Taxi fährt los. Ja. Okay, wo fahren wir denn hier? Warum machst du die Haarschneidemaschine aus? Weiß nicht. Warum? Ich habe so eine noch nie gesehen. Ach ja. Los, geht die wilde Fahrt. Ja, ich weiß nicht. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Also ich würde sagen, wir holen den Bus, weil wenn wir jetzt einen Taxigast haben, haben wir doch gar nicht. Ja, aber wenn wir gleich einen haben, dann geht der im Handschuhfach. Bittet sich, dass der bunte Gratier hinten nicht euer ist? Das nicht. Ich glaube, das ist vom Pinsel der. Kann es sein, dass es gerade ein bisschen windig ist? Ja. Ich sollte das Fenster zu machen. Ja. Das klemmt. Nee, mach lieber auf. Oh Gott. Mach lieber auf. So ein feiner, Junge. Mach doch nicht auf. Ganz ohne Schüttel kann der Pups. Super. Einfach genießen und Augen zu. Oh, das riecht auf verfolgen Eiern. Oh Gott. Kann gar nicht, baby, baby. So, ich muss eben den Schlüssel und den Bus holen. Ihr könnt hier sitzen bleiben oder aussteigen, wie euch beliebt. Oh Gott, ich steige aus. Da kann ich mich nicht mit antun. Wie gefällt das, ne, Oma? Das ist alles so schlimm. Du, ich hab fünf Kinder großgezogen und hab zehn Enkelkinder. Ich kenn das alles. Nur beim Zuhören tut mir schon der Hals weh. Alles in Ordnung. Ja? Ja. Alles gut? Alles gut. Alles in Ordnung. Wille, ich hab mir die Haare geschnitten. Tag, liebe Jung. Ich hab mir die Haare schneiden lassen. Ehrlich? Ja. Ja, und jetzt? Ja, ich bin ein griebendmäßiger Arschloch. Nein, ich wollte sagen, was... Ja, guck mich an. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Weil du hast so einen schönen Frisur wie ich. Mit so einem... Ich hab die Sterbnis. Ja, und jetzt? Ich verstehe kein Wort. Ihr ist wie so eine Oma. Ich bin im Taxi-Auptquartier. Im Taxi-Auptquartier? Ja, okay, dann komm ich mal dahin, ne? Dann guck ich mir das an. Eigentlich. Bis gleich. Jo. So, ihr könnt alle einmal einsteigen. Boah, das klingt so... Das tut mir leid, wenn ich die renne. Aber der Willi kommt jetzt. Wer kommt? Der Willi? Ja. Dann nehmen wir den auch noch mit. Müssen kurz warten. Der Knicker ist doch auch da hinten. Der Chef-Kicker? Snickers. Snickers. Mir ist ein bisschen warm. Hey Snickers, was geht ab? Was geht? Was geht ab, Kicker? Was geht ab, Rina? Ich war beim Friseur. Seit wann... So, stylisch siehst du aus nochmal. Wir müssen ein Football-Spieler sein. Bin noch einer. Hab auch Tattoos. Football-Spiel oder Football? Echt jetzt? Halt die Klappe, sonst bricht dir die Hüfte, alter Sack. Okay. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch nochmal aussteigen. Dann warten wir auf Willi und dann nehmen wir alle mit. Hier, Willi, Vicka, Hina... Ja, das kann ich auch nochmal gebrauchen. Richtig. Okay. Also wer mit möchte auf jeden Fall. Und irgendwer so egal hat ihn halt in das Taxi gekocht. Hallo. Ist das hier der Mumienbus oder was? Das ist eine Bubbe. Ich bin doch nicht gut. Aber fast. Hast bestimmt schon einen Zettel am Fuß, oder? Was? Willst du mal gucken? Bitte was? Kann man meinen Schuh ausziehen? Nein, nein, ich mach mal ihn. Das ist bestimmt eine Bein, sieh. Ich bin doch jung und knackig. Ja, knackig allemal, aber... Ja, einmal spring, ist der Knochen durch. Du riechst aus dem Mund nach Tod. Oha, das ist echt... Der Verwesung hat noch nicht eingesetzt. Kiss den mal, kiss den mal. Der sieht doch so blass aus. Ich glaub, der kippt gleich ab. Nee, ich hab eben... Nee, ich hab eben hier das Taxi gekotzt. Warum das denn? Ja, weil du im Taxi gefurrt hast und das... Habe ich gar nicht, das war diese Oma da. Ich hab nicht gepobst. Das lag, durch die Windel durch. Wohl. Nein, nein. Doch, doch. Jetzt mal gucken. Nee, danke. Ein Kick am Tag reicht mir. Wer ist unser Spacko-Pulli? Was? Hä? Wer? Was wollen die denn jetzt? Weiß ich nicht. Der hat irgendwas mit Spacko-Pulli gesagt. Oh, Peanut, den fetzen wir. Oh, den tun wir doch frisst. Löst mit so weit. Wie scho. Peanut, ich bin enttäuscht von dir. Ach so. Ich hab ne Gehaltskürzung. Warte, mich haben wir am Stichchen. Nein, nein, nein. Da will ich nicht hin. Der haut euch auf die Fresse. Was ist das? Scheißegal, jetzt mach den scheiß Luken da auf. Was willst du? Alter, hast du überhaupt... Hast du andere Probleme? Ich kann dir mal andere Probleme geben. Los, mach jetzt auf den Scheißhobel. Außerdem ist da ein Bankautomat drin. Und ich möchte gern zum Bankautomaten. Ja, jetzt mach auf den Scheiß Luken. Herr, was schreißt du dir so rum? Sei froh, dass wir nicht den Universalschlüssel mit namens Brechstange nehmen. Brech und Stange. Warte, ich hol kurz. Oh, Knicker. Schade, ich dachte schon, ich klinge Brett. Das hat euch oft genommen. Arschloch. Knicker. Knicker. Hallo. Ich bin da für mich. Gab es den Rest auch noch? Warum lässt du dich sagen, schreien, du Pussy? Du bist nicht mehr mein Chef. Schande. Was war das, 21? Ich... Schau, direkt in die Reichen, die... Hast du denn geguckt, als die Straße rumgelaufen ist? Das ist ganz schön gefährlich. Das ist nicht gefährlich, die Ampel war grün. Okay, ich sehe keine Ampel. Ich glaube, meine Brille ist schmutzig. Das Ding ist, entweder... Das Ding ist, er wird nicht sterben. Das Auto gibt nach. Was? Warum hast du noch mal vertremmen? Dann kriegst du gleich eine geboxt. Du Arsch. Ich meine, sie haben so eine präsente Aura. Halt die Klappe, du kannst nur auf mein Gewicht gehen, weil du dumm bist. Nein. Hallo, ich warte mal. Ich war mal streitschlichter in der Grundschule. So. Ihr stellt euch jetzt mal ordentlich hin und nicht hier so in Wiener... Gar nicht, du hast die mit der stinkenden Brotdose. Was? Und mit dem Pflaster auf dem Auge. Hallo jetzt, Peanut, jetzt hör mal auf, so aggressiv zu sein. Bin ich aggressiv? Ich stehe jetzt hier. Ich mache alles, was die Streitschlichtere sagt. Einen wunderschönen guten Tag. Taxi Downtown. Janie Jensen am Apparat. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Alito Bay. Mhm. Mhm. Ich glaube schon, dass es so ist. Am Krankenhaus. Jetzt kommt der coole Opa. Ja. Für... Ja. Was ist denn da los? Boah, der arg hat mich, ne? Ja. Der blöde Opa da vorne. Das stimmt. Und dann sind da so Penner, die schreien uns an wie so... ...ein Taxi aufmachen. Was sagst du zu meiner Frisur? Willi! Basiert. Willi? Paul, lass den Willi in Ruhe, der hat ne Frau. Ähm. Bin sie mit uns? Hä? Junge. Ja, die begräbt mich immer an. Ja, tut die auch. Vor allen Dingen jetzt... Die hat mir grad die Haare geschnitten. Ehrlich? Hallo! Du hast das gemacht? Ja. Ja. Ich hatte Kaugummi-Haare. Ich meine, der Peanut kann alles tragen, ne? Danke. Wir haben Taxigast. Willi, fährst du mit uns mit? Äh. Wir fahren mit dem Bus. Äh, fährt der Peanut-Man? Ich werde belastet. Ja, dann fahr ich auch mit. Und die zwei da hinten auch. Ja, komm. Was ist das denn? Die kenn ich doch, die Aal. Das wäre da einfach gegen meinen Willen anzufahren. Euch fahrst, sonst fahr ich. Was? Gegen ihren Willen? Dann kann die Otau ein Lied von singen. Will einer von euch fahren, sonst fahr ich. Ja, du fährst. Das sind Siegfried und Mörtel. Ja, Siegfried. Herz allerliebst. Siegfried und was? Mörtel, hätte ich gesagt. Ich hab was ganz anderes verstanden. Was lässt du dich so von ihnen anschreien, Kicker? Keine Ahnung, mir ist langweilig. Die schreien immer rum. Ach, Snickers. Was denn jetzt? Snickers oder Kicker? Ja, wir können nennen, wie wir ihn wollen. Der hat gerne große Namen. Wo fährst du denn jetzt hin? Ja, Kunden. Ich glaub, die will, dass wir mitfahren. Janne, wo fährst du hin? Kannst du das abholen? Ja, wir fahren mit, oder? Ja, wenn du willst. Ja, wir haben noch nie keine Obis. Ja, das stimmt. Ja, fahren die mit, hey? Du fährst so mit? Ja, die fahren alle mit, hey. Ich weiß nicht, ich hab grad mein... Komm, Mama. Gib Folgen. Ja, ich komm später dazu. Okay. Bis später. Die Kunden sitzen hinten im Bus. Ey, Peanut, esst ihr aber nicht auf, ne? Äh. Meinst du, das ist der Mörder? Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich bin drin. Ja, okay, gut. Haha, ich und der Wille sitzen hinten, aber wir sind die coolsten. Ja. Aber nicht gegen die Sitzschläden. Wir schnippen. Oh, Wille, wo hast du denn den Kaffee jetzt, Herr? Ja, den hab ich mir mitgebracht. Den hatte ich noch in meinem Bucky gehabt. Willst du trinken, Ma? Mhm. Okay. So, dann auf geht's. Oh, das ist schön. Mit Paleto. Da war ich noch gar nicht. Echt nicht? Was? Darfst du nix verpassen. Willi, guck mal. Den hier, meinst du? Ja. Guck mal. Das ist der Bruder von dem hier. Du bist ja richtig am Glänzen, ne? Ich? Ja, ich denke, ich hab mich mit Fettglasur eingeschmiert. Okay. Aber das steht dir auf jeden Fall. Danke. Gewöhnungsbedürftig. Ich bin der Kuchen. Oh. Und dann musstest du sagen, ich, äh, du meine Glasur. Und du meine Glasur. Ja. Äh, äh, die zwei Herrschaften da vorne. Ja. Seid ihr ein Paar? Nee. Na wohl. Ach so, die, die alte Schabra... Ich mein, die junge Frau hab ich ja schon mal kennengelernt am Würfelpark, ne? Die war noch das mit dem... So viel, alter Knacker. Mit dem Rauchen. So weit seid ihr jetzt auch nicht mehr entfernt vom Alter. Wieso dat denn? Ich bin 45, du Jäck. Genau, ich bin 13, by the way. Ja. Was? Wie alt? Ich bin 30. Ach so. Ich dachte, 30. Willi, hast du den Pinsel gesehen? Äh, du? Der hat mich nicht mal angerufen, als ich im Hotel war. Ehrlich, ne? Nö, ich glaub, der ist nicht mehr mein Freund. Okay. Doch, ich glaub schon. Hallo, Pinsel. Soll ich dir was erzählen? Was denn? Wir sind gestern mit dem Ronny mit dem Auto gefahren und wir waren zu sechs und dann hat er einen Granger gehabt. Und dann musste der Maik und ich auch... Ja, danke. Was denn? Ja, der Maik und ich... Ich hatte einen Poble-Nase. Ach so, ich dachte, du bist in die Schlaufe. Der Maik und ich standen draußen, auf jeden Fall. Wir mussten uns dann der Reling festhalten an dem Auto, ne? Ja. Dann hat der Ronny aus Versehen zu weit nach links gelenkt und da ist der Maik gegen so ein Schild gefloren und ist hängen geblieben. Hat das gemacht. Ist der auch schon vorher. Äh, so, wo war ich stehen geblieben? Junge Frau da vorne. Hatten Sie nicht diesen schlimmen, äh, äh, Raucherhusten? Bin ich auch von danach, ja, aber sonst geht's eigentlich. Ja. Ich hab Angst vor der Oma, Willi. Warum? Du brauchst keine Angst vor sich haben. Keine Angst vor Luschen. Ich hab geflüstert. Hallo, die Coolen. Könnt ihr bitte benehmen den Bus und vertragen, dass... Jennifer, halte Klappe. Genau, die Coolen. Wir sind die Coolen Kids hier hinten. Genau, du willst nur jetzt auf stark machen, weil dem Willi impulsieren will. Ja, ich schmeiß den Kaffeebecher nach vorne. Genau. Und ich pupse. Ja, und dann mach ich den hier. Siehst du jetzt nicht, ne? Genau. Ich glaub, die mag nicht, die Jennifer. Ja, ich glaub auch. Die meint doch vorhin, wenn der Willi gleich kommt, dann bleib ich hier. Naja. Ist jetzt halt die Hand. Oh, ich glaub, die will jetzt... Ja, sie hat die Haarschneidemaschine in Ruhe. Was? Die hat immer ne Haarschneidemaschine bei. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aussteigen soll und laufen soll oder ob ich auch euch rausschmeißen soll. Wieso willst du uns denn raussteigen? Wir wollten einen Kunden holen. Ja, genau. Nach Paleto Bay. Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Was? Was nicht stimmt? Ich halte dir nichts von diesem Cringe. Hä? Was? Na klar, aber auf dem Berg mit euch Zeug. Was ist dieses Cringe? Das ist ein Zweiknuten. Taxi downtown. Jenny Jensen am Apparatur. Kannst du auch mal... Cringe kannst du auch in den Salat tun, dann knackt der schön. Wie der Cringe-Achow. Ach, ne, das waren Croutons, ne? Ja, stimmt. Ja, das sind Kuckucks. Ja, Kuckucks. Kuckuckucks. Fick dich, Zug. Ich bin gut drauf. Ich weiß nur auf dem Pinsel. Oh. Das ist aber ein alter Kaffee, den du da jetzt hast, oder? Das ist kein Kaffee. Was macht ihr da? Kognak? Das ist Chai Latte. Pai Latte? Ja. Der hat richtig viel Kalorien. Hat er nicht. Hat er wohl. Der kommt nicht von Star Fox. Außerdem kann der Peanuts sich da erlauben, ja? Der kommt aus Beam Machine. Genau. Unter meinem T-Shirt bin ich Adonis. Ja. Oh, Big Mac ist im Sonne angeboten. Der ist im Sonne angeboten. Der Big Mac. Ja, Bandin. Ich bin ja eher so der Big Tasty Bacon Fan. Aber eine Frage. Aber ist das schon der Käse an der Verpackung dran, oder was? Das ist nicht lustig. Nein, der junge Mann ist leider nicht mehr da. Das ist nicht mehr lustig. Was wolltest du sagen? Hä? Ja, was du sagen wolltest. Oh, Gott. Das war die Oma. Das stimmt doch gar nicht. Oh, scheiße. Der zieht nach hinten. Nein. Der kriegt voll nach Poipoi. Nach Poipoi. Scheiße, ich geh gleich schon ins Bett. Fick dich, Willi. Ich hab Energie. Ich gleich nicht mehr. Vielleicht machen die einen Schockhurt. Bock. Ja, erstmal anhalten. Ja, ja. Nicht so, dass das Kriminelle sind. Voll die Vorurteile. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Sie sind dumm Single von Jennifer. Oh, Emi, nee. Ich will nicht ein Kriminelle machen. Die Troumatos hier. Los, komm. Wie, du. Oh, oh. Jennifer. Oi, oi, oi. Der geht nicht so schnell. Jennifer. Ja, ja. Ich glaub, es sollte benutzen Stimmverzerrung. Ja, vor allen Dingen schön rückwärts hier auf die Straße fahren, wo wir hinten sitzen. Ja, super. Aber Willi, du hast ja einen Airbag dabei. Ja. Wen? Fäck dich, Rakete! Die haben unsere Fahrräder weggeklaut, die Arschlöcher. Äh, okay. Einfach vom Hotel weggeklaut. Ja, das ist frech. Ja. Wenn die nachher holen, oder? Ja, ich weiß nicht wo. Ja, wahrscheinlich der Ali. Wer ist denn Ali? Ja, der vom Abschleppe. Der heißt Ali? Ja. Ich schlepp die immer ab zur, 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 ähm, Verwahrstelle. Ein monat, schönen guten Abend. Taxi Downtown, Jenny Jensen am Apparat. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich unterdach, jetzt höre ich sie. Was? Was? Oh, du Scheiße. Dies wird für den Willi. Ja. Ja. Dies wird für mich, ne? Ja. Äh, nee, wir stellen niemanden ein. Wir haben keinen Platz mehr. Ja. Ja. Oh, oh. Ja, alles Jute, ne? Wer ist sauer? Ja. Ja, schönen Tag auch. Was ist das denn? Der mit der Zahnlücke. So. Ja? 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 Bitte, Jenny! Ach mein Gott, warum macht denn diese? Klingelstreich. Ich find das lustig. Mann, hör doch bitte auf, ey. Hallo. Halt mich ruhig. Halt mich ruhig. Halt mich ruhig. Ja? Was hat der Essen gestellt? Da ist vorne ein. Bei der Jenny. Ja, hallo. Ja, hallo. Sie haben das Taxi bestellt, ne? Wissen Sie, wie Sie einsteigen am besten? Ja, wie wissen Sie, wie? Dann steig vorne bei Jenny ein. Dann steig ich den Motor kurz aus. Sie müssen die Tür öffnen und dann suchen Sie sich einen Sitzplatz aus. Steig doch vorne ein. Steig vorne ein. Dann steig ich vorne ein. Oh, ja, meinst du? Ich glaube schon. Ich erneut fast ein Wilde. Ich glaube, ich nehme die besser nicht mehr mit. Memo an mich. Vielen Dank. Kennst du den Memo? Wo müssen Sie denn hin? Äh, Motorradhändler. Ach ja, okay. Und, wie geht's Ihnen? Was haben Sie dem Krankenhaus gemacht? Tut nicht so, als würdest du den leiden können. Nee. Boah, ey, sorry, dass ich einfach mal die Taxi jetzt so frage, wie es dem geht. Boah, guck mal, aber wie abgehoben, ne? Hammer, ne? Sind Sie Arzt. Erst mal fragen. Jetzt fragst du noch, ob er einen Dreier hat. Was haben Sie mit Dreier? Guck mal, ey, ich war aus dem Krankenhaus gekommen. Äh, BMW. Hey, ich bin geschäftlich auf Durchreise. Haha. Was hat der gesagt? Durchfall? Ja, durchfall, geschäftlichen. So, geschäftlichen Durchfall? Ja. Der testet vielleicht so Antibabypillen. Okay. Fick dich, Baum. Wo reisen Sie hin? Oh, da kriegst du gar nichts an. Was sagst du so? Ja, das darf ich leider nicht sagen. Genau. Hey? Lass den jungen Mann in Ruhe. Ja. Sind Sie bei einer Mafia? Nein. Der hat doch keine Kennungsmerkmale. Dann siehst du doch. Willst du es mir sagen, wenn Sie bei einer Mafia wären? Der betrifft Fake Taxi. Wieso sollte ich Ihnen sagen, wenn ich bei einer Mafia wäre, dass ich bei einer Mafia bin? Ich kenn ihn, das ist der Typ, der Teil der Crew, Teil des Schiffs. Haha. Was? Was? Also, wo reisen Sie denn jetzt hin? Zum Motorradhändler. In Vegas, wenn du so weitermachst. Die wollen mit dem Motorrad reisen. Ja. Sehr gut gemacht. Aber so viel Gepäck passt doch da gar nicht drauf. Ich bin gut drauf, heute Wille. Ich werde nicht mehr gesurfen. Mich. Ich habe eine Mission. Scheiße. Können Sie uns mal jetzt ein bisschen mehr erzählen und nicht hier so einen auf Geheimnis... ...Krämerei machen? Was? Nee, Sie brauchen ja einfach nicht weiter fragen. Ja, okay, dann frage ich mich einfach. Boah. 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 Ja, wenn sie bei einer Frau so ein hoher Ton kommt, dann sind die sauer. Ich... Warum? Ja, wenn da hier was reinkracht. Was sind wir? Oh. Ja, Knautschzone ist ja nicht hier hinten. Oh. Mann, wie kann man denn so sein? Anrufen und in den Garten. Ich beschlebe einen Pounder. Vielleicht wollte er auch nur deine Stimme hören. Was? Nee, der hat einen Kaffee in der Hand. Wie ist denn die... Oder wird hier noch nebenbei die Six-Hotline betrieben? Boah, geh doch mal dran. Ich lasse das jetzt so. Dann ist die Leitstelle halt besetzt. Dann sage ich dem Chef, dass wirst du gefeuert. Wäre nicht das erste Mal. Halt die Klappe! Was? Jetzt habe ich mich selbst angesprobt. Weißt du... Willa, hast du einen Tampon dabei? Ja, hier, nimm mal. Danke. Achso. Du kannst mir vor den Finger nehmen. Warum hast du Tampons dabei? Tempo hast du gesagt. Nein, Tampon, hab ich gesagt. Von der Jutta noch welche. Natasha. Hier sind Berglöwen, ne? Ja. Den habe ich einmal gesehen. Wir hassen dich auch. Oh klar, nicht hasst niemand. Ich bin beliebt. Ich bin beliebt. Ich bin beliebt. Mit deiner komischen Bannbrille vom Bahnhof. Wenn sie nicht die, die mir gesagt hat, ich soll nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. Ja. Achso, sie sind die... Achso, ja. Sie sind Copsnitch, ne? Was? Nein. Copsnitch. Ich, äh... Wie heißt das? Ich saß gestern wieder im Knast. Ich saß jetzt innerhalb von 72 Stunden dreimal im Knast. Was ist denn eine Copsnitch? Ja. Was ist denn eine Copsnitch? Dann erzählen sie mal, was sie gemacht haben. Erzählen sie mal. Kannst du das mal erklären, Jenny? Was? Was ist denn eine Copsnitch? Ich, äh... Erzählen sie los. Ja, ich hab dreimal... Ich hab jetzt dreimal... Was hat der jetzt gesagt, der Alemann? Ganz am Anfang. Ich verstehe das kaum. Ganz am Anfang. Ja, er wurde gedisst, hat dann mit der Polizei zusammengearbeitet, dann wurde er... Was ist denn gedisst? Boah. Er spricht so eine... Komische Sprache. Das ist diese Jugendsprache. Er hat damit aber keinen Zusammenhang. Aha. Was heißt gedisst? Okay, und wie wurden sie diesmal hops genommen? Was heißt hops genommen? Warte, ich ruf die an. Okay. Was ist denn Google, du Idiot? Winnie! Ja. Was heißt gedisst und hops genommen? Ich ruf die Jenny an, ich frag was. Das ist, die ist modern, die kennen das. Hey, Willi, was geht ab? Äh, Jenny? Ja? Warte mal, du bist doch so ein junges, fesches Mädchen, ne? Ja, richtig, richtig. W-wat ist Copsnitch? Ja, google das mal. Äh, und wat ist, äh... Was ist denn Google, ist die doof? Was für Google? Das kann ich dir erklären. Was? Ja, ich will was zu alt für. Ich weiß was nicht. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben ganz schrecklichen Busfahrer, haben wir hier Jenny. Kannst du mich abholen? Wo denn? Wer hat Schlangenlinie. Ja, wer soll das denn sein? Oh Gott. Oh, mein Handy ist leer. Ich hatte eben noch mit dem Holländer telefoniert. Hier sind die ganzen Verbrecher, also zwei, ne? Ach so, hier im Knast, ne? Wat, mit dem Holländer? Äh, der war heute morgen da. Wer hat hier Fotos? Datenschutzgesetz? Mach das weg. Gebt keinen Datenschutz in das Land. Außerdem ist das dein Nacken. Das hat nix mit Datenschutz zu tun mit deinem Nacken. Vielleicht fotografieren Sie mein Ticke. Asshole. 16 Pixel, on my finger. Peanut, wie findest du eigentlich mein neues Outfit? Ja, das sieht fresh aus. Ja, ne? Du hast dich ungezogen? Peanut, du musstest den Bauch verriebeln. Nö, ich will nicht, dass du zuhörst, Stroker. Der frische Willi. Du bist der frische Willi? Ja, Prinz Willi vom Köln-Pfingst. Was ist in Köln-Pfingst? Da, wo ich herkomme. Warum bist du nicht da geblieben? Ja, weiß ich nicht, da wollte mich keiner mehr. Warum? Die haben gesagt, geh mal raus in die große weite Welt. Und dann kommst du hier hin? Ja. Also, wie wurden Sie jetzt diesmal hops genommen? Ne, darf ich Sie vorher was fragen? Langweilig! Wohnen Sie eigentlich degradiert, oder wieso müssen Sie so'n Bus jetzt fahren? Ja. Denn sind lustig, oder was? Ne, strafft. Uiuiui! Kein Streit hier! Ja, was sagt ihr? Ich mach doch gar nix! Ich hör nur zu! Degradieren ist zwar schon eine Strafe, aber die größte Strafe ist, dass die hier mitfallen. Wer? Auf freiwilliger Basis. Der Herr hier vorne. Oh, da sind aber Kunden, ne? Nicht so frech. Obwohl, ihr seid ja auch Kunden. Ihr dürft euch gegenseitig... Ah ja, stimmt. Da war ja was. Und zählt eh keiner zu. Die sind doof. Hallo? Ja? Wir machen gleich was anderes, oder? Ich bin nicht doof. Die sind anstrengend. Ja. Vor allem diese Jenny. Ich bin nur unterkulikuliert. Du bist ein Nervensägel. Äh, zu viel Information. Willkommen zu Los Santos, steht da vor. Willkommen zu Batman City. Wo steht das? Ja. Direkt vor dir eine Wand. Wo? Stell mal dein Hörgerät ein. Herr riet doch lauter. Nö. Jo. 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 Man versteht so oder so nix von dem was du sagst. Weil? Ja, genau. Auch. Weil? Äh. Binat? Ja? Willst du n' Döner mit Knoblauchsoße? Boah, nee, ey. Das kannst du nicht tun. Komm, der ist lecker. Den hab ich eben. Ja. Der scheiß hier sonst rum wie in jeder Front. Okay, danke. Der ist noch von gestern. Ja, super. Kann ich den wieder haben. Ja, warte jetzt. Mal gucken, welcher der von gestern war. Ah, der hier. Wo fahren wir hin? Danke. Ja, super. Was für ein Motorrad willst du denn dir kaufen? Boah, das geht dich gar nix an. Genau. Hey, warte mal. Denk mal eins mit zwei Rädern. So. Die geht bestimmt mit die Flochten. Ja, die genüßt Flöten. Wie? Tu mir damit zwei Rädern? Lass dich eigentlich abziehen. Du musst kein Trinkgeld geben. Kann keiner von euch abrechnen? Nö. Okay. Gebt kein Trinkgeld. Gebt Trinkgeld. Arbeitet ihr auch beim Taxi? Ja, ja. Ja. Oh. Da wird direkt wild, die Oma. Das Wort wild habe ich vor einigen Tagen erst beigebracht bekommen. Ah, okay. Welches Wort? Bild. Ist doch nicht so, dass du schon 200 Jahre auf dieser Erde existierst? 4.180. Oder willst du mir jetzt auch erzählen, dass du 40 bist? Nein, ich bin 75. Oh. Dann bist du alt wie die Jutta. Das ist halt für die Wilde. Ja. Ist denn Jutta? Eine Freundin. Ja. Deine Freundin? Ja. Das ist auch eine Oma. Ja, die ist auch 75. Oh. Die sieht aber aus wie 17. Ich weiß aber besser, die habe ich nicht. Ja. Dann stehst du auf ältere Damen. Ja, natürlich. Oh oh. Geh ich ins Floor. Schiffe und Segeln und so, ne? Du verstehst. Oh, gleich nimmt die die dritten aus. Die gehen nicht so leicht raus. Ich hab extra ultra starke Haftcreme drin. Scheiße. Ich möchte zum PDM. Ach so. Wegen dem Auto? Ja. Warte mal. Guckst du eigentlich auch auf die Straße, wenn du zurückfährst? Nein. Nein, die guckt nur auf ihr Glitzer-Handy. Mit Straßstreiten beklebt. Ich wollte doch krass sagen. Ja, die Twinkie ist mit dem neuen Computer unterwegs. Alles am installieren. Oha, Verfolgungsjagd. Ja, dann fahren wir weg mal hin. Dann fahren wir hinterher. Du doch mal einen zweiten Gang rein in den Bus und dann fährst du hinterher. Ja. Oder ihr haltet alle die Luft an, dann sind wir schneller. Hä? Weil wir leichter sind, oder was? Das ergibt auch Sinn. Ja. Da musst du selber lachen. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Er ist nicht mehr zu helfen. Oh, mein Auto. Wo ist dein Auto? Oh, guck mal, die kommt näher, Pina. Oh. 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 Ist ja dieser der von euch, der hier wieder anruft? Nein. Ach so. Hallo. Und jetzt ab. Nur Mundfahrt. Was? Wo denn? Machen wir dich. Anscheinend. Ich glaube, die wollen allein sein. Wir haben die gar nicht geärgert. Du hast die geärgert. Hat er sich ein Auto gekauft? Jetzt sind wir alleine. Und jetzt? Okay, hier, nimm mal. Äh, oh oh. Die sitzt direkt vor uns. Peanut sagt nix. So, ich dachte, ich setz mich jetzt auch hier ein. Ja, dann guck uns an, wenn du mit uns... Warum riechst du an ihren Haaren? Voll lecker. Ihr habt übrigens beide gleich Frisur. Ja. Hi, Taxi. Was? Willst du fahren? Warum hat dein Mann dich jetzt allein gelassen? Äh, dein... Ja, du weißt schon, warum hat er dich allein gelassen? Setz dich auch zu uns nach hier hinten. Und dann? Weiß ich auch noch nicht. Dann guck mal, was passiert. Äh, nein, nein, nein. Nee, 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 nee. Fick dich, Oma! Komm, Oma. So, aber nicht, mein Freundchen. Okay, tut mir leid. Komm. Du kannst hier nicht bleiben, das ist gefährlich. Ja. Steig jetzt ein. Also, am höchsten Tag ist einer der Bühne Stadtrundfahrt. Natürlich machen wir das nicht. Oh, mein Gott. Warum machen wir das nicht? Ja, klar, normalerweise. Klar machen wir das. Ja, aber dann kann einer von... Dann macht ihr die... Nö, du fährst. Du bist im Dienst. Ja. Wir haben frei heute. Genau. Oh. Die Verfolgungsjagd kommt so. Bleib vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Hallo. Ach so, du bist's. Hä? Ach so. Okay, hey, Sieg, für dir dann auch einen schönen Abend, ne? Grüß, Roy. Ey. Sind doch voll süß zusammen. Warum habt ihr euch denn jetzt da hinten so geärgert? Oh, pass auf. Hinter uns. Mit dem Auto verfolgt. Nö, aber der, der, dieser Opa ist voll schlimm. Warum? Weiß ich nicht. Der zählt nur Schluss. Ich hab das so, ich bin so ein bisschen durchdurchscht. Ich hab das so, ich hab das so immer manchmal. Immer manchmal. Ja, manchmal. Ja, was lachst du jetzt so, am Anna? Mein Hut, wofür nitt? Ich sag besser nix. Aber dat dann? Das war die Haarschneidemaschine. Die ist immer griffbereit. Mach, schatz ihn auch. I'm so lonely. I'm so lonely. I have nobody. Das ist mein bestes Freund, das Auto. Wer? Welches? Der Rechtszieher. Der Große. Ne, ist das dem Ronny seiner? Bestimmt, weiß nicht mehr. Äh. Sollen wir den, Opa will die Haare rasieren? Sollen wir aussteigen? Nein. Warum nicht? Ich hab Hunger. Aber ich will keinen Kuchen essen, die sind komisch da. Warum? Weil die komisch sind. Was willst du denn? Weiß nicht. Haben wir keinen Kunde? Nein, grad nicht. Hä, wir haben nur einen Stadtrundfahrt. Ja, der ist irgendwo im Würfelpark. Ja, wo? Ja, weiß ich nicht. Der wird wahrscheinlich da irgendwo stehen. Weiß ich nicht. Ja, du hast ihn aber heute richtig gut gebraucht. Ja, du Scheiße. Ich geh kaputt heute, glaub ich. Komm, steigen wir aus. Und jetzt? Na, weiß ich nicht. Du wolltest doch ja keinen Kuchen, oder? Nee. Ja, aber irgendwo ist hier der mit der Stadtrundfahrt halt. Ja, dann ruf den doch zurück. Boah, ey. Was zum... Wir unterbrechen die Ruhe für eine kurze Aufmerksamkeit ihrerseits. Wir suchen den Taxigast, der hier eine Rundfahrt machen möchte. Bitte einmal vorne zum Taxi standkommen. Vielen lieben Dank. Was? Bei der? Was? Du hast auch irgendwann eine klasse gearbeitet, ne? Da sind auch so Sterntattoos hinterm Ohr. Warte mal ganz kurz, Peanut. Ich finde das nicht in Ordnung, wie du mit mir redest. Warum? Warum machst du das? Was denn? Du bist nur auf Krawall gebürstet. Gar nicht wahr. Doch. Ich bin voll lieb. Ich hab dir eben deine Haare geschnitten und abrasiert. Ich bin voll süß. Ich bin voll nett und du bist voll gemeint von mir. Warum? Weil du mich anscheinst, sag ich das, Twinkie. Ja? Ja, warum? Statement. Ich... Wie? Weiß... Halt die Klappe. Okay, Freunde... Bin gerade. Freunde für was? Weiß ich nicht. Was meinst du mit Fohlen? Du hast doch schon deine Haarschleitmaschine. Mann, ey! Hast du gesehen, Willi? Die hat mich geschubst. Ich habe mich nicht einen Millimeter bemerkt. Ja, ja. Okay, ich bin nicht nett zu dir. Keiner, die Taxi-Rundfahrt. Ich bin nicht nett zu dir. Aber du musst mich Ira nennen. Von mir aus. Nein, ich bin ein Peanut. Okay, also sollen wir einen Job ausräumen? Du bist so verrückt, ich bin schon zufängen. Warum? Ich bin kein kriminell Sau, bin. Echt nicht? Hallo, ich bin voll hübsch. Was meinst du, was sie mit mir machen da? Ey, was denn? Komm, Peanut, Bus bauen. Was bedeutet das? Wir haben einen Bus bauen, aus Legosteinen. Ja. Auf einer Spiele-Decke, wa? Wir können dich mal aufpimpen gehen, du süße aus, so, mit deinem komischen Lipgloss. Aber ich will nur, Jenny sieht gar nicht, sieht schon ganz lecker aus, so, ne? Ist schon eine hübsche. Ja, Jennifer, was ist mit einem Willi und dir? Nix. Nee, da wird die Jutta eifersüchtig. Scheiß auf den Jutta. Erstens das und zweitens will ich gar keinen Mann, weißt du? Warum? Ja, ich kann dir was sagen. Nein, nein. Du hast ja schon einen. Mein Gott, nee. Bli, bla, bli, blub. Ja, ja. Geh doch mal beim Kaffee fragen, vielleicht steht der da. Ja, komm, wir gehen da mal hin. Boah, voll weit. Schieb dem Wald, schieb dem Wald, zurück in mir. Ich zieh meinen Hut auf. Ich hab mir nicht einen neuen gekauft. Oh, der sieht Jodus. Aber dann sieht man deine Frisur nicht mehr. Ja, und? Ich glaub, da steht dein Bruder. Oh. Vorne, ein lila. Wem ist dein Bruder? Deiner. Das ist nicht mein Bruder. Natürlich, ihr habt den gleichen Bauch. Ja, und? Hä? Jede Frau sieht hier so aus wie du. Bist du jetzt auch mit den Schwester? Ja. Oh mein Gott. Was denn noch eine Oma? Oh. Zwei sogar. Kampf der Giganten. Scheiße. Das ist Oma Annekrieg, glaube ich. Das ist nicht Biggie. Ne. Hallo. Tag zusammen. Hallöchen. Der Kuchen hier gehört mir, hast du verstanden? Hallo. Hey. Das ist hier ganz, ganz schwierig. Hallo zusammen. Oh mein Gott schon wieder. Tag zusammen. Oder was ist das? Achso, das ist ein Ventilator. Ich hasse dieses Team-Speak. Peanut? Ja. Okay, du bist noch bei mir. Das ist gut. Wie der schon vor mir steht. Der ist richtig, Junge. Ich hab ihm... Was hast du? Das ist... Das ist die Waltraut. Die kenn ich. Was? Die daneben steht. Mit dem... Kannst du dich Klare verschlagen? Hallo? Na mal, Kollege. Dann gleich um 21 Uhr. Das hier ist mein Revier. Das ist mein Kuchen. Also um halb neun. Könnt ihr euch mal mit euren Bäuchen so aneinander stupsen? Haben sie gerade schon. Ist sehr elegant. Was denn? Was denn? Was willst du? Das ist mein Kuchen hier. Hau ab. Das ist mein Revier. Hast du den angepillt? Du frest mir die Kuchen mehr. Du bist doch stabil gebaut. Pass auf, du. Wie viel wiegst du denn? Ich wieg mehr als du. Nein. Wie viel wiegst du? 150. 150. Ja, du weichei. Ich wieg 175. Hast du nicht gehabt? Ha, mein Revier. Ich schwitz mehr als du. Nein. Komm, riech mal. Riech. Riech du. Komm, riech. Ich geh nie duschen. Ich schwitze mehr. Komm her. Aber weißt du... Komm her. Du bist ja voll der Lutsch. Weil ich kann meine Sorge umarmen. Bei mir ging das schon seit zwei Jahren nicht mehr. Naja, mich kann man auch nur umarmen, weil ich im Flugzeug ne Fettabsaugung hatte. Wirst du auch mit dem Gartenschlauch nass gemacht und geduscht? Ja. Was für Gartenschlauch, Alter. Ich brauch direkt ne ganze Dings hier. Wie heißt es denn, ne Waschstraße? Okay, du hast gewonnen. Lass dich nicht ärgern. Du bist mein Freund. Du bist meins Freund. Gib mir deine Nummer. Mama, ich wollte nur Freunde haben. Gib meine Nummer nicht. Du willst nur Sex-Telefon machen. Was ist denn Sex? Jeder redet immer darüber. Ist das deine Mama? Das ist meine Schwester. Wie? Nein, ich bin sehr die Schwester. Hat die einen Unfall gehabt? Ich hoffe, dass meine Mutter wäre. Was? 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 Das ist Ted Bundy. Hast du denn sogar einen Ventilator dabei? Bist du bei Onlyfans? Was ist das? Nein, der Ventilator ist dafür da, weil ich schwitze. Nein, du stinkst doch gar nicht. Doch. Nein, dicke Menschen stinken allgemein nicht. Wir haben eigenen Körpergeruch. Ich riech nach Erdnussbutter. Ich riech nach Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Und die riecht nach Aschenbecher. Oh Gott. Auf, hier rumzuschreien. Geh dir ne Kippe stopfen. Peggy, 18. Wie alt bist du? 30. Der ist zu jung für dich. Für dich. Der sieht für seine 30 recht gut aus. Danke. Wie fällt dir die Frisur? Ja. Die Jenny hat ne Haarschneidemaschine. Ja, die Jenny holt die Haarschneidemaschine. Die ist selbst zu verladen. Nein, die hast du gerade angehabt im Bus. Ja, hab ich auch gehört. Ach, wenn ich kenne wir uns nicht? Ja klar, du bist doch die Waltraube. Wir haben uns doch im Stripclub kennengelernt. Was für Stripclub? Sag, warum schreist du? Warum in der Familie bist du? Die bitte? Dann, dann. Dann, dann. Dann, dann. Wo rennt der hin? Der steht dann nur hier. Ich hab das kaputt gemacht. Warum soll ich das Aspergerät holen? Warum warst du denn im Stripclub? Ähm, ach, das hab ich dir ja noch gar nicht erzählt. Nein, hast du auch nicht. Oh, Entschuldigung, da hab ich was. Ach nein, alles gut. Hat der tischige Damen angeguckt? Nee, ich hab sogar getanzt. Ja. Auf dem Fliesentisch. Der hat für mich, äh, für uns was. Auf dem Kaffeltisch. Oder wie man das nennt, gemacht. Nee, mit dem Glasaschenbecher. Das ist nicht freundlich. Oh, yeah. Was ist das denn? Was so geil hat das da gerade? Ey, ich war das nicht. So, wer ist denn jetzt hier der Taxifahrer oder die Fahrerin? Das ist die, die eine Frau. Nee, nee, die Frau. Wolltet ihr in den Stadtrund fahren? Ja. Okay, ja, dann komm los. Ja, aber rauchen ist verboten im Boot, ne? Ja, ist doch okay. Das ist ja die Tabakdose hier. Ja. Das wird nicht ruhig heute. Das wird auf keinen Fall ruhig. Gut. Ei, ei, ei. Das ist voll der weite Weg. Ja. Oh, Mensch, soll ich dich anschuppen? Nein, hab Durst. Dann sauf doch mal. Oh, Gott. Wer war das? Ach, das ist Schlumpfine. Wer war das? Das ist die Schlumpfine, der zerbt man das am Lachen. Ja, ja. Wenn nicht einer ärgert, sagst du mir Bescheid am Verkloppen. Ja, machen wir. Ganz viele Leute hier, die nicht auf so, die uns beleidigen. Überrollen die einfach. Ja. Wo muss ich rein? Ja, hier hinten. Ich mach mal den Motor an. Die coolen sitzen hinten im Bus. Ich fühl mich wie der Papst. Boah. Okay. Ich hab ne schlechte Nachricht. Wir müssen noch mal nach Palais. Nein, wir sind rum. Warum? Warum? Weil der Taxi das ist. Ja, komm. Dann kannst du direkt da oben die Stadtrundfahrt anfangen. Ja, Barbecue-Lunch können wir direkt zeigen. Ja. Das interessiert den. Ja. Was ist das? Wie heißt der? War erst zum Arbeitsamt. Das interessiert die Frau. Äh, was? Hä? Ja, die guckt schon. Die hat ein Tablet schon in der Hand. Ja, die muss ja mal. Wir müssen anfangen. Ich war... Ich war... ...und verletzen kann. Ähm... Ja, umfasst zur Zeit 110 Mitarbeiter, wovon 30 Ärzte sind. Dort sind sie... Und nur zwei Arbeiten. In den besten Händen. Der Rest steht im Kreis. Das haben die in Tennessee auch immer gemacht, aber das hat eine andere Bedeutung. Hier kommt das Tennessee. Ja, Germantown, Tennessee. Richtig. Mir doch egal. Wo kommst du her? Ich komme aus Arizona. Ja, wir hatten... Haben die dich aus dem Sumpf gefischt? Nee. Ich bin eigentlich vor solchen Leuten wie dir abgehauen. Hey, warum denn das? Und vor solchen Leuten wie denen da. Wer denn? Das ist Ali G. Ali G, wer ist das? Hier auf der linken Seite das neue Weinwood-Pedi-Zentrum. Zentrum der Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung. Von wegen. Kommen sie hierher, wenn sie Hilfe brauchen. Also, ich hab gelernt, dass Polizei niemals hilft. Nee, ist ehrlich so. Wie ist denn das hier so? Also in Tennessee war das Motto erst schießen, dann fragen. So, und hier auf der rechten Seite sehen Sie den wichtigsten Spot hier in der Santos, die Pazizentrale. Du hast ja das Pride Cup wieder nicht eingeparkt. Ja. Was ist das hier, äh, rechts? Bestattungsunternehmen. Auf der rechten Seite können Sie einfach... War noch ein Stück zurück. Nein, das hier ist ein Motorrad-Club. Hallo, ich bin der Horst. Hallo, ich bin Waldraut. Ich fühle mich wie der Papst, huldigt mir. Nee, das ist nicht der. Ah ja. Ich bin das nämlich innerhalb von einem wenig... Was sind denn so aggressiv? Ich glaube, dass, ähm, ja. Was ist denn mit denen? Was haben die gesagt? Ja, irgendwas mit einer Sekunde weg. Ja, die wollten uns drohen. Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist so... Habt ihr die brennende Mülltonnen nicht gesehen? Man darf nur bis dahin. Ach so, schluss. Ja, das ist, glaube ich, so ein Kinder-Rocker-Verein. Meinst du, die spielen alle noch mit Elf-Figuren? Ja, Lavek, was soll ich sagen, ne? Und ja, die spielen mit Barbies. Hier auf der rechten Seite befindet sich das Casino von Los Santos. Wow. Ein beliebter Ort für allerlei Glücksspiels. Dahinter direkt die Pferderinnenbahn. Gibt's hier Pferderinnenbahn? Kann ich hier reiten? Das kannst du auch woanders. Hey, du lachst dir eine Freundin von mir. Wer? Sie hat blaue Haare. Kann ich nicht. Ja. Wie? Die, wo sind wir hier? Was passiert hier? Ich kann nicht mehr. Warum freust du dich, dass du Arbeitslosengeld bekommen? Ich kann nicht mehr. Horst, hast du geschissen? Nein. Doch, das war der Horst. Das war ich nicht. Machst du wohl? Mach ich überhaupt nicht. Klar, guck mal, dein Rücken schwitzt voll. Voll im Qualm. Ich bin ja auch. Die laufen Heizung. Das ist gar nicht schweiß. Ich fühle, wir fahren auch irgendwie ein bisschen langsamer. Oh. Du solltest vielleicht mal im dritten Gang schalten, anstatt um im Leerlauf zu fahren. Du hast, das Ding ist, die zwei coolen Fetten sind im Bus. Nein, du nennst nicht fett. Ich meine die zwei coolen Übergewichtigen. Jetzt werde ich schon von einem dicken gedisst. Sagt man das so? Ja, richtig. Du hast gut gelernt. Was ist denn jetzt schon wieder dieses Dissen? Wenn du jemand beleidigst. Warum sagt man da, wenn ich beleidigen? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ihr wird ständig beleidigt. Danny? Ach ja. Jedet ihr gut? Ist das hier gang und gäbe? Ja. Also, wenn ich jemand beleidige, heißt das, ich mag den? Nein. Darf ich fragen, wie du heißt, mein Freund? Wenn du beleidigt wirst, ist das, dass jemand von mir abbefällt. Ah. So. Da können wir auch mal vorbeifahren. Da war ich schon mal. Da habe ich schon mal Erdbeeren gepflückt. Das glaubst du aber selber nicht. Doch. Ich glaube, du in deinem Leben arbeiten wirst. Hey, pass mal auf, Freund. Das war überhaupt so weit zu können. Na klar, soll ich dir mal zeigen, wie gelenk ich da bin? Nein, Mann, der hat so eine Müllzange in der Hand gehabt. Er hat damit die Erdbeeren gepflückt. Aber, ja. Sag mal den, ähm, Wie heißt du noch mal, du, du schöner Mann da hinten? Willi. Ich bin der Willi. Willi. Ich habe auch einen Willi. Also, was die sich bewegen kann, das ist schon, äh, eine wahre Pracht, ja. Ja. Willi. Ja, wenn du mal traut. Ja. Wenn du willst, äh, wir können ja nachher, dann kann ich dich mit ein bisschen Erdbeeren füttern, wenn du magst. Da, du bist ekelhaft, ne? Ja, gerne. Witter lieber den Horst. Die Jenny hat auch Hunger. Der Horst kann die Jenny ja füttern. Also, ich muss tatsächlich... Ich habe ihn in Déjà-vu gerade. Ich muss tatsächlich sagen... Ja. Die findest du nett, oder? Die ist echt attraktiv. Ja, das ist sie auch. Du bist zu jung, Fittich. Das ist mir egal. Okay. FBI, open the door. Was ist das hier? Wir sind Pfeil. Aus Plastik. Hier wohnt der Bones. Was? Und der Gissus. Aus Nazareth. Und der Rost. Der fetten Kamera. Das ist alles zu viel für mein Herz. Wenn jetzt Twinkie noch Pinsel eisert, dann ist das Ende. Wo fahren wir denn hin? Ja, das sind Mammutbäume. Oh je, Paul. Sind wir schon da? Mammut-Remix. Also, Sie dürften auch mein Telefon ansagen, wenn Sie wollen. Ich mache mir meinen Joint an, jetzt hier hinten. Mach mal. Im Bus? Ja, warum denn? Ich dachte, Rauchen ist verboten. Ja, Tabak ist verboten. Ja, dann gib mir doch einen Joint. Ich habe noch einen. An dir wird der Joint nicht gepasst. Du hast gelbe Finger. Das stimmt doch gar nicht. Ihr habt nicht nur gelbe Finger, ihr habt auch gelbe Zähne. Hab ich die gar nicht. Ich war bei der Zahnaufhellung. Gehst du nach Spliff, Bruder? Willst du auch mal Pinat? Nee. Wie, wie heißt du? Ich brauche keine Haarschlossgifte. Pinat? Ja. Nutzer hat sich an wie so ein leckeres Essen. Oh, Jenny. Fahr nicht so schnell. Ey, lass meine Jenny in Ruhe. Aber der Finger war schnell, doch. Die braucht dich nicht, die hat eine Haarschneidemaschine. Alleschen hier, jetzt willst du mich rauswerfen. Vielleicht. Oh, mir ist schlecht. Fahr doch mal vor. Fahr doch mal vor. Fahr doch. Fuck. Wie so die Lachseipfelballen. Oh Gott, los raus, ganz schnell. Was ist hier? Oh Gott. Oh mein Gott. Was macht die da? Jetzt klaut die ein Auto? Was war das denn? War das eine Alarmanlage? Los, Jenny, fahr in die Alarmanlage. Sankt ihr. Warte, warte. Du hast jetzt nicht wirklich versucht, ein Auto zu klauen. Nein. Doch. Du bist kriminell, das mag ich. Warum fahren wir auf dem Seitenstreifen? Weil wir so schnell sind wie ein Fahrrad. Hör auf, die Vibration, da geht doch irgendwas kaputt. Nein, die Jenny mag das. Das war sehr ehrlich. Heute wird ruhig. Cool gefahren. Ich habe Löcher in den Zähnen, damit ich Essen bunkern kann. Das macht der Horst mit dein Bauchnarbe. Ja. Das ist voll. Warum müsst ihr mich hin übermobben? Der mobbt mich doch nicht. Doch. Na. Hallo, Juri. Das ist voll viel. Ja, da dachte ich mir gerade auch wenig. Wo fahren wir hin? Irgendwo ist der hier. Ich habe vergessen, weil wo genau. Aber irgendwo ist der hier. Wo, 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 was? Wie Klamottenladen, oder? Nee, was hab ich da? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Er ist ein Tattoo-Laden hier oben und Friseur ist hier oben. Apotheke, hier rechts. Wer ist denn hier? Ja, ein Taxi-Gast. Hey, die Klappe, Horst. Hey, wie redest du mit Horst? Wenn er jetzt nicht mehr hier ist, ne? Wir sind ja direkt hier losgefahren mit Vollgas. Ich muss ja nicht, habt ihr das hier sehen? Guck mal, Peanut, da hinten links. Ich habe so ja ein eigenes Hotel. Hallöchen. Oh, Willis. Ja. Wo denn? Ich glaube, das ist ein Puff. Ach, da. Okay, ich bin noch besser zu mir. Jetzt, willkommen. Es ist ein Puff. Hallo. Hallo, ich bin der Horst. Ich bin Waltraut. Guten Tag, wo müssen Sie denn hin? Einmal zu auf der Verwehrstelle. Oh ja, klar. Boah, das wird teuer. Oh, und das wird langsam. Gott sei Dank wird hier in Kilometern abgerechnet und nicht auf Zeit. So, daher, dann stellen Sie sich einmal bitte vor. Hier ist die Selbsthilfegruppe. Oh shit. Einmal bitte vorstellen. McDonalds ist einfach gut. Ja, also, mein Name ist Jackson Pierce. Und ja, ich bin gerade... Action Jackson. Ja. Ich bin gerade aufgestanden. Was habe ich gesehen? Du hast in kleinen Alarm gepennt. Ja. Deshalb sortieren die nie die Klamotten. Das ist gut. Oh, ich kann nicht. Ich habe noch gesagt, Willi, bleib heute besser liehen. Ja. Ja. Tina. Ja. Was machen Sachen? Verbrechenreichen. Wie spät ist es? Der Bürgelladen macht gleich auf. Äh, der dauert noch 50 Minuten. Scheiße. Ja, wie Bürgerladen? Ja, hier gibt es einen super Bürgelladen heute. Ja. Die haben super Menüs. Da gehen wir gleich hin. Die Toiletten 1A. Dann ist er aber gleich pleite. Nee, der ist nicht pleite. Ja. Sag doch nicht so laut. Ich habe Hunger. Ja, wir gehen da gleich hin. Ja, ihr zwei geht voran. Ja. Du meinst die Rollen. Das war gemein. Peggy. Äh, Waldron. Nein, die heißt Peggy. Nein, die heißt Waldi. Goh, Walter. Was? Du warst bestimmt die Stärkste im Knast. Ich war noch nie im Knast. Nein, ich war noch nie im Knast. Ich kam mit Mama. Warum ausmischst du ein Zelles Auge fängst? Hey. Du schnappst, Rossel, du. Ja, das stimmt. Das kann ich laufen. Boah. Also, die Nacht. Oh. Oh, Gott. Haben wir den Kunden verloren? Weiß nicht. Nee. Nee. Sitzt er ja nicht hier. Doch. Nee, sie sitzt vorne rein. Ach so. Bei Jennifer. Ach, bei Jennifer. Jennifer? Oh, weißt du. Kunde. Selber. Lass meine Jenny in Ruhe. Ey. Ich hätte einen Spitznamen für die Jennifer. Wie denn? Ja, weil du hast gerade Jennifer und das klingt richtig romantisch. Genevieve. Genevieve. Hol mir die Champagner, die so schön gepriegelt hat in mir aus deinem Bauchnabel. Ja. Oh, oui, oui. Oh, la, la. Herr Kommissar. Willst du was aus meinem Bauchnabel haben, Tina? Nee, lass mal. Oh, Le Baguette. Das ist ja bestimmt noch so ein Auswechselreifen drin. Oh, ich habe für euch. Ich komme mal gerade. Warte, was habe ich denn noch hier? Le Baguette, le Zigarette. Nee, da ist auch nichts. In der Falte ist auch nichts. Houtkoutür. Oh, da hat er nach rechten Titte. Houtkoutür für zu dir. Da, da, da. Ich habe einen Gummibär gefunden. Von wann? Das ist kein Gummibär, das ist dein Kondom. Oh Gott. Was ist denn ein Kondom? Der Wolf hatte doch nie Sex. Warte, der Wolf. Wohl. Nee. Doch. Mit welchen? Ja, bestimmt irgendwo im Internet oder so. Was ist denn dieses Internet? Herr, guck mal auf dein Handy. Äh, Tina. Ja. Ich habe, ich hatte mal eine Freundin. Ja? Ja. War die in Walter Vorkraft? Hat die auch Fortnite-Dances gemacht? Die hat immer mein Zimmer gesaugt. Was hat die in deinem? Die hat mein Zimmer gesaugt. Dein Zimmer hat die gesaugt. Ich weiß, was der Horst meint. Er meint den Staubsauger von Oma Waldi. Ja, ich bin nach unserer Oma benannt. Reine Schande. Ja, sie war hässlich. Ja, so wie du. Hast sie geerbt. Also ich würde nicht lachen, wenn meine Zähne vorne wackeln. Total so trägt sich aus. Was ist die Scheiße? Du kenn ich dich ja ja nicht. Ja, wenn ich drei Tage im Hotel bin, dann bin ich on fire. Wenn ich wiederkomme. Herr Bienert, das kenn ich. Ich war eben auch on fire am Klo. Warte, warst du da auch on fire? Hast du gerade Penis zu fressen? Warum hat die vor dir eine Kippe geraucht beim Kassen? Oh, meine Herzen. Meine Herzen. Ja, bestimmt. Eine goldene Stopfmaschine. Die legt den Zabak über Verheizung. Oh, bitte nein. Oh, bitte nein. Oh, scheiße, ich bin nass. Ich bin jetzt schon nass. Wie, du bist nass. Bah! Hast du die Haarschneidemastmaschine von Jenny gefunden oder was? Ich kann nicht schmerzen. Der E-Mann hat das gesagt. Wie kann man so hässlich sein, wenn man lacht? Ja, brauch dir nur eine. Scheiße. Zum Glück hast du billig Make-up. Das verschwindet nicht so. Penis? Ja? Ich hab gerade irgendwie ein Deja-Vu. Ich hör nichts mehr. Hier lachen alle. Ich sag, ich hab ein Deja-Vu gerade. Oh, Gott. Oh mein Gott, hier ist eine Fliege. Nee, hallo. Hab sie. Hab sie. Nimm nicht, Gekko. Oh, da ist der Bodo. Aua. Willi? Waltraud. Du bist doch so ein erfahrener Mann. Ja? Oh Gott, was kommt jetzt? Was soll ich denn? Oh mein Gott. Kaboom. Mit elektrischen Zahn wirst du anfangen. Mit einer elektrischen Zahn? Könntest du dir mal die Zähne putzen? Das wäre schon mal ein Handfeind. Ich wäre vom Vorteil. Der, der, der Ivan hat gesagt, ich soll die mir kaufen, aber nicht für die Zähne. Für was meint er das? Der Ivan? Der, der, der Ivan Gelski. Kann ich nennen. Das ist ein Hohle. Ich glaub, du kannst... Warum schrei nicht sagen, meine Köln-Meister? Was hat die, was hat die Jenny jetzt gesagt? Keine Handfeind. Ich weiß nicht. Jenny, was hast du jetzt gesagt? Du kannst das so beim Haare machen und dann kannst du doch keinen holen. Jenny, warum hast du eigentlich Forrest Gump verlassen? Und warum hast du den Kind dann gedreht? Scheiße. Warum bist du dann mit dem Bus weggefahren? Ja, warum? Der arme Typ, Alter. Lacht die Dinge in unseren Witten oder war die Gesichtsspiegel in den Fenster Scheiß? Nein, schlag uns voll. Fien hat bitte. Fien hat doch ein Kippchen gemacht. Gar nicht. Nein, ich mag ihn mit seinen Sprüchen. Ja, nur weil du diesmal nicht das Mobbingopfer bist. Ja. Oh Gott. Der kriegt auch nur sein Fett weg. Das habe ich schon weggekommen. Ich habe schon über 200 Kilo weggekommen im Flugzeug. So. Ja. Der Kunde denkt sich nur so, what the fuck, Alter. Ruf mir wieder Taxi. Ja, ich bin. Aber jetzt mal kurz ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen Piano jetzt. Ja. Oh yeah. Einmal die Karte einsteigen, Geheimzeilen geben und Lukas steht Team mit Branko. Danke. Wünsch ihn auch. Ciao. Will einer von euch zufälligerweise fahren? Nein, nein, du machst das super. Ich würde mich gerade ganz schnell hier hinhauen. Hast du einen Führerschein? Ja. Oh Gott. Ja, vom Flughafen. Klar, den Führerschein. Bitte. Du darfst sogar Jet fliegen, Junge. Hallo. Hallo. Was willst du? Ich will mal kurz... Nix, du gibst keinen Haier jetzt. Doch, gerade mal zwei Minuten. Dann dürfen sie fahren. Warum? Waldraut. Ja? Der mobbt mich. Ich will mal kurz mich ganz schnell hier im Nickerchen machen. Ja, okay, ich warte. Bis gleich. Zwei Minuten, Kollege. Ja, tschüss. Warte mal, du penstelst hier im Bus? Ja. Ja. Geh doch in den Gebüsch. Wenn ich knascht, dann wird's schwer. Hab wenigstens Anstand und geh in Handschuhfach. Will jemand eine Blutwurst? Oh ja. Nein, willst du eine Blutwurst? Bitte schön. Ja, bitte schön. Der eine Spacko von Ihnen hat mir den zugesteckt. Ja, klar. Aber... Hier. Dankeschön. Warte, wer fährt jetzt die Karre hier? Ich. Ach du Scheiße. Das wird lustig. Ich bin Profi-Rennfahrer. Ich hab das Gefühl, du kannst gut Auto fahren. Du siehst auf jeden Fall so aus, das hättest du eine Skarren besucht. Scheiße. Bitte nicht. Ich schwitze doch jetzt schon. Läuft doch schon wieder runter. Ja, der fehlt echt. Die macht sich die Haare schön. Den Zopf wieder richtig. Warte, ich guck mal mal, wie alles in Warnung ist. Hast du, Jamie, Angst davor, Janie? Hä? Hast du... Macht dir das keine Angst? Was denn? Ja, weil du so nach links guckst und deine Zukunft siehst. Die Uhr tickt, Fräulein. Die Uhr tickt. Warte. Guck mich mal an. Peggy 16. Oh oh. Wieso? Die Waldkron ist so eine Jode. Was ist das? Eine Jode, das sagt man als eine gute. Ja, ja. Ja. Twinkie ist eine gute. Ja, das auch. Wer ist das? Das ist meine Frau. Oh. Sieht die so aus wie du? Hübscher. Das... Okay. Ja, ja. Was sah die Stimme da drinnen? Genevieve. Genevieve? Genevieve. Parle-Bouf-Fonse? Mademoiselle? Haribo, c'est-bo-la-vie, pour le grand et le petit. Ja, genau. Ach, das war rabisch. Wann fahren wir weiter? Ja, wenn mein Horstie wieder da... Wie ist das jetzt doch dein Mann? Nein, aber mein Bruder. Also, das ist dein Mann. Nein, um Gottes Willen. Den werde ich nicht mal mit der Kneisszange berühren. Hä, warum? Ich habe die gleiche DNA. Ihr seid praktisch die ein und dieselbe Person. Ja, nee, zum Glück nicht. Einen wunderschön guten Abend, Taxi Downtown. Jenny Jensen am Apparat. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Jenny Jensen, Alter. Das klingt wie der Pornoname. Okay, alles klar. Coole Mädchennamen. Was? Das ist auch sehr witzig. Bitte. Peanut. Peanut. Da legt einer ein und ist es los. Ich habe jetzt schon gehabt Schmerzen. Ich gucke wieder Urlaub. Ich habe schon ein Sick-Pick vom Lachen. Wieso? War man an der Tankstelle oder war der Kopf? Ich habe es nicht bekommen. Kannst du mal wenigstens eine? Oh, nee, da kannst du ja gar keine da hinten schmeißen. Ja, jetzt komme ich auch auf Tour. Oh, Willi. Oh, Waltraut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will dich doch erst mal richtig kennenlernen. Oh, das hat ja nicht, Willi. Ne, meinst du denn? Ne, Mann. Kennst du diese Abschreck-Bilder auf den Kippenschachteln? Das ist alles die Frau da vorne. Auch die Zähne? Ja, alle. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die mit ihrem Cola-Zahn. Frau, die meinen das nicht so, hörst du? Ja. Die isst eine Banane, da bricht die Backenzahn weg. Jetzt bekommt ihr erst alles wieder andauernd, wenn ich beleidige. Jetzt mache ich auch mal. Ich habe dich noch nie beleidigt. Ich kenne dich doch gar nicht. Was? Ich habe dich noch nie beleidigt. Was? Ich habe dich noch nie beleidigt. Nochmal? Halt mal. Wer steckt fest? Wer steckt fest? Day Day, Dankeschön für den Gifte Zap. Jay, Dankeschön für die Gifte Zaps. Und Dankeschön für den Wees Up Day Day, den sechsten. Grey Dancer, Dankeschön für den Prime, fünfzehnten. Nixen, Dankeschön für die 1000 Bits. Und nochmal 300, glaube ich, ne? 1300 Bits, vielen lieben Dank. Keldin Farbe, Dankeschön für den Wees Up Prime, den sechsten. Hallo. Hallo. Schwarzlicht, danke für den Wees Up Elften. La Cruz, Dankeschön für den Wees Up 24. War gut das, Niggarchen? Ach, Horst. Young, Jubaui, Dankeschön für den... Bin der Willi, ne? Kannst du sagen. Kinsey, Dankeschön für den Prime 23. Hallo. So. Und Fedias, Dankeschön für den Wees Up 27. Hallo. Tag, Meister, Jepin. Ja, kannst du das... Vibe, danke. Ali, we are projects. Danke. Und Kuss. Ernie, danke. Bakino, Dan Mack, Michael Redd. Danke, 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 danke. Aber bitte vorsichtig fahren. Kinabin, danke. Simpo, danke. Ich hab da vollstes Vertrauen in Sie. Ja, das ist gut, doch. Hallo, Jenny. Hi. Jenny, ich hab grad von dir geträumt. Nein, ich hab... Ich hab sogar ein... Äh, warte mal. Hast du ein Gedicht geschrieben? Horst. Was denn? Also, Entschuldigung, dann mach erst das Gedicht und dann gebe ich dir Jennys Telefonnummer. Hallo, stopp, 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 Willi. Jenny, ich hab ein Gedicht für dich. Ja, dann hau raus. Äh, meine drei Gedanken, ich mag dich. Meine drei Worte, ich liebe dich. Und meine vier Tatsachen, ich krieg dich nicht. Außer mit Pyroform. Boah, wein. Ey, das ist nicht lustig. Peanut. Nein. Was denn? Das ist nicht lustig. Ja, war doch schön, oder? Ja, das ist... Horst, ich bin ganz stolz auf dich. Nee, das ist nicht lustig. Was? Das ist der schwarze Humor. Oh, was? Horst, hau dir selber auf den Mund. Warum? Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das mit dem Kloform. Ach so. Das ist in keiner denkster Weise in irgendeinem Universum lustig. Ich warte mal. Ich weiß, entschuldige. Jörg. Hallo. Was war das denn? Jörg. Was machst denn du da hinten? Ich wurde an... Schattenwolf, ich bin nicht der Erste, der Pads spielt auf irgendeinem Server. Hallo. Hallo. Ist nicht meine Idee. Hallo, hier ist der Horst. Hinter uns. Hinter uns. So dieses RP-Stark, das ist viel schöner als dieses... Warte, ich hau mich jetzt erst mal selber. Die ganze Stadt wird überrannt von irgendwelchen Model-Charactern und so. Und alle halten sich für den Tollsten. Wo fahren wir hin? Was ist denn hier passiert? Oh, was ist denn hier los? Hallo. Platz dann. Wir gehen aber für die Leute tanken. Ja, Sophie, ja. Das dachte ich mir auch. Ihr Pferd überhaupt. Ich. Oh Gott, habt ihr die Geisteskrankung an Steuergelaufen? Es gibt kein Gangshit mehr. Du weißt, dass ich die beste Fahrerin in Tennessee war. Ach so, die Pferde. Du warst auch das beste Huhn im Stall. Dann will ich nicht die anderen sehen. Oh mein Gott. Oh, Brie. Wie fahren wir hin? Willi? Ja, Willi. Och nö. Willi. Die Ärzte, Bruder, antwortet nicht. Hallo. Der Dicke ist im Sitz eingeschlafen. Äh, Waltraud. Ja? Hörst du mich? Ja. Okay, war das... Willi. Was denn? Willi? Willi? Willi. Ich glaube, der ist auch eingeschlafen. Ja. Ich sag doch, der fette schläft. Hä? War doch klar. Hallo? Hallo. Jetzt könnt ihr mich hören? Ja. Hallo? Ja, wir können ganz Zeit hören. Ja, ach so, weil mir keiner die Antwort hat. Ich hab schon wieder gedacht, ich stehe ein Frosch im Hals. Ja. Hallo, ich bin's, der Frosch. Hallo, Frosch. Hallo. Das hat keiner verstanden. Boah. Du kannst mich auch küssen, ich werde auch zum Frosch. War mir eigentlich schön? Too much. Was? Wie too much? Parkhaus 90. Oh, guck mal, wie schön hier. Äh, Jenny. Hör auf, Jenny. Hör auf, jetzt. Oh, Jenny. Oh, Jenny. Alles okay? Ja, ja, ich hab meinen Cookie wieder hochgewürgt. Ich hab toll. Oh, okay. Also bist du auch so ein Wiederkäuer. Ja, ja. Ja, hallo. Hi, bin der Willi und wer bist du? Ich bin Peanut. Hallo Peanut. Oh, du bist auch mein Freund. Willi. Ja, Horst. Ja, kann mal. Da sieht Jenny. Hat die, hat die, hat die einen Ehepartner? Nein. Links, links. Nein. Nicht nur einen. Ach so, so eine ist das. Das einer. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin der Horst. Komm mal ein, steig ein. Jetzt willkommen in der Selbsthilfegruppe. Ach so, warten Sie, stecken Sie vorne ein. Oh, okay. Oh, tschüss. Wo müssen Sie hin? Ich glaube, erst mal lässt er den verschnaufen. Der ist gelaufen. Der sitzt vorm Horst. Da würde ich auch erst mal nicht reden. Da würde ich erst mal identifizieren, ob hier eine Leiche liegt, warum das stinkt hier. Sag mal, sucht ihr noch Praxifahrer? Echt nicht cool. Ne, wir suchen glaube ich keine mehr. Ne, aktuell nicht. Geht auf Werberfeld. Oder holt euch eine Spitzhack und geht Zement machen. Bestand. Das wird mir auch empfohlen, als hier gelandet, Ben. Hä? Ja, ja. Beton soll ich machen mit einer Spitzhack, hat er gesagt. Okay. Am Park. Da erzählt man sich immer komische Sachen. Hallo, der Herr, hören Sie uns. Hallo, soll ich meine Arme heben? Dann fickst du dich an, zu reden. Du hast so eine grauenhafte Jackenflache. Wie kannst du reden, wenn du keinen Kaffee trinkst? Das ist gar nicht möglich. Oder ist das ein Dosentelefon? Wie ich dachte, das hätt schon längst getan. Oder warum riechst du wie ein offenes Alter sein? Ja, das ist bei mir so, das ist wie so ein Rinzal. Die ist dann immer raus. Wie so ein Rinzal. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, wir warten, wenn der Kunde sagt, wohin er will. Hallo. Aber der hat keinen Bock, mit uns zu reden. Hey, du. Hallo. Hallo. Ah, hey, hallo. Assalamu alaikum, Rubibi. Wie heißt das? Tujuk. Wie sprichst du das aus, Peanut? Was? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salami. Was? Ja, salami. Ja, was? Ja, salami. Was ist das überhaupt für eine Sprache? Das ist Deutsch. Europa kommt da. Also einen wunderschönen guten Tag hier, Herr Taxigast. Wo müssen Sie denn hin? Ich muss zum Parkhaus 14. Ja, mal fahren wir dich da hin. Das ist richtig voll hier. Anschnallen. Ja. Muss ich mich echt anschnallen? Nein. Hier gibt's gar keine Gurte im Bus. Weiß ich gar nicht. Also, ich hab da die Gurte schon mit benutzt. Wo müssen wir denn hin? Das ist da hinten, äh, ein Treppus. Parkhaus 69. Hey, weißt du, der Kälfte 2, die 69. Auf in die East-Seite, bitte. Och, nö. Sieh doch Schutzwesten an. Warum? Was ist denn da? Gefährlich. Echt? Da wohnen die Asikseite. Wo wollt ihr jetzt hin? Horst, guck mal. Was denn? Guck mal zu mir. Wir fahren jetzt in die East-Seite. Warte. Grimst mal? Ja, mach ich. Dein schönstes Grimsten brauch ich. Ja, hab ich. Aufgesetzt. Oh. Was brauchst du denn das als Verhütungsmittel? Oder? Als Abschreckung. Kann man nur so viel lachen. Kann man so glücklich sein. Ich weiß es auch. Das macht mich depressiv. Das Schlimme ist, die Lache, die hört sich an, wie wenn du in Tennessee bei uns so einen Traktor anmachst. Du bist so. Hose, wie hier nur gelandet, Willi. Ach, Willi. Ich hasse dich. Küss den doch. Ich weiß. Stell dir mal, ich will dich vor, so einen Traktor und dann die Lache dabei. Klingt so, als würde der nicht anspringen. Nee, ist ein Zweitakter. So ein Baumarktroller. Der mit 9-Volt-Batterien läuft. Ja, ich bin am Schwitzen. Nee, das ist nicht schlimm. Ja, man rüschelt. Ja, schon wieder. Das ist nicht schlimm. Ich hör nichts mehr. Verbindung schlecht. Hallo? 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 Hallo, kam ich hier? Hallo? Was geht ab hier? Warum ist das lustig, Alter? Was steht das nicht? Bei euch kann man ja alles sagen. Die lachen immer. Die hört gar nicht mehr auf zu lachen da vorne. Candybox. Was? Candybox? Der steht da oben. Oh, da hängt einer von uns. Wir müssen ihn runterholen. Wem willst du einen runterholen? Warum soll ich das fragen? Willst du einen runterholen? Da hängt einer von uns, habe ich gesagt. Wieso, wenn ihr hier jetzt die Gespräche aufbaut? Ich bin klinisch tot. Nicht nur klinisch tot. Kriegt man gar nicht. Du hast auch nur ein Herdbeer, wenn eine Kippe angemacht wird. Wo besorgst du eigentlich den ganzen Vogelsand für deinen Aschenbecher? Ich kann nicht mehr. Dann mach doch nicht mehr. Mach doch Pause. Stop. Get some help. Versuch es doch mal mit zwischendurch atmen. Oder duschen. Wäre auch mal was. Das ist groß. I smell funny. Warum bin ich da jetzt schon wieder? Weil du immer stimmst. Nein, du stimmst. Tut er gar nicht. Der riecht nach Ulf auf Olaf. Ach shit, ich hab dich verfallen. Ich hab mal eine Frage. Kommst du das vor? Unfall. Der ist für Unfall. Hallo. Oh mein Gott. Ich hab mal eine Frage. Kopierst du so vor oder bewegen wir uns in Slow-Mo? Ja. Was ist diese Slow-Mo? Der Bus hat nur zwei Gänge. Achso. Ah, okay. Patty Jenny schon wieder? Nee. Okay. Dann Waltraud. Drück ins Druck. Ja, ja. So, jetzt muss ich wieder. Och du Scheiße. Ach du Scheiße. Nicht ins Ghetto. Aber wir haben Panzerglas, ne? Ich hoffe. Ja. Was geht? Sonst sollen wir uns schon mal in den Gang schmeißen, Peanut? Bist du verrückt? Ja, dann... Dann bau uns dein Ding als Hello, Alter. Ah, hier sollte man mein Bett sehen. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Und so doggy dog. Hey Peanut, da haben wir aber was gemeinsam. Warum? Hast du auch in deinem Wasserbett Cola drin? Was für Cola? Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe da deine Person in meinem Gehirn drin. Ja, Bea. Cool. Hallo, Bea. Oh Gott. Ich habe die ganze Frau rein. Das Handynetz ist schon wieder abgestürzt. Okay, ich kann jetzt schon sagen, Beste Taxifahrt ever. Äh, das ist... Ja, fahr doch mit uns weiter. Oh Gott, Achtung! Oh Gott, Achtung! Ich habe gerade noch gesagt, dass du zu fahren bist. Oh Gott. Ich habe gerade noch gesagt, dass du zu fahren bist. Du weißt du, meine Tüte. Ja, schwer zu fahren, wenn man ein Glas Auge hat. Oh, warte, ich habe nicht geguckt. Das ist für die Bucht. Also Peanut, auch wenn du mich ärgerst, ich mag dich. Ich mag Peanut auch. Oh, Peanut, hast du das gehört? Nee, ich habe nicht so gehört. Die Waltraud hat gesagt, die macht dich, auch wenn du sie immer ärgerst. Dann pack uns den Kuchen, Twink und mir. Okay, mach ich. Aber ohne Pfeile, dann sind wir sie nicht im Knast. Das ist die Mutter von dem Panzer knackern, Junge. Ich auch, Horst. Winnie. Ja, Horst. Wo bin ich hier gelandet? Moment, ich muss noch einmal gehen. Los Santos. Queen Stargo Nacht. Okay. 1870 Dollar sind das, oder? Nee, das sind, ich glaube, da steht 2,5. Okay. Dankeschön. Was könnte denn das auch doch so, Hörstecker? Hat voll gewackelt. Ich dachte schon, Erdbeben. Bitteschön. Okay, schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch viel Spaß und vergesst den Herrn da nicht. Ach so, oh. Horst, was machst du da? Irgendwas aufsammelt. Was macht der da? Was er da aufsammelt? Wo ist der? 2,500, ne? Ja. It's only game. Horst, hör auf an die Steckdose zu lecken. Also ich würde hier gar nichts anlecken in der Gegend. Was? Was macht der da? Der drückchen wie ein Berg, ne? Der ist Missy Mountain, junger. Wie kannst du den Berg überhaupt sehen bei den ganzen Bäumen hinten drauf, bei der Behaarung? Der hat doch ein Hemd an, ich seh keine Haare. Oder hast du ja was die Farbe und den Nacken? Siehst du nicht, wie die aus dem Nacken auch hochsteigen? Oh mein Gott. Hau auf an die Steckdose zu lecken. Was macht der da? Hoffentlich explodiert das jetzt. Ja, warte, muss ich hier den Schalter einschalten? Oder besser, ne? Ah, sie ist im Brennpunkt. Oh, warte, ich stell mich dazu. Sie sind vollständig voll tätowiert, genau. Ey, also hier seht ihr, ne? Die Leute, komm. Was hat die denn für ein Problem? Die Kippe kann man aufheben, wenn die runtergefallen ist. Warte, ich rauche meinst du? Endlich frische Luft. Wie lange sitzt ihr denn da drin? Boah, seit sieben Tagen oder so. Wie ist ihr Name nochmal? Mein Name? Alan, Alan Bogan. Achso, wo? Wildegard? Sie sind ja eher so aus wie so, 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 so eine US-Seller oder so. Das ist die Jennifer. Nein, nein, die Frau da vorne. Achso. Boah. Hä, hast du dich die ganze Zeit ihren Namen gesagt? Edeltraut oder so? Wildtraut. Wildtraut. Ich wollte gerade sagen, die haben den Namen vergessen. Ich werde jetzt weiter, bevor es dir Ärger gibt. Du bist Peggy. Du bist Peggy. Nein, ich heiße Waldi. Ciao, ciao. Aber Peggy würde auch voll gut passen. Doch, Peggy, du heißt Peggy. Nein, ich weiß nicht. Peggy, sie haben immer solche Trumpfhosen an. Ach, du Scheiße. Du hast den Ring geklaut. Den habe ich nicht geklaut. Ist ein Erbstück. Du hast geerbt. Einen Haufen Schulden, so wie es aussieht. Pass mal auf, du es klatscht gleich, aber kein Beifall. Kannst du bitte in eine andere Richtung sprechen? Nein, ich komme sogar näher. Oh mein Gott. Ich bin voll der Schwanz. Ich will die Hilfe. Die haucht mich an. Ich bin jetzt laufender Alkoholtest. Hallo. Oh Gott. Hallo, Willi. Willi, was machst du? Danke übrigens für die Subs und Resubs. I appreciate it. Merci. Aber ich bin auf LP konzentriert. Komm weg. Geh weg. Geh weg von mir. Ich bin schneller als du. Ja. Hau ab. Ja, kein Ja, kein Weg, Ja, kein Geh weg. Geh Hilfe. Oh mein Gott. Merk doch nicht Ihre Bestellung, bitte. Hauf mir in die Ratsche rein. Ich hätte gerne eine Cola. Nicht mal, wenn du die letzte Frau auf der Welt wärst. Nicht mal dann. Ich stelle doch für Horst. Das wird einfach aussterben, die Menschheit. Ich stelle doch für Horst. Was bestellst du? Äh, fünf Big Mac, bitte. Big Mac? Und fünf Liter Cola. Der ist nicht hier. Das war Monte, der Big Mac. Den verstehst du nicht. Du kennst nicht den neuen Gossip. Kannst du aufhören, an deinem Finger zu lecken, bitte. Du bist eine Hexe. Geh weg. Oder gib mir deinen Goldschmuck, Hexe. Ach, du Scheiße. Du bist alt. Du bist alt. Und du stinkst. Tina, das ist die 24, deine Lieblingszahl? Ja. Warum? Weil du so viele Burger schaffst, ohne zu kratzen? Ja, weil das mein Rekord ist. 24 Sekunden. Bis was? Ich geh nichts an. Was ist mit deinen Augen? Wieso? Weil du bist komisch. Das sagen mir viele. Ja. Du musst echt mal zum Zahnarzt. Ehrlich jetzt. Das ist kein Witz. Das sieht schon richtig böse aus. Hexe, ich sollte mir eine Brille zulegen. Nicht nur eine Brille, ich würde eine Maske kaufen. Ich würde mir eine Burka kaufen, nicht nur. Jetzt geh weg. Wir haben keinen Methadon mehr. Hau ab. Geh weg. Will die Hilfe? Hi, Willi. Na, Süßer? Ach, du Scheiße. Dich kann man auch einen Kronkorb bezahlen. Was ist denn schon wieder los hier? Oh, Pizza. Oh, kurz Pause, Alter. Teams wie kackt wieder ab. Tardino, danke für den Prime im 14. Und Topsen, danke für den Prime im 23. Yahoo. Und Naxalos, danke schon für die USA im 28. Und mir, Marie, danke schon für den Prime. Und herzlich willkommen. Und Dennis, danke für die USA im 34. Und danke, danke für den Prime im 15. Es ist nur ein ruhiger Abend heute. Das wird wohl, wenn der Pinsel noch kommt, Alter. Halbe Stunde kreis der Pizze im Spann, ja. Leider ist das immer so mit dem Team Spickmann abends. Ihr könnt euch ruhig ein Tinkepäckchen nehmen. Shit. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Glaubst du, dass der kommt? Weiß nicht. Kann sein. Kann aber sein, dass der Halsschmerzen hat. Dann soll er sich lieber ausruhen. Bringt ja nichts, wenn man gezwungen, der Pizze spät. Ja, habt ihr Spaß? Ich auch. Pinselrichtiger und Stichlässer. Ja, der Pinsel hat irgendwie so Polenallergie oder sowas, ne? Kommt nicht vom IP, diese Salzgassen. Ich finde, wir lassen Horst einfach hier. Nein. Nee, komm, wir doch nicht machen. Nein. Wir sind hier im Geltung. Soll der einfach anrufen, wenn er da ist, ja? Wenn er sich erholt hat. Nein. Ach du Scheiße, ich höre die Baustür. Was klimperten darfst du? Handflaschenbeißen? Jetzt riechst du auf Krawall. Jetzt riechst du auf Krawall gebürzt. Du solltest mal zum Büdchen. Du musst die Bierpollen abgeben. Aha. Ja, schlucken kann ich. Brrr. Solltest lieber gurgeln und ausspucken, als du einen besseren Atem. Ach. Ach, Scheiße. Versuch's noch mit Menthol oder so. Halt's ja doch in den Zigaretten. Ja, stimmt. Stimmt, Willi. Stimmt. Komm her, gib raus. Scheiße. Warte, Gora, die hätte ich richtig auf Wolle genommen. Kopfball. In den Winkel. Enzo? Ach, Scheiße. Das Handy jetzt hebt mir auch schon wieder am Sack. Was denn? Oh, hoha. Oh, warte, Enzo. Ich muss auflegen. Ich krieg gerade... Ich krieg gerade... Oh, ha. Oha. Ist das die Welle? Egg your ass. Show me what you got. Oh, warte, warte. Mal gucken, ob ich es noch kann vom letzten Mal. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Oh, Waltraud. Da hängt der Bock hoch. Ekelhaft. Waltraud. Das ist nicht jugendfrei. Ich will das nicht sehen. Das ist nicht jugendfrei. Warum guckst du sie an, deine Zukunft? Oh, doch. Hast du gesehen, Jenny? Auf gar keinen Fall. Du, das ist... Oh Gott, das ist nur für Erwachsene. Aber die sieht echt aus, als wäre das deine Mutti, ne? Ja, ich will... Die Augen, ne? So eine gewisse Ähnlichkeit. Dieses... Ich habe auch so einen leichten Silberblick, die du hast. Dieses Strahlen. Das Löschel hat sie auch von mir. Ja. Ich glaube, das gefällt dir nicht so. Oder die hat gerade Flashbacks. Nein. Warte mal ganz kurz. Frau Waltraud, sie und ich, wir haben überhaupt gar nichts gemeinsam. Wollte ich nochmal kurz festhalten. Schau auf den schönen Popo. Nein, auch nicht. Nein, das musst du erst mal anpringen, um so einen Arsch zu bekommen. Da musst du erst mal 20 Jahre auf der Couch sitzen, ne, Baby? Damit der sich so formt. Ja, sowieso. Mann, die Gasse, ich dachte, du wirst hier ab, jetzt gibt's da. Hallo. Was denn? Ja. Ich bin doch lieb. Mann, du bist heute voll sauer. Was ist los? Du bist ja denn sauer, der ist doch glücklich. Nein, du bist nur am, deine Keule überall am rumschwingen. Was? Was mache ich? Ja, überall, die ganze Zeit. Das kannst du so nicht bringen. Was mache ich mit meiner Keule? Die Leute haben auch Gefühle. Ja, aber wieso? Wir können doch, heute ist doch... Das Ding hat doch keine Gefühle. Hey, sag mal jetzt recht, aber beim nächsten Mal fängst du dir eine Freundchen. Was fange ich? Na, Respekt, Chelle. Ach so. Boah. Heute ist doch alles für, äh, für Erwachsene. Ist doch heute, oder? Geh aus der Sonne, du Klappsparten. Ah, sag mal. Oh, au. Warum haust du jetzt den Willi? Ja, der Willi kann echt nichts dafür. Oh, Lesbingbrüllung, oh, ich schlage. Was ist denn daran so lustig? Einfach Stille und dann... Ich würde nicht so lachen, hätte ich Schmuck aus dem Kaugummi-Automat. Aber ich haue auch Männer. Alles gut, Liebchen. Küss den mal. Oha. Oh mein Gott. Ja? Wie schnell würde ich desinfizieren. Schmeckt wirklich nach Menthol. Wo ist denn jetzt der Horst, Mann? Wir fahren jetzt ohne Horst. Ich hab bisschen Angst. Kannst du dir mal anrufen? Boah, guck mal, wenn ich hier so stehe... Dass die überhaupt das Handy bedienen kann. Wie eine bronzische... Der hat aber so eins mit großen Tasten, glaube ich. Hey, sag mal, jetzt ist aber Schluss hier. Ja, okay. Entschuldigung, wenn der die Vorlage... Entschuldigung, Sir. Schnell an, Willi. Die Scheibe zahlst du. Das war ich nicht. Klar warst du, oh mein Gott. Die ist geplatzt, weil du reingeguckt hast. Genau wie jeder Spiegel in deinem Leben. Die Arschloch. Oh, die ist ja noch nett. Oh, doch höflich. Ja, warum sind die Türen denn auf? Eine Arbeitsamtschlange. Bitte eine Nummer. Kann ich deine Nummer bitte haben? Ich habe das Essen noch mehr als stehen lassen. Ich bin nicht böse. Ich mache nur Spaß, okay? Ich meine das nicht ernst. Ja, ist gut. Nein, da ruhig ein Aschenbecher. Was, nass? Hast du nasser Aschenbecher, Isa? Ja, ja. Dann kriegst du ein bisschen besser ausgedrückt. Oh, Horst ruft ein zurück. Horst, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Der Horst hat auch so einen Stock, damit er sein Handy bedienen kann, wenn er die Tassen nicht drückt. Hallo Horst, wie ist denn mit der Blick? Bis gleich, Horst. Heute ruhig, Willi, heute ruhig. Ja, heute machen wir richtig ruhig. Aber du romantisch. Ich habe immer die Hoffnung, dass der Bus irgendwann mal umkippt in die Kurve. Warum macht der einfach nicht? Warum soll der umkippt? Einfach so. Ja, weil du auf der rechten Seite bist. Ja, also ich teste das. Wie weit man mit dem in die Kurve gehen kann? Vor allem im Auto. Oh, ja, setz dich schon Jenny, die wollte mich da fluchten. Geneviève, das ist Horst. Horst, fein geht ein Jojo. Aber Geneviève, das ist nicht der Horst, das ist französisch, das ist der Horst. Lass den Horst in Ruhe, wenn er vorne sitzen will. Soll ich zu dir kommen, Jenny? Nein. Okay. Lass mich mal. Warum steig die Scheibe jetzt nicht auch los? Steig lieber auf der anderen Seite. Wegen der Gewichtsverlagerung oder was? Das ist nicht nass. Wann könnte es passieren, dass wir umkippen? Hallo. Ja, hallo, mach doch die Tür einfach auf. Soll ich dich mal schützen? Hast du kaum Wummi hinterm Schuh? Ah, guck, ist doch auf. Jetzt musst du nur einsteigen. Okay, Horst, hör mir mal zu. Der passt nicht mehr durch die Tür. Der passt nicht mehr durch die Tür. Mann! Du Scheiße. Lang her, verdammt lang, verdammt lang, verdammt lang her. Meine Mama mag Marmeladenbrot. Er mag Marmeladenbrot. Aber ohne Stücke. Die fühlen sich im Mund an, als wenn man das Popel kam. Geh mal auf die andere Seite. Nein. Lass mich nur. Hallo. Was willst du? Ich mach gleich den Motor an. Und dann geht's los. Aber der ist doch schon an. Was lass dir noch vorne sitzen, Mensch. Er himmelt dich schon die ganze Zeit so an. Ist mir doch egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Warum? Roboter mit Senf. Warum willst du mir jetzt einen Kopp machen? Präsenz, Mann? Ist mir egal. Pfannkuchen im Toaster. Ist mir egal. Ist mir egal. Pentholt, Zigarette. Horst, was isst du denn für eine Marmelade gern? Was? Erdbeermarmelade. Mein Papa hat das Piratenblut genannt. Piratenblut. Mein echter Pirat sticht auch mal ins Rode mehr. Oh, bitte. Okay, jetzt wird mir übel, Alter. Ey. Waltraut. Ja, Horst. Wartet der. Wir hatten doch mal jemanden kennen. Der Ivan hat doch mal was gesagt mit so dicker Luft. Ja. War das auf mich bezogen? Nein. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Kunden? Äh, nee. Wir haben die ganze Zeit zwei Kunden hier. Was ist das? Wir finden die Psychiatrie nicht. Oh, ich weiß, wer die ist. Ich muss grüß. Aber hey, Leute, ich mache jetzt Feierabend. Ey, warum? Wie du machst Feierabend? Ist doch gerade so schön hier. Ja, aber ich... Weil die romantische Stimme... Jenny! Kann ich nicht. Jenny! Komm noch ein bisschen. Wollen wir beide mal mit... Oh! Das war Horst. Das war kein Pups. Das war ein Niedersessel. Wir sind hier mobile Shisha-Bars. Scheiße. Oh Gott. Kommt der mit seinem Fahrrad her? Da läuft jemand über die Straße. Überfahren. Nein. Hallo, wo war ich denn hier? Nein, nein. Gib dem ja kein Geld. Der kommt immer wieder raus. Das ist der Mann, der mich töten wollte. Was? Der wollte dich töten? Ja, Horst, verteidige mal deine Frau. Da war doch der Abdi. Keiner töten meine Frau. Horst. Fäts auf. Oder du willst doch einen Korb. Jenny? Ihr Korb. Nein, was für Korb? Machst du jetzt wirklich Feierabend? Ja, ich wollte eigentlich Feierabend machen. Aber ich wollte noch ein Stückchen. Okay, dann fahren wir noch ein Stückchen. Nein, wir fahren jetzt gleich zum Bürgalladen. Wir gehen was essen. Okay. Oh, ja, der macht den... Dann fahr schon mal. Der Wagen braucht eh so lange. Jenny gibt heute aus. Ja. Hier finde ich es echt doof. Jenny gibt aus. Jenny gibt aus. Ja, klar. Ja, okay. Du hast genug Geld heute gemacht mit uns. Ja. Oh, Jenny gibt... Nein, was für Jenny gibt aus? Die gibt nur für mich aus, nicht für euch. Okay. Er soll den Kredit aufnehmen oder was? Was verstehst du daran nicht? Was für Korb nicht? Sag, wie redest du? Eiber! Wo müssen wir denn hin? Zum Burgerladen. Ja, wo denn? Ja, irgendwo da im Ghetto. Ghetto in the Ghetto. I'm in the Ghetto. Da, 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 da. Es gibt da... Ach, das kennt ihr eh nicht. Der heißt Elvis. Der hat auch ein Lied gesungen. Keiner kennt Elvis auf der Welt. Kennt das denn? Der Rapper? In the Ghetto. Das ist auch meine Zeit. Ja, das stimmt. And the Molden plays Chicago's morning. Nothing on the lane in the window. In the ghetto. Da wackelt der Bart aber, Willi. Oh, du wirst du nackt. Wo bist du heute? Ich liebe dich. In the cellar macht nur mal. In the cellar. In the morning cry. Wat? Sing weiter. Ehrlich? Gefällt dir das? Jenny, gefällt dir das auch? Mir gefällt das. Das war nämlich der Horst, der das gesungen hat. Der hat das nur für dich gesungen. Ich hab noch ein Gedicht für dich. Ja? Warte, ich muss überlegen. Ich hab auch ein Gedicht. Wir sind Hallemanns Hasen, die über Straßen rasen. Und du wirst heute nicht... Fuck, ich hab den Rest vergessen. Boah. Gut, ja? Richtig gut. Vor allem der letzte Part hat mir gefallen. Richtig gut. Warte, ist der nicht hier, der Burgerladen? Ja, ich hab der Heck. Bist du Stuhl geschützt und weggefahren? Oh, da. Boah, dein Stuhl quietscht dabei, ne? Du musst auch mal nachziehen hier im Bullen. Raus jetzt! Wo parkst du? Wieso? Das ist kein Parkplatz. Hör auf, der Chef macht Ärger. Ist egal, der Dick... Ey, hier sind die Dicken, ist egal. Komm raus jetzt, Peanut. Jetzt zieh dich nicht so. Bist ein Angst, Hase? Die Klappe. Also, da geht's schon mal vor. Ich komm gleich. Was wollt ihr denn alles für Burger? Oh, guck mal, Peanut, kennst du die? Wen? Das ist dir, das ist die Jenna S. Das ist nicht Journal. Was? Doch, Jenna. Wir haben neue Kunden akquiriert. Hi, Jenna. Das ist sehr nett, der Kollege drinnen, nimmt euch gerne in Empfang. Ich muss leider noch mal los. Hallo, Jenna, wie ist es dir? Toll, und euch? Achtung, Mann, ich komm rein. Ja, wenn ich dich sehe, das ist immer gut, ne? Ja, ja, Willi, ja. Gut, wir kommen. Alles klar, bis gleich. Das ist ein Waldraut, übrigens. Komm, sie jetzt mit? Hi, hi, freut mich. Ja, komm, oh, das ist die Amy. Ja, macht's euch gemütlich. Auf die Rute halten, müsst ihr aufpassen, die klaut Ketchup. Oh, ui, 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 ui. Das ist gar nicht. Jenna, bist gleich, ja. Wo willst du hin? Ja, zum Bürgalladen. Hey, Amy. Hallo, der Herr. Zweimal alles, bitte. Mag schon mal den Grillen, Kollege? Jetzt geht's hier rund, Freund. Zweimal alles, bitte. Doppelt und dreifach für mich. So, was habt ihr hier mal angeboten? Ich hab schon mal Holzkohle rein in den Grillen. Das dauert jetzt. Neue Frise steht hier. Was? Neue Frise steht hier. Danke. Ich hatte Kaugummi in den Haaren. Eieiei. So. Muss ich wegrasieren. Immer schade. Dann hat er ja auch gleich jeden Tag, man weiß es in den Haaren, oder was? Was? Nichts, ich hab nichts gesagt. Aha. Ähm, so. Dann einer nach dem, äh, einen nach dem anderen. Was möchte denn der Erste? Verstellt du zuerst, Horst? Ich weiß doch gar nicht, was es gibt. Nein, guck doch mal hier oben, kannst du nicht lesen? Ich bin mittlerweile 75, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ab bist du? Ja, nicht nur die Augen. Du bist auch keine 75. Ich bin 70. Ja, ich bin nicht. Da ist dein Ausweis. Ja, der ist falsch. Die haben mir den falschen Ausweis gegeben. Ja, so wie in den falschen Führerschein, ne? Nein, das ist jetzt kein Witz. Ich bin am 3.1.1946. Ja, los, du sollst bestellen. Ach so. Ich empfehle dir das Zuhlenfisch-Sandwich. Ich dachte, ich soll meine Lebensgeschichte jetzt schon zählen. Ich schwöre auch, ich schwöre. Der hat ja keine Linie gedrückt. Entschuldigung, kann man die Actionfigur auch so kaufen? Leider ist es mal noch eine. Sie vibriert sogar, Jenny. Oh, die ist mal zu fester, du schubst, hast du hier gesehen? Ich bin gar nicht getroffen. Ey, Boxerei wird hier nicht gestattet. Das ist ein guter Job. Das ist in den Sack gekommen. Was können Sie denn empfehlen? Warum haust du dir auch mal jetzt in die Fresse? Guck mal, drei Zehen auf den Boden. Guck mal, setz uns auf die Kausch, bitte. Nein, wir haben uns alle lieb. Ja, trotzdem, ich bin die Reiche nicht gestattet. So, jetzt erzähl, sag nach der Reihe, was ihr haben wollt, dem Juni. Ich kenn euch nicht. Also, die Oma braucht einen Job. Damit will ich erst mal anfangen. Fühl ich, fühl ich, du anein. Aua. Ey, hallo. Ey, der Herr. Meine Fresse. Wir nehmen auf jeden Fall Trinkbäckchen. Trinkbäckchen haben wir leider nicht. Die Abkänzler steht doch da. Zack. Aua. Trinkbäckchen. Hey, 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 jetzt mal Ruhe hier. Ja, ich lasse mich doch nicht von einem Obdachlosen angreifen hier. Was sagst du? Ey, ey. Trinkbäckchen. Ich bin Goldmember hier. Sag doch, was du haben willst. Komm, essen du Sämtchen? Thunfisch-Sandwich und Cola. Okay, aber nicht im Laden. Hallo, Thunfisch-Sandwich und Cola. Was möchtest du haben? Ha? Hallo. Hast du gerade gesagt, du bist Goldmember hier? Ja. Ich hätte gerne, ähm... Ich hab 1,3 Millionen Treuepunkte. Ich hab schon mal gesagt. Ach so. Was? Wenn ich gleich hier fertig bin, bin ich Platin-Junge. Ich hätte gerne für einen Trinken-Burger. Wollen wir mal wetten? Ja, bestell mal, bestell mal. Zeig mal, was du kannst. Ja, warte. Gerne. Noch was dazu, vielleicht was zu trinken. Ja, 5 Cola. 5 Cola. Boah. Nee, das reicht. Alles klar. Ich muss auf meine Linie achten. Gleich nochmal eine Frage zu haben. Ja, Bargeld soll ja gescheckt sind. Die Dame bezahlt hat. Ja, ich bezahle für alle. Wow. Love in the marriage. Love in the marriage. Es ist... Hey, mach die Couch in Streich. Ich setz dich ja auch nicht hin. Äh, ja. Ist das eigentlich Tiger oder Leopard? Du kennst dich aus, wenn John er ist. Nee, ist Tiger. Das geht doch schon laut. 6, 2, 3, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Sicher? Ja, sicher. Warte, äh, sie sagt ... Der will alles. Alles? Ja. Stell dir du einfach so eine Friteuse in�te Dings. Also, wie hat sie gesagt, dass die für dich aufzahlt? Hier ist kein Platz mehr, Horst. Also die, ach so Warte Such den anderen Casting-Coach Was? Nur die Perverden lachen jetzt Ja, ja Ja, ja War klar, dass du im Internet unterwegs bist War klar Oh Gott, der Verkäufer von allem einfach die Hälfte Von allem einfach die Hälfte Ja Horst, mach den schon Ja, der Horst wird schon alles einmal bestellt Sollte es einbetonieren Ich gehe mal schnell im Klo während eurer Bestellung da Ich komme wieder aufgesprochen Ja, okay, nimm die mit, bitte Oh Gott Wo ist hier das Klo? Äh Füllen Sie einfach den Rest Wir haben ja jetzt schon die Bestellung Von zwei Leuten Was zum Teufel tust du da, Junge? Juck der Arsch Und den was schönste dann einfach auf mit hier dem Wanns an der Spaß Oh Gott Äh, ja Dann sag mal die anderen Bestellung Ich habe jetzt gerade nur von der Frau Scheiße, was ist hier so nett? Achso, Cola und Was wolltest du noch mal haben? Thunfisch-Sandwich Thunfisch-Sandwich Ey, Geld für uns Sein Pech Der geht auf den Mädchen-Klo Also für den Herren gibt's Habt ihr irgendwas mit Low Carb oder so? Da kommen die Scherr Da haben Veggie-Burger Aber ich glaube, der wird jetzt mal Hi Ja, keine Ahnung Dann machen sie einfach so ein paar Burger gemischt So fünf Spitz und fünf Getränke Ja, ich habe die auf meinem Handy Wir müssen mal Fischer geben Ja, ich war heute beim Prise Ich habe kaum mit den Haaren Genau, fünf Gemischte und fünf Cola Hab ich nicht Jetzt sei nicht so frech Nein, es ist ja gerade ein Burgerladen Du siehst aus, als hätte dir über deine Haare geschmiert Warte, warte, warte Das hat er ja auch Das sind alles haare Das wollen wir nicht so perfekt sitzen Äh Was hat er, was will er Wenn ihr mich einschuldet, mein Freund Was, komm mal schnell Fünf Cola, fünf Cheeseburger Was, ich brauch Hilfe Fünf Cola, fünf Cheeseburger Hast du Verstärkung? Oje, oje Oder machen sie auch mal Gemischte Was, die wollen mich verprügeln Ja, ich darf es nicht Fettig machen Okay, warte Ich mach den Ventilator an Wie viel? Das ist ganz schnell Alles gut, alles gut Mach mal halblang Ich bin komplett verwirrt Nicht, dass du überhitzt Ich bin auch verwirrt Ich bin schon Oh Gott, Entschuldigung Machen sie einfach so Das ist am Ende Keine Ahnung Nein Ich habe jetzt nur die Ich habe jetzt nur die Bestellung, die sie mir gesagt haben Und die Nein, komm, ich zeig dir die Nein Wie, nein Die sind voll Klatscht einer Komm doch Geh mal auf die Geh mal auf die Toilette Auf welche? Auf die da Auf die rechte Ja, komm mit Nein, da will ich nicht nochmal rein Ich war da schon drin Hier ist doch frei Es ist 8 Was zum Warum scheißt du Nelke? Das ist ein Klo Das kommt auf den Kalender Guck mal, die macht einfach hin Das 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 habe ich doch gerade gesagt Jetzt wollte ich doch nicht nochmal rein Passt das Ekel auf Die scheißt einfach in der Ecke Obwohl da eine Toilette ist Wenn die das sehen, kriegen wir Ärger Keine Fahr Was habt ihr gemacht? Diese Die hat Wie heißt die nochmal? Die Peggy Die ist auf dem Klo und die macht einfach in der Ecke Oder schüttelt die ab einfach Nein Das sah nichts aus, als würde die abschütteln Das wird ernst aus, als würde die stopfen Ja Ich glaube das ist eine Schmugglerin Der Verkäufer ist übrigens Sichtig verwirrt Und Horst Ich habe dir mal ein bisschen was anders bestellt Also du kannst nicht die ganze Karte essen Wo soll das hinführen? Warum nicht? In meinem Magen Wo soll das sonst hinführen? Also ne Du kannst nicht alles essen Oh, ein Kiki Ich kriege die 5.000 Solare Trinkgeld Boah, ich finde die Ventilator ja schon toll, ne? Ja Wie viele Punkte hast du gebraucht, um den zu bekommen? Äh, weiß ich gar nicht Das ist doch der aus der Kohl-Dings-Verpackung Kein Loch Kein Loch Nee Nein, in Los Angeles heißt das Kohl-Dings Nein, den habe ich schon vom Flughafen Warum habe ich keinen bekommen? Die haben gesehen, dass ich dick bin Und dann haben die gesagt Oh, da muss aber was runter Und dann habe ich gesagt Ja, das können wir während dem Flug machen Aber wir sollten da 15 Autobatterien dran anschließen Dann haben wir den Helikopter Dann halte ich mich an deinem Fuß fest Und fliege rum Oh, ich bin auch Helikopter Ich kann, ich kann dir sagen Äh Ich brauche gar keinen Sprit Mein Pferd hat gereicht Jetzt mach dich mal werberlich runter Nein, das ist Du willst noch oft genug Leute hier treffen Die dich beleidigen Ja, das ist kein Leid, dass das war Ja, egal Guck mal, der eine Sheriff davon Und er hat gerade gemeint Dass ich mir die Haare vom Kopf gefressen habe Ach, das sind Polizisten Ja, ja Ich habe gedacht Ich habe gedacht Wir können dem auch Die in der Stadt nimmt die keiner ernst Das sind voll die Lutschpuppen Soll ich alle machen? Die Haarschneidermaschine Ja Hat die eigentlich einen Namen? Ich will die ja Wille taufen Peanut Peanut heißt sie Es reicht Achso Ich bin stolz gewesen, wenn die Peanut heißen würde Jenny Guck mal Den Gefäckchen für alle Du solltest laufen so schnell wie du kannst Ich könnte dein Sugar Daddy freuen Ja Guck mal, du hast doch eben einen Korb bekommen Jetzt hör drauf, Mann Bitte Jenny, warum bist du so ein Zicke? Ich bin keine Zicke Ich dachte, wir haben uns alle lieb Jenny Ja, aber ich bin doch gar keine Zicke Hä? Dann haben wir den Horst mal Gib dir nochmal ein bisschen Liebe Gib mir mehr Körper als Michael Jordan Was hast du gegen den Horst? Der sieht so windschnittig aus Der ist so süß Dann geben wir die Rechnung Aber wir müssen Warte mal Horst Ja Komm mal Aber du musst warten, bis die alle sind Du musst ein bisschen cool werden Vielleicht hier Ich hab nur einen schönen Hut Zieh den mal an Vielleicht steht er dir Was? Zieh den Hut mal auf Das ist mein Horst, Mann Ja, Mann Jetzt siehst du viel cooler aus Hallo Und wie findest du den jetzt, Jenny? Ich bin Fischer Ich will nicht gerne angeln Ich bin Fischer Ich will nicht gerne angeln Der hat aber nur so eine Schnur am Finger Und damit angelt er So ist aus dem Turi jetzt Ich bin aber kein Turi Bist der Bull Nee Letztens hat mich einer vom PD als Terrorist abgestempelt Hä? Hallo Das ist aber, ne? Das ist nicht gut Wie lange ist denn die Waldraube am Klo? Weiß schon, ist das deine Schwester? Geht die nicht öfter auf Klo? Ich glaub sie Ich dachte, das ist deine Mama Ach so Das ist meine Schwester Das ist das Gleiche bei euch Nee Toll, jetzt hab ich aber keinen Hut mehr Nee, dann halt nicht Nö, wir gehen gleich einfach einen neuen kaufen Ich hab was anderes für dich Das hat mir irgendeiner zugesteckt Was? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist Ja, warum gibst du das, der Jenny? Hab ich denn? Oh Mein Gott Hier Entschuldigung Danke Oh, was ist das? Ich weiß auch nicht, was das ist Was ist das? Ach, das ist Mode-Schmuck Ah Ja, ich bin aber kein Freund von Mode Ja, das sieht man Aber wir können ein bisschen Klamotten tauschen, wenn du willst Ich hab noch ein blaues Hemd Ich glaub, hier willst du nicht rein in die Klamotten Oh, mich wurscht das Aber das ist jetzt hip Ich hab aber Kleidergröße 5xxxxl Ja, und? Aber du hast jetzt nur 4xx gesagt Weiß ich doch nicht Ich glaub, das heißt Guck mal, da kommt der Willi mit seinem kleinen Willi Komm, Jenny, soll lau dir die Haare schneiden Willi Oh, da ist ein Hötchen Willi Ja, ich hab dir meinen Hut gegeben Ja Willi, ich hab dir jetzt einfach 5 gemischte Burger und 5 gemischte Getränke bestellt Gemischte Burger? Was sind denn gemischte Burger? Mit Lackritz oder ohne? Anne, danke Darf ich was fragen? Nein, warte kurz Ach man Also, der stellt dir eine Auswahl zusammen einfach Oh, oh voll Oh Gott Ach man, warum denn direkt neben mir? Ja, warum pupst du auch? Ich war das nicht Das war die Das war ein Genie Mach doch mal deinen Ventilator an und blass das weg Willi, ich hab grad schon zu dem gesagt Wir schließen da 15 Autobatterien dran Dann bauen wir einen Helikopter Oh geil Wie Ich war letztens Langsam, langsam, Horst, langsam Oh Du kriegst das hin, mein Freund Du kriegst das hin Der Horst ist so nervös wie der Typ in der Bibliothek Ja Das liegt aber nur an der Genie Ja Ich war letztens bei der Polizei Und wegen meinem Ausweis Die haben mir ja am Flughafen den falschen Ausweis gegeben Und dann haben die zu mir gesagt Ich soll mich bei Oh, wie heißt das noch? Department of Justice Ja, danke Genau das Da soll ich mich melden Wo ist das? Oh, geh da ja nicht hin, glaub mir Warum? Geh da nicht hin Da findet Wald drauf Oh mein Gott Da hat Wald drauf Oh, du hast aber einen Schickenhut Was bist du eigentlich so ekelhaft? Was kommst du einfach in meine Kabine? Kabine? Das war die Hölle Du brauchst ein Taxi? Du hast einfach in eine Ecke geschallt Daneben war ein Klo Ich wollte mich nicht auf den Klo Wir haben erst noch einen Tag gedacht Einen gewaschen heute auch nicht Doch Das kann ich jetzt sagen Nein, das riecht nach Pupu Der Peanut hat das auch gesehen Das war voll wieder Ich hab sogar Fotos gemacht Wir haben Fotos gemacht Geh weg mit deinem Stinkelfinger Ey, geh beschissen Du hast noch Klopapier am Schuh Wegen erhöhtem Verkehrs- und Fondsgänger Das ist ein Fondsgänger Das ist ein Fondsgänger 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 Wie lässt du die da immer die Meldungen rausschicken? Den Paktikanten Mann, ich hab mich grad so schön beruhig Jetzt geht das ja weiter Peggy, hast du die Meldungen gerade abgeschickt? Hey Willy Ja, Wald roll Ich hab was für dich Was denn? Bitteschön Oh, ne'n Blumenstrauß? Ja. Dankeschön. Willi, 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 Willi. Was? Nein. Was? Das war falsch. Wieso? War das dein Blumenstrauß? Nein. Nein. Wie macht der das mit der Stimme? Ich weiß nicht. Was denn? Der ist Bauchredner. Kannst du Beatbox? Ja, nein, was ist das? Was ist Beatbox? Mit dem Mund so Geräusche machen. Nein, du sollst Leuteboxen. Du redest nicht, wenn du tränkst. Gar nicht. Ich kann Geräusche im Mund. Ich kann auch Luft zum Stinken trinken. Wir müssen gleich zum Klamottenland Schwimmen in Hut kaufen. Ich kauf mir ne Brille. Ich kauf mir ne Pistole. Ja, verteilen Sie das Essen. Boah, da wird auch mal Zeit hier für ein Schnellfastfood-Restaurant, ne? Ja, für ein Schnellfastfood-Restaurant, wenn nur einer da ist, ist es halt auch ein bisschen schön. Dann müssen wir mal neue Leute einstellen. Was denn? Ich kippe nie raus mit der Peggy, die sucht noch Arbeit. Ihr könnt mich einschneiden. Ja, ich arbeite. Der Lebenslauf ist leer wie meine Brieftasche. Sei mal leise jetzt, Peanut. Ach, dann bist du keiner mal Pitscher. Sei du leise. Was? Ich rede. Wallah, die sind zu schön nicht gelogen. Wallah, ich rede jetzt. Hallo, ich hab Kunde. Ja, sie können mich einschneiden, aber dann könnt ihr ganz schnell Insolvenz anmelden. Ich hab Hunger. Sammler. Auf Wiedersehen. Benni. Benni. Der Polizei. Der Polizei. Ja, hier, bitte. Ich krieg... Wenn Sie eine Straftat aufdecken, kriegen Sie einen Burger. Machen Sie 2.000 oder 3.000? Machen Sie 3.000. Boah, Jenny ist richtig... Guck mal, Horst, die Jenny investiert richtig. Gina. Ist großzügig. Willst du im Knallkopf? Wie Knallkopf. Dankeschön. Warten Sie mal, haben Sie mir jetzt auch irgendeinen Burger gegeben oder nicht? Du entspannst grad. Ja. Ach, nein, guck mal, da kommt die Altschöp-Rackel wieder. Nein. Ach, sie kommt. Sie haben noch gar nicht geklärt. Dann verteilen Sie erst an die anderen Ziele. Ach, ich werde. Mertel, hey! Hallo, Mertel. Mertel. Ach, Mertel. Mertel, was geht? Ja, was ist der? Bist du auch ein Burger? Ich kann auch nichts dafür. Ich hab hier noch nie gegessen. Schmeckt es hier? Ja, schmeckt super toll. Ja, danke. Krieg ich auch was? Mertel. Bitte. Oh, ich hab ein kurzes Snickerchen gemacht. Ja, hast du nicht, aber egal. Äh, Waltraud. Der Jörg. Hol dir mal hier bitte dein Essen ab. Oh ja, jetzt, danke. Der Jörg hat mir letztens gesagt, wenn ich eine Frau finde, ich soll mit einer Schottgang draufschießen. Jetzt ist die Waltraud dran. Ähm, du bist eh die Frau. Ja, sie hat gesagt, ich soll Schottgang draufmachen. Aber dann ist die Frau los. Ach, Tont. Ich weiß noch nicht. Chinat, stimmt das? Was? Ich hab nicht zugehört. Ich geh mir mal. Danke schön, Möcke, Gott, die segne. Du das. So, äh, Peanut, holst du dein Essen noch ab? Ja. Äh, wach. Da bei dem Jörgmann. In Orange. Ich krieg auch Bluren. Äh, das müsst ihr mit dem Chef. Ja, Peanut, warte. Das müsst ihr mit dem, ähm... Danach bist du da. Cody mit dem Chef hier. Oh, was? Ich bin leid, nicht der Chef. Äh, wenn ihr ins Span-Fergier wollt, ne, Peanut, nicht mich. Was hat der gesagt? Den würde ich mir rausholen. Was? Den würde ich mir rausholen. Den würde ich plattfahren. Ich versteh nicht. Gepär, du gibst... Dankeschön. Gepär, mein Essen. Ja. Geht alle weg. Kannst das eh nicht essen. Du hast nicht, die verfügt man Zähne dafür. Für dich muss man pasteurisieren. Danke. Du Arscher. Danke, danke, danke. Die Oma will auch was essen. Ja. So, haben jetzt alle hier Essen? Nein. Ich hab noch nicht. Ja, komm her. So. Immer weg, Dicke. Dann sind ja ganze Heidi-Tüten. Das hat doch nichts mehr mit dem Menü zu tun. Oh, Peanut. Für die Schubkarren raus. Warum? Ich hab... Was denn? Oh, ich... Wollte den Dreck sehen. Und dann kümmere ich mich immer um eine Wellensittee. Ich, äh... Oh, du hast eine Hände, Dicke. Geht auf, Vogel. Zwei halt. Oh, Tschüss. Ja. Äh... Was machst du denn da? Pass auf! Wenn du mir die Eier willst, dann lass ich das sein. Pass auf! Geh weg! Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Achtung, ein Tsunami! Ich bin im Reinen mit mir. Ich, äh... Aus irgendeinem Grund habe ich... Warum habe ich... Tada! Boah! Ja, ich war Moschee-Lieder. Was warst du? Ich war Moschee-Lieder. Wo das denn? Mit deiner Kindergarten-Truppe oder was? Du bist nicht mehr mein Freund, Horst. Du warst bestimmt auch mal in so einer Boy-Brett... Du kannst ja nicht mal reden. Nein, das ist in meinem hohen Alter schon schwer. Du bist dumm. Was dumm? Murkel, komm, ich geb dir deinen Burger. Ich hab dir schon einen gegeben. Der Pina hat mir schon einen Burger gegeben. Oh, ich probiere den. Wir haben einen Shaki-Nagi-Burger bekommen. Oh, wir haben Gas. Los geht's. Komm, wir nehmen die Oma mit. Komm, hochgepackt. Komm, Oma. Innen ist Puff der Stadt. Pina, der Rapper. Das Gemendetta. Oh, ich hab einen Schwabber. Ich hab einen Schwabber dazu geritten. Äh, Pina, wir sitzen wieder hinten. Die Kohlen immer hinten, ne? Nein, die Strande, nein! Der Horst ist nicht mehr mein Freund. Hallo. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Das ist extrem lustig. Ja, es ist dir doch mal da aus. Komm her, nicht zu Hause. Zu spät. Halt den Kennenstatt im Taxi gearbeitet. Ist es der, wahr? Hä? Das ist der John. Wie ist denn sehen meine Augen denn da? Waltraut? Oh, scheiße, wer ist er denn? Das ist dein Vater. Hab dich lang nicht gesehen. Papa? Papa, bist du? Ja. Wie gellet ihr denn? Ja. Äh, Kumpel, ne? Oh, Pina, du hast so süße Bäckchen. Da kann ich am liebsten reingreifen. Ja. Wackel doch mal mit den Bäckchen. Hallo, Winnie. Wart mal, hast du die Leckmuschel vom Pinsel? Das war, die hat dir doch die Wacke in die Flitsch. Komm, John, steig ein, du Obdachlosen. Ja, sag mal kurz mein Fahrrad hier. Du hast die Krube vollständig hier. Sie sind einfach hier stehen, den Scheiß. Wart mal, ist das mein Fahrrad? John, hast du mein Fahrrad geklaut? Ich hab das gefunden. Wo denn? Waltraut, steig ein. Ja, steig ein. Such den Plätzchen aus und dann springst du einfach rein. Abfahrt in weniger als zehn Sekunden. Okay, los geht's. Möchte jemand noch einen Keks? Ja, gerne mögen. Ja, ich würde einen Keks. Oh, ich hab noch ein paar an meinem Tütchen. Komm, die Kekse raus, Oma. Bitte schön. Dankeschön. Was soll ich schmecken? Oh, danke für den. Dankeschön. Ist das ein Arschkeks? Nee, der ist mit Zucker. In diesem Bus sitzt jetzt eine ganz üble Mischung, Alter. Wir verdienen heute Millionen. Und fahren wir überhaupt. Was sitzt denn hier? Wer ist denn da her neben mir? Hallo, ich bin John. Hier links wohnt der John, ne? Hallo, ich bin Mörtler. Ja, hier rechts, da wohne ich. Da, hier rechts. Oh, unter der Brücke. Ja. Ist das nicht ein bisschen kalt? Nein, der hat Kuscheldecken. Ah, aus dem Tier-Handy? Außerdem macht er sich immer ein Pennerfeuer an. Ja, ist muckelig. Da ist auch eine Couch, da kannst du auch hingehen. Wer ist die jetzt verwandt? Wer ist mit der Kuscheldecken? Wer ist mit der Kuscheldecken? Wer ist mit der Kuscheldecken? Was ist diese Kuscheldecken? Oh, guck mal, da war klar, dass du das wieder kennst. Peggy 18. Was ist diese Kuscheldecken? Hier stellt die Kamera ein. Was sind das denn da für Castings? Oma, das ist nichts mehr für dich. Da geht's herkommäßig zu. Mit Pia und Pipi und so. Ich brauche erst mal wieder Urlaub. Nein. Du bist nicht mehr mein Freund. Du hast mich gerade beleidigt. Pia und Pipi, du brichst mir das Ding. Ich bin allergisch gegen Nüsse. Dein Cholesterinspiegel bricht dir dein Herz. Bist du, John, allergisch gegen Nüsse? Ja. Pia und Pipi, da waren in den Klixen auf jeden Fall keine Nüsse. Dann sing. Kannst du essen? Was soll ich denn singen? Es tut mir doch so leid. Nee, das ist sehr okay. Fünf Minuten. Pia und Pipi, du willst alles tun, dass du mir verzeihst. Das sollst du singen. Darf man hier rauchen? Du mein Sonnen, ich liebe dich und vermisse dich. Dass die Karre überhaupt hier hochkommt. Hört mal einen an Feuer. Nee, steckt Finger im Auge, brennt auf. Ja, weißt du, John, ich hab Feuer. Bitteschön. Das ist die absolute beste Chaosgruppe. Jetzt fehlt nur noch Zwinkie und Pinsel. Hallo. Mache Zeit. Guten Tag. Mir tut das alles sehr leid. Ja, ja. Es hat leider ein bisschen hergedauert beim Burger-Laden. Tut uns echt leid. Ja, das sind die Dicken an Schuld. Der Horst hat eine große Bestellung aufgegeben. Ja, du hast in die Hände geschissen. Womit du? Da schwimmt ich den Zeuge. Scheiße. Ich hab Fotos gemacht. Garage 20. Gibt's da keine Toiletten? Garage 20. Doch, aber die hat daneben gemacht. Weil die wieder Besoffenes und zwei Toiletten gesehen hat. Die alte Schnauze. Okay, Karl. Ich höre die Tür mal zu ziehen. Okay, danke. Sie hat einfach dahin gechallert. Was hast du denn gehört? Hast du einen Schlaganfall beim Lachen oder was? Die kitzelt sich die ganze Zeit selber in den Füßen. Mit einer Gänsefeder. Sag mal. Was hast du denn schon wieder im Mund? Eine Bierpille, das siehst du noch. Die ist ja noch kaputt, ne? Die ist schon so geübt mit der Bierpulle. Die kann Musik. Das ist die, wenn die reinfällt. Pyroanische Bahnflöte. Heute mit einer Diebelspulle. Ich glaube, wir müssen gleich zum Krankenhaus. Ich glaube auch. Nee, da ist das Hausverbot. Da dürfen wir nicht gehen. Mach zum Krankenhaus. Ich habe mich eingestuhlt in der Lobby. Das Problem kenne ich schon. Jetzt ist die Kanz kaputt. Oh, der Quatsch. Komm in die Klappe hier. Dann machen wir jetzt jeden Freitag. Ja, merkt man überhaupt nicht. Oh ja, jeden Freitag ist gut. Immer wieder Sonntag. Nee, Freitag kommt das Leben. Ja, raucht dir nur eine. Mach dir nur eine Shisha an, Bruder. Mach gut, dieses Schlauch, ja. Was ist Shisha? Oh, Peanut, bitte. Kohle ist durch. Habibi. Tu mal neuen Kohle. Mach mal neuer Kohle ein. Peanut. Ich habe Habibi auch mal gehört. Ja? Das ist doch dieses, wie heißt dieses, das ist so ein Spiel. Wie heißt das nochmal? Was? Ich glaube, du meinst Haribo, das ist was zu essen. Nein, der hat doch gerade Habibi gesagt. Warte, schau dich nicht, wir sind im Tunnel. Der hat doch gerade gesagt, Habibi, das ist doch so ein Vogel. Oh, hier, oder nicht? Jawohl. Schönen Abend noch. Wie heißt dieses, wie heißt doch mal dieses, dieses Spiel, das habe ich mal beim Nachbarn. Na ja, mach ruhig. Mach ruhig, mach ruhig. Das hier ist ein Taxi, John. Peanut, hilf mir mal. Ich habe heute Morgen viel verdient. Das müsstest du doch wissen, du hast noch mit dem Taxi gearbeitet. Peanut. Was willst du? Ja. Hilf mir mal, wie heißt das Spiel? 1210 Euro. Das habe ich bei den Nachbarskindern gesehen. Habbo Hotel. Ich kann so viel lachen, Alter. Hi schön. Wie ist das Crack? Hat der für alle Trinkgeld gegeben? Hallo? Hast du Trinkgeld für alle gegeben? Warum geht der jetzt nicht auf den Trinkgeld? 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 Ich krieg 10 Prozent. Du hast überhaupt kein Trinkgeld gegeben. Fahrt zurück, fahrt zurück. Das geht nicht. Wir durchsuchen gleich ihre Tasche. Ja. Du musst Trinkgeld geben. Gib mal Trinkgeld. Hallo Trinkgeld. Wenn ich 25 Minuten auf mein Taxi warten muss, gibt es kein Trinkgeld. Sorry. Auf welche Karte guckst du eigentlich die ganze Zeit? Wer? Wo ist da so eine Karte in der Arme? Du hast ein Tablet schon wieder geklaut. Kein Trinkgeld. Das gab es auf dem Klo. Hast du Highscore geschossen? Wie kann man so viel lachen, Alter? Hast du noch die Fotos? Ja, klar. Ja. Oh, meine Zigarette ist runtergefallen. Wenn die meine aufheben. Was denn? Die musst du mir mal zeigen. Ja, bitte. Wir auch. Die Fotos. Ich hab sogar rangezoomt. Ja, Alter. Wohin mal irgendwo anhalten, ein Bier holen. Nächste Haltestelle. Die Fahrstelle. Geh mal Bier holen. Die Frau hat so eine schöne Stimme. Du warst schon wieder hässlich. Boah, geil, die kentern. Ein, zwei Bier. Merti. Merti. Merti, weiß ich leider. Merti. Und du wirst wieder schön. Merti. Geh mal Bier holen. Halt mal jetzt die Klappe dahinten. Ja, Entschuldigung. Denn ich mein, dass du hässlich bist, das muss ja nicht sein. Was sollst du machen? Soll er uns auch scheißen, Leute. Hallo. Oh, der Kalle ruft mich an. Hallo, Kalle. Hallo. Hallo. Der ist Kalle. Wo denn selbst? Kalle. 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 So ein Gummi-Helm. Ich will mich jetzt nicht bewegen, weil dann haben wir ein Problem. Ich musste mal eine Zeit lang so einen Gummi-Helm tragen, weil ich nicht lust bin. Warum hast du Quidditch gespielt? Ja. Hat der Arzt mir gegeben. Hast du der Schnaps? Naja, aber der hat den goldenen Schnaps gesucht. Ist da jetzt nicht die Frau? Ist das eine Frau, die da steht? Wo denn? Ich sehe nichts. Ich bin gerade in so einem Bus unterwegs. Hallo? Taxi? Hörton? Ja. Ja, ich glaube schon. Wo? Verwahrstelle oder nicht? Nee. Ich komme vom Taxi. Ach ja. Oh. Nicht so groß. Ja, ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, sie sind verwarstelle. Ja. Okay. Ach so, ja. Okay, da wollten sie hin. Ah, okay. Ja, wir sind da auf dem Weg. Doch. Haare schneiden. Was sagst du? Oh Gott, und den Gegenverkehr fahren. Wir fahren hier gerade durch die Gegend. Wo redest du? Eigentlich habe ich dem gesagt, dass mein Tank steht da an. Oh, der Schild war weg. Carlos Schild könnten schön. Er fährt immer weiter. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Hat nicht einer noch Bier dabei? Hallo? Die Blonde. Hallo? Was? Was? Hey, machst du etwa gerade meine Jenny an? Ja, Jenny heißt die, genau. Lass dich eigentlich auf die einen, Johnny. Die dreht den Kindern nur noch ab mit dem Busch. Wie beim Forest Camp. Das ist ein schöner Film. Ja, das ist echt ein schöner Film. Das stimmt. Pinard? Ja, Willi. Du weißt ja, ne? Dumm ist der, der Dummes tut. Ja, kann ich dir später gehen? Ah, nee, warte mal. Ich hab den sogar dabei. Doch, Diabetes. Ja. Ich glaub' denn. Pinard? Oh, guck mal, hier ist Cody's. Ja, Horst. Äh. Nein. Weiß, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. War doch nicht wichtig. Nee, ich bin einfach... Ah, Horst? Ja. Wenn wir gleich echt mal anhalten bei der Tanke, ich werd langsam nüchtern. Wo ist eigentlich der Todesstern, Horst? Was für ein Todesstern? Ja, wo der ist. In seinem Bauchnabel. Wo sonst? Ich soll dich fragen, wo der Todesstern ist. Hey, ich bin doch was. Kennt keiner den Insider. Schade. Ach, ich weiß, was du mit... Ah. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Ja. Wenn ich sage, wo ist eigentlich der Todesstern? Dann musst du, Sarah. Wenn du nach oben guckst, der größte Stern rechts daneben ist der Todesstern. Was willst du denn? Sei da mal leise jetzt. Ja. Hallo, das ist ein Obdachloser. Er verbindet jede Nacht unter freien Himmel. Er hat viel mehr Ahnung davon als du. Können wir jetzt eins machen? Das ist... Ja, das ist ganz schön. Der kennt Sternbilder, die kennt keiner. Zum Beispiel den rollenden Einkaufswagen. Können wir jetzt mal einen Schickenhut oder so kaufen? Ja, Moment. Was willst du kaufen? Einen Schickenhut und eine Brille. Also einkaufen, okay. Ja. Kommen wir jetzt erstmal zur Tanke, verdammt. Was bist du denn? Können wir bitte Schlick-Schlack-Schluck spielen, was wir zuerst machen? Das ist der erste Topfell. Wann ist denn mit dem Hobby-Alkoholiker hier hinten? Ach du Scheiße. Ach, Achtung. Ja, mein Taxi ist da. Hallo. Ja. Hallo. 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 Hallo, mein Name. Hat sich noch nicht rausgestellt. Was? Du kommst nicht rein. Das piepte in meinen Hörgeräten. Das piepte in meinen Hörgeräten. Das piepte in meinen Hörgeräten. Oh mein Gott, aua, aua, aua. Was macht denn für eine Ente? Da springt aber die Schallplatte. Oh, jei, jei. Hallo, du. Hast du Sprint dabei? Ich hab richtig Kopfschmerzen, ehrlich, Alter. Ich komm auch so rein, wie der Volt. Was ist denn jetzt los? Hast du die Grümel in der Trott? Hallöchen? Ja. Hi. Ah, nicht reden, bitte nicht reden, aua. Doch, nur schnell. Kriegen Sie mal, dass Ihre Stimme ist ganz kratzig. Ich nehme meine Hörgeräte raus. Moment. Wenn was ist, tippt mir auf die Schulter. Alles klar. Aua. Sollst du nicht auf den Arsch hauen? Du hast doch weiter tippen, Junge. Hallo, die Dame. Hallo. Hallo. Sag mal was, sprech mal lauter. Einfach den Stream ein bisschen leiser machen, Jungsmädel. Hallo, ich bin da hoch. Ist jetzt besser? Ja. Passt. Haben Sie jetzt ein Funkgeräte? Nein. Wie schaust du dich so rum? Ich nur liebst mich, ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Ganz im Herzen. Dina. 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 Ah, das kannst du jedem sagen, dass ich dich so sehr liebe. Dina. Dina, ich liebe dich. Dina. 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 otro jobbar mit Kohelienverpackung. Dina. 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 Die hat schon wieder Poi-Poi gegessen. Liegt doch nicht immer alle auf die alten Frau. Das war doch jetzt mal schnell. Nicht reden, bitte. Wir bringen sie erstmal eben weg. Alle anderen müssen warten. Das hier ist der Bang-Bass. Dafür warte ich gerne auf meinen Sprit. Bang-Bass. Richtiger Sprit-i. Das ist ein Vollzahl Alkohol. Mein Kopf tut langsam weh. Ja, meiner auch. Meiner nicht. Warum? Mir wird schlecht, wenn ich auf der Seite rausgucke. Und guck zur anderen Seite. Guck doch auf mich. Nee, da sitzt... Du hast Bauerweiter-Dekolleté. Ja, aber... Sag mal, hat hier schon wieder einer einfahren lassen? Das stinkt ja. Wir müssen... Ei, 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 bitte nicht reden, Aua. Ich bin da oben. Nicht reden, bitte. Horst? Das ist mein Bruder, dann. Hallo, Horst. Ich bin der Bruder von der Heide. Oh, das geht so ins Gehirn, das tut weh. Ja, das freut mich. Ja, mich nicht. Darf ich um die Hand deiner Schwester anhalten? Hast du Lack gesoffen? Ja, aber du kannst bei der Schwester die Hand aufhalten. Hey, das war voll mein Ausversehen. Die Dame, die hier zugestiegen ist. Also, sie haben irgendwie sich ein bisschen erkältet an oder so. Also, versuchen Sie mal, wenn Sie ganz leise reden. Moment, hier ist doch irgendwo ein Supermarkt. Ja, super. Okay, ich weiß nicht, wie Dobby von Harry Potter. Oh, lass mich mal schnell da reinlaufen. Ja, das ist nicht schlimm. Dann kann jeder mal kratzen im Hals. Halt mal an, Jenny. Schatz. Sind wir schon so weit, ja? Du fährst weiter. Du musst ein Liebesbefehl schreiten. Horst? Ja? Bevor du in der Bett hier sässt, beschädigt, schiff dir die Nummer, ne? Ja, ja, kippt, ja, ja. Kann dem Horst mal eine, eine scheppern, hallo? Nee, sorry, ich darf die nicht hauen. Aua, aua. Sehr gut, Team. Danke, John. Guck mal, du, auf die Alkoholikale. Sei froh, dass er dir nicht eine Bierpulle über den Kopf gezogen hat. Nee, ich hab keine. Hast du gehört? Ja, das ist ja das Problem, John. Johnny, Johnny. John. Hast du schon mal eine Titte auf deinem Kopf gehabt? Bitte lass das drin, hör auf. Hä? Seit wann legt man dieses Schiedding auf dem Kopf? Mach jetzt gar nicht das Hemd auf. Warte. Ja, so wurde der Horst damals gestillt. Von seiner Schwester? Ja, ja. Nee, bei der kam eh nur Rotbein raus. Wir suchen eine raus hier, den eine nicht. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite konntest du dich ihren Zug nehmen. Der Horst ist älter, nicht? Was ist der? Ich glaubst du selber nicht, dass der älter ist, dass du. Peanut, ich bin 75 immer noch. Ehm nicht. Und ich bin auch so einzig. Aber du siehst aus wie 16. Ja, das ist ein 17. Das ist ja Baujahr. Nein, ich bin am 3. Körbchengröbste. Ich bin am 3. Ich bin am 3. 1. 1946 geboren. Boah, ich muss gleich Pause, ich muss gleich hier raus. Ich muss Pause machen. Was Pause? Sonst mein Kopf explodiert. Wenn ich mir noch weiter das Lachen hier reinziehen muss, ne? Peanut, du bleibst so lange im Boot, wie ich im Boot bleibe. Dann ist das aber hier die Titanic. Und jeder weiß, was damit passiert ist. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Wobei... Oh, Willi, lass mal gleich bis in den Taxi fahren. Tschönen. Okay, machen wir. Ey, Willi, darf ich mit bei euch? Peanut, willst du mal abrechnen? Da musst du einen Peanut fragen. Peanut, darf ich bei euch dabei? Wenn wir Kunden haben, das ist ja schlecht mit drei Mandaten. Ich kann auch abrechnen, aber nur in bar. Abrechnen oder abrechnen? Was denn? Beides. Ja, merkt man. Einmal die Karte anstrengen und einsteigen, eben komisch die jetzt hin, oder? Alles der Pindel schuld. Und ich flieg. 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 Ich bin so stark. Stark. Stark wie ein Tiger bin so groß. Groß. Groß wie eine Giraffe. Oh, oh, oh. Und ich spring. Ich geb Ihnen das noch mal. Ja, warte, wir springen. So, der rüber. Dann einen schönen Abend. Und ich nimm. Nimm. Ich immer wieder. Tschüss, Frau mit dem feuchten Keller. Trinky installiert gerade GTA und so wegen neuen PC. Das ist jetzt nicht nett gewesen, Horst. Du musst noch viel lernen. Ich mein das doch gar nicht so. Doch. Janufa, kannst du zum Taxi fahren? Ich muss raus, ja. Ja, warte. Ja, ja, ich mach auch. Wir sind auch verabschieden. Hör bitte kurz zum Laden. Mach da einfach. Aber warte, irgendwer wollte hier noch Bier? Ja, genau. Und der Horst. Und der Horst, deine Nummer. Ja, Harald. Hallo, Harald. Oh, scheiße. Ach, die Telefonidee mit Anrufe an, Mutter. Du besprichst den neu, oder? Ja, ja. Oh, scheiße. Jetzt gehen wir in die Lust. Alter, ich kann mir so viel lachen. Ungepinelt, danke schön. Woher die Energieknussi, Alter? Woher? Bruder. Was hast du jetzt gesagt? Oh Gott, warte Gott, das kann grad nicht. Tipp mal eins auf dein Handy ein. Schon wieder ein Bayshed unterwegs. Das ist ein Hamster. Das ist echt nicht gesund. Das ist der Aschenbescher. Das ist auch groß. Scheiße. Oh Gott. Willi, du musst doch eine Frau, ich muss die gleiche Stelle nehmen. Ja, machen wir jetzt. Peanut macht das, oder ich? Peanut, du fährst, ich bin die Leitstelle. Okay. Ich kann nicht mehr. Ja. Willi. Ja. Können wir nicht mit dem Bus rumfahren? Boah, ne. Ich brauch auch eine Pause. Harald, wo bist du? Achso, geht die Party da schon ab? Der soll kommen, um uns zu holen. Ja, er kann. Ja, ich komm gleich hin. Da ist ein Laden, da ist ein Laden. Halt an, der braucht Sprit. Ja. Raus mit dir, alter Mann. Oh, ich dachte, ich fährt jetzt die Beute. Das war knapp. Mit diesem Taxi, ich nehme es. Ich habe eben das Gefühl, dass der der Moppet überfällt. Ey, deine Knarre in die Hand. Ja. Ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Okay. Drei wenigstens die Beute, mit uns. Das ist in Ordnung. Aber wir sind langsam unterwegs. Alles umsonst heute. Oh, das ist gut. Alles umsonst. Das freut den Jones. Das ist ein Kriminell. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Schnell, 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 schnell. Oh nein, hat das passiert? Nix. Der hat den überfallen. Oh nein. Fah, 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 fah. Oh nein. Wir schieben alles auf den Horst. Schnell. Ja. Ich habe doch damit gar nichts zu tun. Wer war's? Horst war's. Horst war's. Ja. Immer auf den Dicken. Hallo. Oh Gott, jetzt werden wir über das Wasser. Der ganze Bus muss Pipi. Was soll das an? Wir fahren in die Berge. Wir fahren in die Berge. Der ganze Bus muss Pipi. Ach, er fängt nicht. Was? Oh, ich habe noch einen Apfelkuchen. Ist der warm? Kürtis, ist der Apfelkuchen warm? Der ist warm. Der kann so viel lachen. Ja, er hat nicht vorgestellt. Und deshalb, liebe Kinder, nimmt man keine Drogen. Nächste Haltestelle. Arbeitsamt. Diese Fahrt endet wird. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Was für Deutsche Bahn? Was ist? Was ist denn das? Raus hier, Schnellhülle. Peanut, warte auf mir. Ausdenken, alle ausdenken, alle ausdenken. Ich pack den Bus ein. Peanut. Gib mir deine Nummer, Horst. Ja, warte. Ich muss jetzt weg von euch. Ich fick mein Kopf. Komm, fahr bitte von der Straße runter. Lass mal runter. Da hat er immer recht. Ich will nicht ans Fettfleck enden. Ja, sie hat. Bin der John übrigens. Ja, weiß ich doch. Weil du Horst gesagt hast. Ich bin Horst. Ich bin Horst. Entschuldigung, ich meine natürlich John. Sag mal, hast du deine Füße voll gepisst, John? Du bist schon was länger her. Peanut, ich geb dir mal meine Nummer. Ich kann nicht mehr. Ja, merk mal überhaupt, wie ich das du nicht mehr kannst. Danke. Dankeschön. Sollen wir mit dem Breitcap fahren? Ja, können wir. Fünf, fünf, fünf. Wie? Achso, zwei, sechs. Ja. Drei, sieben. Ja. Drei, acht. Ja. Drei. Ja. Hättest du mich dann gequält? Oh, wir haben Kundschaft, Peanut. Ja, mich auch. Ich möchte zu Füßen. Taxi downtown Cap, da bin ich immer parat. Ich ruf dich jetzt nicht an. Mein Auto steht noch beim Bürgerladen. Ja, komm, Mama, wir fahren nicht dahin. Nein. Wir kommen wieder nichts hier weg. Ja, ihr müsst euch ein Taxi rufen. Wir fahren jetzt los, wir sind auf dem Taxi. Hast du einen Schlüssel davon? Ja, hab ich, Peanut, komm, schnell. Sollen wir hochkommen? Achso, wollt ihr hiermit fahren? Ich geb dir einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel, Jenny. Achso, okay. Mach Motor. Dann, äh, viel Spaß, ne? Schönen Tag, abends später. Lauf gut, Jenny. Mach Motor. Okay, super, danke. Mach Motor, Wille. Nicht hab ich mit. Geht nicht, Taxi ist voll. Hallo, ich möchte zu euch. Willi, du musst den Motor machen. Lauf auch hinterher. Hey, warte auf mich. Hallo. Für mich lieber im Jurassic Park, wo der T-Ribs im Hintergrund ist. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Warte. Ja, John? Oh, der Arme. Komm, wir nehmen die Oma mit denen. John? Wo müssen wir hin? Ja, die, äh, kommt sofort eins, ja? Die Jenny muss noch da sein. Bitte, tschö. Also, okay. Ich schick die Kollegen, ne? Tschö. Wo müssen wir hin, Willi? Oh, scheiße. Ne, der ist, hat schon, hat gesagt, der braucht doch kein Taxi. War ihm nicht schnell genug. So, jetzt brauch ich erst mal Pause. Ist das schön. Ruhe, ne? Das war schon so ein bisschen anstrengend für die Oma. Ja. Das war nicht nur anstrengend für dich, Oma. Ah, herrlich. Boah, ist das schön. Lass mal im Kreis stellen. Okay. Warte mal verpassen. Lass mal im Kreis. Einfach mal so. Hab mal. Gib uns einfach einen Kreis. Einfach einen Kreis stellen. Und einfach chillen. Oh. Boah, Bratwurst. Ich hab, äh, Leitestände telefonen, ja. Ich hab das auf mein Handy umgeleitet. Ich hab übrigens, wir haben nur ein neues Haus gefunden. Wo denn? Ich kann es zeigen. Ja, zeig. Aber ihr wohnt jetzt nicht mehr bei mir, ne? Ja, können wir doch nicht mehr. Wollen wir rausgeschmissen. Ja, nein, aber da in der Gegend dann. Nee, leider nicht. Schade. Oh, ist das schön. Warte. Und Omi, wo wohnst du? Hast du Schmuck zu Hause? Ja. Was ist denn? Nein. Nein. Oh. Ich wohne momentan noch im Hotel. Oh, das ist nicht dein Ernst, Ben, ne? Dafür, dafür muss ich verprügeln. Ich ruf den, ich ruf den, den Polizeichef an, den Fischer. Der soll dir deinen Führerschein wegnehmen. Ach, das ist der Polizeichef? Nein, das ist der Ben. Der hat schon wieder einen Motorradunfall gehabt, den zwölften. Nein, dieser Fischer, der Dieter. Also ja, ja. Was ist denn, Ben? Ich hab grad Kundschaft. Oh. Oh, ich muss nur unser Auto abholen. Äh, ich hab einen Waagrand, oder was? Oh, shit. Ja, und was willst du damit machen? Oh, shit. Die will doden. Okay, Frau Schwinn, vielen lieben Dank für 420 Dollar. Für den Gepäckchen. Den Gepäckchen ist hier. Oh, hier mach ich auch noch nicht. Danke schön, Bruder. Ja, normal, der Ali schleppt alles ab. Hier warst du schon, Oma? Nee, war ich noch nicht. Ach so. Bin ich gar nicht. Das Kanäle nennt man das, glaub ich. Ja. Hm, wie in Venedig. Okay, dann pass bitte auf dich auf. Äh, okay, müssen Sie hier hin? Ja. Nein, nein, hier wohnen wir. Wo denn? Hier links. Echt? Ja. Oh, das ist aber schön. Komm, wir sollen uns das mal angucken, oder? Ja, da haben wir jetzt nen Rollator bei. Oder läuft so ne? Äh, hier für den Kunden. Ich kann mich auch auf den Rücken schlagen, wenn du willst. Äh, mach dir, ich muss dann grad... Scheiße. Ich, äh, wir telefonieren nachher, Ben, ja? Bis dann, tschö. Ja, will ich gib mal den Prykab-Flüssel? Ja, warte mal, was hast du? Ich sag, ich kann auch ohne Rollator gehen. Ich hab was ganz anderes verstanden. Hier, Pina. Zum Glück hab ich noch... Hast du? Ja, ja. Dann kommt. Also oben ist ne Wohnung für ne... Oben ist Wohnung für ne Pinsel. Und da unten wohnt Twinkyu nicht. Oh, schön. Oh, ihr müsst die Stripster noch wegmachen, oder? Nein, das ist eh voll. Ja, ja, klar. Oh, aber Gifo ist Gift durch, da musst du aufpassen. Warum ist das Gift für dich? Ja, nicht alles. Machst du nicht essen. Also. Warum nicht? Sieht der Pina so aus, als ob der Grünzeug ist? Ah, hier wohnt ihr dann. Ja. Schön. Habt ihr auch nen Yachtin? Ja, sogar mit Anlegestelle. Oh, für so nen Tretbötchen, ne? Ja, für so nen Dings, so ne Gans. Kennst du die Dinger? Ja, die kenn ich. So nen Schwan. So nen Tretböt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, das ist hier. Sorry. Und hier ist nen See, oder sowas. Kanal. Ja, Kanal. Das ist aber schön hier. Das ist richtig romantisch hier. Ja. Der hat denn... Der Ronny hat wieder überall Licht brennen lassen. Ah, der ist bestimmt wie der Knuddel zum Chatten. Ja. Der ist der Channel-Moderator. Der ist oft in solchen Online-Chats unterwegs. Ja? Ja, der Pinsel. Der heißt der Pinsel69. Oh. Und der macht immer Duckface-Bilder. Oh, wir haben Kundschaft. Taxi-Downton-Capt. Der will ja mal parat. Oh, der will ja. Hallo, Horst. Ja? Wo bist du denn? Hallo Dexos übrigens. Und wo wollt ihr hin? Okay, wir kommen euch abholen. Und Tutzel. Und Psychiatrist. Und Momo. Du dritt seid ihr? Und Weiß-So-Bed. Vielen Dank. Und Zack-De-Bone. Also. Und Kasbi und Gillo. Vielen Dank. Knudschi. Wir haben nur zwei Plätze. Willi, wir gehen die auf keinen Fall abholen. Okay, tschö. Okay, nicht abholen? Nee. Okay, gut, dann... Die sind viel zu anstrengend. Soll ich... Soll der Knicker die Menschen haben? Wir sind die beiden eigentlich. Ruf den Knick an. Kennt ihr die? Nee, ich hab die heute auch erst kennengelernt am Kuchenladen. Aber warte mal, ich muss mich jetzt erstmal in die Liste eintragen, sonst kriegen wir... Ja, ja. Kannst du mich auch mit eintragen? Ja, ja, klar. Danke. Lina, Weltreise, dann machen wir uns weg, ne? Oh, diese Rölkchen. Nein, du darfst mich... Hör auf damit. Das ist mein Körper, meine Regeln. Okay, tschuldigung. Und hör auf zu rauchen. Ich brauch das für meine Lunge. Nein. Rauche nicht. Das ist aber gut. Das ist nicht gut. Ich brauch schon 40 Jahre. Na, ich hab vorhin ein Nickerchen gemacht, da waren meine Haare ganz wild. Wild? Lass dir doch von Jenny die Haare schneiden. Nee. Wie Big P. Nee. Echt schön hier, ne? Total. Boah, eigentlich müsste ich ganz schnell zum Department und hier so einen Antrag machen für... Ja, soll man das machen? Ja, nee, keine Worte. Ich hab absolut keine Lust da oben hin und mich mit denen zu unterhalten. Das sind Knallköpfe. Gibt's denn keine Immobilien, Makler? Anscheinend nicht, nee. Du sollst doch nicht rauchen. Machst du Kippen auf. Machst du ein bisschen Tabak verpacken. Ja. Und du heißt Mörtel? Mörtel, ja. Mörtel? Wie das an der Wand? Ja, woanders geschrieben. Mörtel. Darf ich dich Turtle nennen? Weil du bist ja auch so alt wie eine Schildkröte. Ja, Schildkröte sind meist noch älter. Bist du sicher? Ja. Okay. Die werden überhundert. Ich nenn dich ab heute Oma Turtle. Okay. Okay. Hast du Schmerzen? Ab und an. Dann musst du Kifi-Kifi machen. Nee, das hab ich schon in den 70ern gemacht. Hast du braucht Zeit? Hast du einen Woodstock? Wir müssen die Oma gerade über die Straße bringen und den Peanut dann zum DOJ. Kannst du mal beim Taxi stehen? Drei Leute, die wollen zum Cube. Achso, du bist bei... Okay, ne, dann ist okay. Hat sich erledigt. Dann müssen die laufen. Okay, tschö. Tut die Mord auch gut. Derby, Crash-Derbys. Oh, was ist denn ein... Was war Crash-Derby? Crash-Derby. Was ist das? Da fahren die mit Autos und so Sportanzügen und Helmen gegeneinander. Also die rammen sich und sowas. Aber dann gehen doch die Autos kaputt. Ja, aber die sind bei uns schon so weit gekommen, dass du mir dann immer gescheitst hast. Oh, also so dem einer, den ich geschenkt bekommen habe. Du hast ein Auto geschenkt bekommen? Ja, so ein Rostring. Und heute habe ich einen schönen Wagen geschenkt bekommen. Ja, ist noch viel los da? Ist das Crash-Derby noch? Okay, ja, dann kommen wir mal vorbei. Ja, komm, Oma Turtle. Okay, dann kommen wir. Da, wo immer ist, ne? Okay, tschüss, Schatz. Ich habe aber keinen Schlitten für die Piste. Doch, wir haben ein Taxi. So, los. Ist das noch? Ja, ist noch. Okay, ich kaufe mir doch noch einen Hut. Wem? Ich ziehe noch einen Weg, Horst. Nee, ich ziehe niemals aus, Alter. Ja, äh. Ist aber schnell, ne? Äh, oh, was macht die denn da? Ja, die. Ich glaube, du hast es nochmal, Lolo Walking? Tschö. Wo ist denn das? Willi, wo ist das, Irby? Äh, Steinbruch. Schon wieder? Ja, wie immer, ne? Alle überwunden. Hör mal, du bist aber auf Zack. Hast du PCP geraucht? Nein. E-E-E-P-V-C. Au. Festhalten. Ui. Oho. Ui, ui, ui. Soll ich im Navi einnehmen? Naja, du findest das, ne? Ich weiß. Mittlerweile kenne ich mich aus. Okay. Oh mein Gott. Ich gehe mir kurz einen Hut kaufen. Achso, ja, da war ja was. Und lass den Finger von der Oma Turtle. Okay. Oh, Willi. Was machst du denn sonst so außer Taxi fahren? Richtig gut. Ich find die Charakter aber richtig Bombe. Das sind so reine RP-Charakter, Mann. Scheißegal, wer da hinzieht, Alter, oder da hinkommt. Das ist mein Haus. Vorverkaufsrecht können die sonst wo hinstecken. Das System ist eh verdummt. Das ist gut. Ja, geht gut. Wollt ihr ein bisschen knutschen? Wollt ihr das hingebittchen? Ja? Nein! Vergessen. Guck mal, Willi, mein Trick. Wart denn? Oh, super. Wortlich, Pina. Ja. Sitzt nur eine Delle drin. Ja, ist nicht schlimm. Macht der Chef wieder. Ich muss auch gleich nachher mein Auto abholen. Oh, soll ich die Leitstelle abgeben? Weil ich glaube, da ruft schon wieder jemand an. Geht ran. Ja, Josh. Nein. Wo brauchst du denn ein Taxi? Philipp, danke schön für die Wiese und Zoll. Oh, ich verteile nochmal eine Runde Kekse. Danke. Wo ist denn 7031? Wir sind jetzt durchgespielt. Ah, da. Auf der Spanish Avenue, jo. Wirst du vom Logan? Also über 7031 oder da drunter. Ah, okay. Wir kommen. Bist du alleine? Okay, dann bis gleich. So. Wusikus. Dankeschön für den Prime im Dritteln. Da hat er jetzt gesagt, alte Dipsut? Dripsut? Was ist denn Dripsut? Keine Ahnung. Ich kenne Drips und Dips von Jiggy Nuggies. Oh, lecker. Oh, ich habe noch Dings gegessen. Barbecue-Soße. Nee. Ich habe schon wieder... Oh mein Gott. Was ist das denn? Alles okay, Oma? Ich habe mal gestaunt über deine Fahrkünste. Ja. Ich kann bremsen und Gas gleichzeitig. Oh Gott. Da ist er doch. Oh, dass ich mich angeschnallt habe. You claim that sweet fool? Wohin des Weges? Wo wolltest du nochmal hin? Äh, 714 oben. Harmonie. Das Motel. Ah, okay. 714. Wo ist denn das Motel da? Machst du Gips, Gips? Ah, da. Dreck an der Garage? Ja, genau. Okay. Okay, also schneid euch an. Okay, danach können wir zum Dingsbuchstein fahren. Déjà vu. Oh, Scherf. Ist das die fliegende Rakete, Hol? Ja, das ist der Nimbus 3000 hier. Ui. Meter, äh, 1650 gleich, wenn wir da sind. Und Trinkgeld ist Pflicht. Ja. Ja, genau. Oh, Eid. Ja, Eid. Oh, Matilda, sowas sagt man nicht. Oh, Gott. Oh, bitte. Ich will was auch ruhiger machen. Soll ich langsam fahren? Ja, bitte. Nein. Zumindest hier in den Ofen. Nicht langsam. Ja, doch. Hey. Guck mal, der schon mit der LKW hier gepackt. Oh, LKW. Straight out der Erdbeerfeld. Tindafeld. Ab sein Erdbeerfeld, aber nur will er. Kassige. Hey, du klingst cool. Was für ein Akzent ist das? Was für ein Akzent? Kommst du aus Los Santos? Nee. Was bringt das aus Miami? Aus Miami. Welcome to Miami. Abinito, Abinami. Festhalten. Oh, Gott. Ich schnau mich an. Wir werden sterben. Too fast. Too furious. Too furious. At the pool. Ich bin Ludacris. Ui, na, guck mal. Da war ein Baum. Aber der steht noch. Oh, der war wieder in den anderen. Ui. Au. Ui. Fliegen ist schöner. Gott. Ui. Ui. Alles gut. Da steht noch. Ich habe nur angetäuscht. Wer ist der Taxifahrer? Den kenne ich noch gar nicht. Peanut. Peanut Smalls. Das ist endlich mal ein vernünftiger Taxifahrer hier. Das ist auch. Das war die Oma. Oh Gott, Oma. War das ein Fehlzun? Nein, das war die Oma. Die hat Poi Poi gegessen. Er läuft nur auf drei Zylindern heute. Oha. Das ist das ganze Glutamat. Das ist... Das ist Jutamat. Jutamat. Jutamat? Okay. Hier wohnst du, Herr Gangster? Hm, hm. Ich will da nur mein Erdkw holen. Ach, gehst du auch auf dem Erdbefeld? Nö. Geht's eine Kohle-Mine. Nee, der geht hin, Bärenstleffung. Genau. Willi, rechnest du ab? Ja, ja. Trinkgeld ist Pflicht. Boah. Der Twinkie macht. Dann mach 3000. Ha, schieße mal nach oben. Nein, Katze, geh weg. No, du gehst nicht an mein neues Mikrofon ab. Weg da. Das ist ein bisschen gruselig hier oben. Ja, hier ist auch gefährlich. Geh hier niemals alleine hin. Bis dann, Gell. Kuss, Kuss. Kussi. Bis dahin. Tschö. Grüß die Kinder. Mach ich. Aber Oma, Töte, wir kennen Leute von der Werkstatt. Wir können deinen Rollator pimpen. Ich hab keinen Rollator. Wir können einen Spinning-Wolf-Felgen dran klatschen. Und einen V-Akbi-Turbo. Nein. Es funktioniert noch wunderbar ohne. Ja, ja. Oh, das ist gut. Der Holländer, der kann die Leitstelle übernehmen. Ja. Und er soll uns ja nicht anrufen. Ja, Case. Na ja, willst du die Leitstelle haben? Ich muss gerade was erleben. Ich muss die Oma über die Straße bringen hier. Äh, ich bin unterwegs. Du, dass du mich nur um die Straße bringst und nicht um die Ecke. Äh, um Norden, am Knast gerade. Wir sind keine Mörder. Aber uns verfolgen Mörder immer. Wie? Wir haben zwölf jemanden. Äh, ne. Ich bin gerade unterwegs. Warum? Warum das denn? Du meinst übrig. Ich bin durchgeknallt. Ach so. Äh, pass auf. Wir machen das. Naja. Ich, äh, kriegst dann den Schlüssel. Dann, äh, ich geb mal die Leitstelle ab, ja? Dann die Umleitung stelle ich. Und, oder willst du nicht? Jetzt. Jetzt. Okay. Ui, 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 ui. Hier ist ein Blitzer. Oh, nur der Peanut und ich. Und Oma Turtle. Ja. Und die Oma Turtle ist auch noch dabei. Ja, das ist die, der müssen wir ja gerade helfen. Der Oma Turtle heißt die. Gott. Ja, nein, die Oma Turtle ist Kundin. Nur der Peanut und ich. Ja. Oh, das ist ja ein schickes Auto hier. Nein, das schaffst du nicht. Ja. Ja. Aua. Okay. Okay, aber mach die ersten. Wir haben jetzt schon ein paar Kunden gehabt. Dann mach du dir die ersten zwei, drei. Dann machen wir die Oma hier fertig. Und dann kannst du einen anrufen. Was? Was? Du willst mich doch nicht fertig machen. Was? Was sagst du, Case? Ja. Okay. Das soll dir passen. Ja, das ist vom Knicker da. Dann ruf den Knicker an. Aber das ist sein eigenes. Oder du fragst die Knicker-Pinion gleich nichts. Du kannst die Tür allein aufmachen. Du bist doch voll stark. Noclaw. Noclaw. Okay, bis nachher, Case. Ich bin eine unabhängige Frau. Ach, du bist eine Frau. Noclaw. Noclaw. Komm. Gib mir Henry. Oh, guck mal, was hier los ist. Was hat der gesagt? Der hat dich Fettzack genommen. Hey, Taxifahrer, Blatt. Komm, wir mal ruf zu kommen. Hä? Komm, wir gehen weiter. Weißt du, die fällt ja schon runter. Ach du Scheiße. Guck mal, was hier los ist. Gut, dass ich einen Ziegelstein in meiner Handtasche habe. Oh, guck mal hier, seit der Mann, die das hier gemacht hat, da ist das hier mal richtig. Ja, viel cooler. Äh. Wo gehen wir hin? Ich weiß es nicht. Wo sind die coolen Leute? Ich glaube, da... Ich höre, glaube ich. Okay. Die Berge besteigen hier. Ui, ui, ui. Das ist Jutta wieder. Komm, wir gehen hier hinter den Elke. Lassen wir hier hinter den Elke. Aber hier sieht man nichts, Willi. Ja, äh... Da vorne ist der Kika. Ja, weil es ein Teamgebildung gab, ne? Weil die russische Russen waren und die bei einer Gegend das Tafis. Kika Ninschen heißt er. Lackika, was geht? Äh, okay, Willi, Willi ist hier. Oh, die fahren sich jetzt kaporen. Gebt dem Mann, Schubs dem Jungen. Ja, kurz hier, Schubs geben. Und das ist ein Crash, der wie Oma Törtlich. Wer ist denn, bitte, Oma Törtlich? Wie bitte, was? Ja, ich sag dem Willi aus meinem Schalt, bis dahin. Was dürfen die nicht spielen? Ich hab den extra abgeschoben. Und ich. Äh, Peanut, was geht? Was geht, Kika? Ja, was wollte der jetzt? Der Holländer, den Schlüssel, ne? Ja. Nur für das Speed Cap für den VSTR. Ja, aber Speed Cap ist doch deins. Ja, nee, für den VSTR, nicht für den Revolter. Ach so. Außerdem, warum hast du einen Schlüssel zu dem Revolter? Welchem Revolter? Das VIP-Cap hab ich. Nee, den Speed Cap hast du noch für einen Schlüssel. Nein, dazu hab ich keinen Schlüssel. Perfekt. Alles da. Haben Sie Magen-Schmerzen? Äh, ein bisschen. Oh, ich glaub, das beantwortet die Frage. Okay. Äh, nee, wieso? Das war ich. Das war Oma Turtle. Nein, das war ich. Bam! Boah, aber hör mal hier, jetzt wo der Manni das hier aufzieht, das ist ja richtig professionell, ne? Brot-fressionell, ja. Brot. What? Mani sieht mein gar nichts. Ich will mehr sehen. Ja, dann stell dich so weiter. Du bist gemein, du bist gemein. Warum nicht gemein? Du hast mich überfallen. Hä? Und du hast mich verkloppt. Du hast mich verkloppt mit deiner komischen Wortzahn in der. Hab ich gar nicht. Nee, du wolltest mich verkloppt, du hast es noch nicht geschafft. Ich war stärker mit meinem Fäust. Bam, bam! Was war das denn? Das war Oma Turtle. Ich bin erstaunt. Du bist wohl eher zu Staub gefallen. Die ist so alt wie du, Jutta. Ich will aufpassen, ne? Wollte ich gerade sagen. Die ist schon mal... Boah. Ich bin aber seit Jahrhundertfünfzig. Auf weia. Oh, hi. Hi. Und wie? Oh, ist das da? Wie genau ist. Ist das der Schöpfer? Nee, nee, nee. Was für hübsche Mädels hier rumlaufen. Oh, das ist ganz schön für den Bauch. Oh, das ist ein perverser. Nein. Hallo, sind Sie pervers? Nein. Haben Sie gerade etwas von uns gemacht? Nein. Ihr seht cool aus. Oh, danke, Herr. Danke schön. Ihr habt echt voll Style. Danke schön. Das ist jetzt zwei sehr hübsche junge Damen. Peanut, willst du den Döner? Was? Willst du den Döner? Nee, danke. Pizza. Pizza. Pizza macht Spitzer. Oh, du meine Güte, Sie sind pervers. Nein. Hast du eine Molle? Ich mache das für den coolen Grip-Kalender. Ach so, ja, warte, dann poste ich hier gleich noch mal ein bisschen. Ja, geht. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Warte, ein bisschen Arsch hier noch ein Moment. Ah, besser. Ja, ich will auch ein Foto. Okay. Warte. Ja. Ich will auch in den Kalender. Ich komme bald auf Seite 5. Was, ich winke schön. Ich meine, das Auto öffnen müssen. Keine Ahnung. Sag mal, Schießburger. Matt Eagle. Oh, geil. Dann gehörst du zum Relief. Matt Eagle ist mega geil. Okay, in der nächsten Zeitung seid ihr drinnen. Ich glaube, das geht immer Autos. Echt jetzt? Ja. Haupt doch nicht. Wow, ich hätte gerne Matt Eagle als Haustier. Vielleicht gewinnen die halt den Preis. Ja, sie halten sich immer nicht lang. Echt, welchen Preis? Eine Million Dollar. Oh, du meine Güte, dann sind wir auch noch reich. Wir machen einen Wettbewerb. Für die eine Million Dollar könnt ihr euch eine Regenbogenmaschine kaufen. Was ist eine Regenbogenmaschine? Die macht einen Regenbogen. Oh, du meine Güte. Oh, Nisha, dann können wir Regenbogen machen, wann immer wir wollen. Ob der Zweck ist wirklich schon immer. Oh, du liebes Bisschen, das ist ja zu viel. Oh, du meine Güte. Wann wissen wir, ob wir gewonnen haben? Ähm, nächste Woche. Immer Mittwochs kommt die neue Zeitung raus. Immer wieder so eine Zeit, kommt die Erinnerung. Baa. Ekel auf. Geil, nicht schlecht. Ähm. Das hat aber nicht der Herr Jutta hier organisiert, ne? Was hast du gesagt? Oh, mein Gott. Hallo. Was ist das hier? Ja, Siegfried, was läuft? Kifi, Kifi. Nein, Peanut. Peanut, nein. Ich nehme keine Haschroischgifte gehalten. Nur die Gangster-Wangster. Mörtel, du bist ja auch hier. Mörtel? Mörtel. Mörtel? Oma Törtel. Bitte gib mir auch so die glänzende Touch. Nee, bitte. Törtel, die kenne ich doch. Die sagt doch immer hier, du, dich kenne ich. Du bist Mörtel, ne? Die maulende Mörtel. Ich bin Mörtel. Ach, Mörtel, achso. Spitzname Törtel. Ah ja, okay. Oder Schildböte. Mörtel. Mörtel. Mörtel, Mörtel-Dinch. Das hier ist in Tanisha und Anni schon bei diesem Kultum. Und zwei, nee, vier Arme um vier plus vier. Heißt das nicht, Christa? Ja, von mir hab das so früh erzählt. Das ist so früh, wenn ich an Beton war. Bina? Ja. Wolltest du es nicht ruhig haben? Ja, eigentlich schon. Oh, mach auf. Äh, was ist denn mit euch? Ach, war schön. Bisschen passiv mitzuerneben und ich sag die. Was ist los passiert daran? Ich würde mal sagen, strike. Anni schon. Offenblick ist ja alles gut gegangen. Ja, ja, ist gut. Anni schon. Anni schon. Aber die ist hartlich. Lackifah haschisch. Wir sind gerade beim Schrauben, die haben wir das. Pass auf, Oma. Du fällst runter. Oder? Ja, bin ich gerade schon fast. Ja, nee, warte mal. Kommst du mit zu mir? Achso. Du hast ja noch den Undercut. Undercut, ich hab glatt gesehen. Nein, dein Boxerschnitt. Ja. Lackifah. Ich glaube, Manni ist schon nächste Runde. Aber das ist aber ein tolles Auto. Ja, komm jetzt. Anni schon. Was ist denn das für ein Auto? Ja. Äh, Manni. Wie machen wir das jetzt? Noch die Runde und danach eine Runde alle zusammen? Ach, Manni mit ihm. Ja, wir gucken mal einfach, wie viele noch da ist. Vier plus vier. Ja, ja. Acht. Ja, genau acht. Ja, weil jetzt nochmal... Weil jetzt nochmal jemand eine Runde... Der Peanut. Ja, Kika. Kann man sich auf deinen Bauch eigentlich abstürzen? Ja, aber du kannst ihn reiben, dann hast du Glück in der Liebe und im Casino. Wirklich? Ja, wirklich. Aber es kostet 10.000 Dollar. Da ist er. Einmal reiben. Von der Nummer zwei, also alle von der jetzt nicht da waren... Jetzt muss ich gut drüber nachdenken. Ich glaube, ich versuche lieber mich drauf anzulehnen. Gucken wir einfach mal, wenn noch alles da ist. Ohhhh... Lass ihn dir schmecken, Kika. Hins Gesicht! Hins Gesicht! Schmecke lasse. Hins Gesicht! Hins Gesicht! Hast du Parfüm von Peanut drauf? Ich habe... Ode! Was heißt... Peanut! Oh, de Küche! Erfisch! Pina, sag mal, was heißt du für einen Schulabschluss? Ähm... Ich hab Summe Cum Laude. Wä? Doppelpiece, mein Freunde. Was ist das nid? Ging, ging. Lauda to si, Omnio Signore. Was? Ja, ich bin Gitarre, sing weiter. Ja, lauda to si, Omnio Signore, lauda to si. Sei gepriesen für Laminat und Fliesen. Bitte, meine Ohren. Hör auf zu singen, bitte. Du hast doch Kopfhörer an, wieso sagst du meine Ohren? Weiter, bitte. Das sind aber nur so Kopfhörer, die machen die Lautenbräuche weg, aber du siehst du da ja nicht. Guck mal, ich bin Riku. Binett. Binett. Ja. Wie viel tut Abschluss? Sag ich dir nicht. Dann bist du aber schlauer als die zwei komischen hier. Warum? Die brauchen nicht schlau sein, die sind voll cool. Ja. Die können nicht mal zwei plus zwei ohne vier Hälfte berechnen. Pff, ein Brett bekommen. Die fühlt das stimmt gar nicht aufs Maul. Die können aber mit ihrem guten Aussehen punkten. Die sehen nicht gut aus. Die sehen schrecklich aus. Ja. Oh mein Gott. Oh nein. Ja. Ganz ehrlich, sie fühlt sich aus wie eine schlecht geschminkte Frau. Ja, kann ich zustimmen. Ja, ne. Das brauche ich sowieso nicht. Ich habe eine viel schönere Frau gefunden. Ja. Wenn denn. Wo denn? Hast du Luft rausgelassen, oder? Die wird bestimmt noch geliefert, hat er am Katalog bestellt. Ja. Die, äh, bloß, dass sie, du erfahrest. Kika, sind das deine Töchter, weil die Kika auch rein? Ne, absolut nicht. Kika. Ja, der heißt doch Kika. Nein, der heißt er nicht. Wie heißt du denn? Na, sorry, guck. Warte. Ja, sag ich doch, Kika. Ne, ne, guck. Ja, doch. Finde die Kika. Mein lieber Karl. Da steht Kika. Wie geht's dir, mein lieber? Da steht die Kika. Ja. Du bist so Barzazora. Die Kika, was? Die Kaniinchen. War das? Ja. Herr Jutta, sie sind böse. Echt jetzt? Warum? Du schuldest uns noch Geld. Ah, schön. Ich bin gar nichts. Ja, kann ich mich nicht kippen. Ja, auf mich anzutippen, sich aus dem Handy. Ja, schon irgendwie so ein bisschen. Also du bist auf... Ja, dann macht das. Der Käse hat ja die Leitstelle, ne? Dein Bauch ist auf jeden Fall ein größeres Bedienfeld. Mir schubst das Erdnüsschen gleich hier runter. Passt auf. Kriegst du? Oh, oh, oh. Da tipp ich aber nicht ein Holländer erst mal. Ich hab den nicht erfohlen. Alter, du bist ein Sau, Junge. Egal, dann musst du doch ein Kilo Luftverlager dabei, oder? Äh, die... Da bin ich glücklich. Wie lange hat der Holländer den Wagen jetzt? Ein Knicker. Was weiß ich? Was dir wird einfallen? Eine Stunde, zehn Minuten. Ja, gucken wir mal. Dann sprech dich mit dem Holländer ab. Da musst du aber unter den Schreibtisch. Das weißt du, ne? Ja, hallo. Nee, ich will nicht am Schreibtisch. Der Kalle sagt, dann musst du... Ach, der Kalle sagt. Der Knicker sagt, dann musst du aber unter den Schreibtisch. Äh, nicht, nicht, nicht. Ach so, du redest... Ach so. Ich rede mit... Ach so, ne, der redet mit jemand anderem. Was ist denn da lutschen? Äh, nicht bei mir. Nein. Der hat mit... Beim Hase, Peter? Beim Hase, Peter. Ja. Ich rufe den jetzt an. Äh, am Sonntag ist eins, aber das ist... Da sind schon die Plätze überlegt. Ja, aber du kriegst ihn jetzt demnächst. Ist besetzt. Okay, das ist wichtig. Meine Gehalte, Sonne ist... Freue man ja nicht, ne? Jeden Tag bin ich am Arbeiten, acht Stunden locker. Wo warst du gestern? Urlaub. Nein, ich bin mal nix wo auf Freitag. Okay, letzter Mann ist auf. Letzter Mann ist auf. Letzter Mann ist auf. Anwesende. Wer hat den genehmigt? Ich habe ihn selbst genehmigt. Schon. Also... Das ist der Mutmeier. Also bei Dr. Holiday, oder? Nee. Oh. Mein Doktor heißt Anglas. Nee, ich weiß nicht. Dann geht das los. Crispy Bacon. Wie nochmal? Crispy Bacon. Oh, ist das mein Schild? Ja, den kenne ich. Das ist ein guter Arzt. Oh, ich bin zum Gehle-Golob. Oh, das ist egal. Bei Freitag kannst du mitnehmen, Leute. Wir haben da so einen coolen Stuhl. Wir haben jetzt total ungefähr 15.000 erhöht. Boah. Ja, weht, ich sind 5.000 davon, aber fang. Nein, ich bin mal ein. Ich kann mir gucken, woanders zu. Ja, weiß ich. Also, der hat sich mit... Den Gefächtchen zwar jetzt nicht überschlagen. Der Jutta redet immer so laut. Boah, Emo kann man doch bestimmt hier hin. Ja, entweder hier hochklettern, aber das ist mit Oma schmierisch. Oder wir gehen schnell, dass Freunde wird, wenn du nicht letztes Mal standen. Ja, okay, los. Das ist aber gefährlich, ne? Ist gar nicht. Oh, bei durch. Knell. Oh, da laufen wir auf Versanten. Leute, runter von der Straße. Was ist denn, Straße ist dein Weg? Egal, hier ist aber gleich dunkel, Alter. Oh, was ist mit Oma Turtle? Oma Turtle? Wo ist sie denn? Da hinten. Oma Turtle, glaub. Renn nun dein Leben. Schnell. Ja, ich komme. Boah, die ist aber schnell. Mach dir aber keine zehn Minuten, oder? Ist doch schon rausgefahren. Lass dich einer vor mich werfen, als Schuttschild. Okay, machen wir weiter. Jetzt sind wir geschützt. Ich hab'n Auto fast erwischt. Ja. Das kann ja öfter noch passieren. Da kommt ja bestimmt was wieder in der Zeitung da. Ja, alles gut. Aber hier hab' ich Auto verangelernt. Ja. Da bin ich Blüffkönig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, zum Glück sind sie hier geschützt. Alter. Und am Flughafen hast du ein Führerschein geschenkt gekriegt, ne? Das war knapp, Oma Turtle. Das ist aufregend. Ja. Siehst du überhaupt was? Ja. Oh, okay. Die hat doch ne Brille auf. Ne, das meinte ich nicht. Ich meinte nur, weil sie so hinter uns stand. Hui. Hui. Ich seh mich auf die Zehenspitzen. Achso, ich kann die auch nach vorne lassen. So ist nie. Oh, danke schön. Du willst sie doch nur ausschätzen. Was für ein Gentleman. Viel Nacht, Junge. Bitte, Papa. Boah, ich hätt gerne ne Drohne und würd mir das von oben angucken. So. Da brennt was. Da schreit jemand. Muss, muss Ronny sein. Aber diesmal ist es richtig gut organisiert hier. Das ist volle Hütte. So cool. Wer bezahlt denn die Autos, die hier kaputt gefahren werden? Frau Jutta. Oh. Ist das deine Freundin? Das ist meine Frau. Die ist im Hotel, die zockt Playstation. Tom Wilder. Warum macht die sowas? Weil die hat doch keine Lust. Das ist aber uncool. Na, geht. Finde ich schon sexy, wenn die da sitzt. Im Jogginganzug. Und den Mund auf hat, weil sie Konsole spielt. Vielleicht drauf dann, oder was? Ja. So. Nachdem es jetzt noch ein neues Auto gibt. Und die irgendwie zum Brennen leistet. Irgendwie so ein bisschen. Aber weiß ich nicht. Twinkie ist ein süßer Name. Gut, machen wir weiter. Jetzt geht's los. Oh, mal guck dir an. Ich bin toll, ja. Ui. Oh mein Gott. Ui. Der ist tot. Da liegt die Hirn. Warte mal. Warte mal. Keine Ahnung. Oh. Der macht... Ab durch die Hecke. Toll, jetzt ist der Berg im Weg. Reise. Oh mein Gott. Oh. Ui. 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 Das beeindruckt mich absolut nicht. Oh. Das ist hier besser als jeder Tartor, den ich hier gesehen habe. Du hast nicht mal mit der Wimper gezuckt, Oma. Das liegt aber auch daran, dass ich Probleme mit meinen Augen habe. Ich kann nicht so viel Blätter sehen. Ich kann nicht so viel Blätter sehen. Ich kann nicht so viel Blätter sehen. Was war ein Soundboard? Achso, ja, 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 ja. Soundboard, ja, ja. Ja, ja, Jennifer, ja, ja. Ja, na klar. Ich hab Wessi noch am Telefon. Bei mir kommt der Stift raus. Echt? Ja, ich war zu faul, mich zu bewegen, wie immer. Solange er noch nicht malt. Deine, mein Dankeschön für den Prime-Brain-Samsen, Bully. Moin, servus, moin. Danke. Ja, war mega lustig. Oh, mein Gott. Da ist noch keiner raus, oder? Buh, buh. Ein paar Schneidemaschinen macht Buh, buh. Also, ich kann das definitiv nicht mehr machen. Bei mir werden schon alle Knochen kaputt. Ja, mit dem Rollator hier rumgucken geht auch nicht ganz fit. Und dein Rollator. Schau, wie macht die Haarschneidemaschine? Ich brauch's dir selber ein. Kannst dein Bauch drauf ablegen. Du kannst dein Bauch drauf ablegen. Ja, das stimmt, der hängt ganz schön. Vielleicht war ich für mein Model. Oh, oh, nein. Hallo. Ui, jetzt geht's nicht ab. Au. Haha, geht's dir gut. Was ist das denn jetzt? War das gelb? Ich meine, das war gelb, ja. Gelb-weiß oder schwarz? Ach, könnte ich jetzt nicht ehrlich sagen, ob ich jetzt nicht so realisieren. Ich zieh schon aus dem Auto raus, mein Freund. Wenn man die Augen zumacht, klingt das so, als würde dir Rasen gemäht werden. Macht mal die Augen zum, wirklich. Hört mal zu. Ja, stimmt. Jetzt war ein Stein unter dem Rasenmäher. Oh, scheiße. Das übertreibt nicht, Alter. Ja, Geis. Er wird. Hallo? Ja, das ist schon vier Stunden. Wieder das. Das ist unfassbar. Hallo? Mit Peanut fliegt die Zeit einfach nur so weg, ne? Ja? Okay. Hast du gerade Peanut gesagt, Willi? Ja, Peanut, hab ich gesagt. Ja, ich bin noch hier. Ja, okay, ich hab schon wieder gedacht, war hier sehr einfach. Ui. Wieder zweimal gelb, einmal orange. Nehmen die eigentlich die Glasscheiben voll raus? Ne. Nicht? Aber ist doch gefährlich. Ja, hier, beim Aspo-Durby. Gegenüber von dem Sandberg. Du musstest uns erkennen, der Knick hat wie immer den roten Pulli an. Nicht so verwechseln mit mir. Warte kurz. Wenn's der Holländer ist. Ja. Okay, tschö. Ich hab'n roten Pulli an, ja. Kika, bist du bei der Yakuza? Das war doch der Holländer, oder? Ja, wie soll denn jetzt keiner die Leitstelle? Weiß ich nicht, aber ich hab' jetzt mein Pullover ausgezogen. Danke, Willi. Was, bei, bei was bin ich? Bist du bei Yakuza? Ne, warum? Da ist da so'n Tätow umrücken. Ja. Wow, Samurai. Samurai. Ja. Ja. Das ist wegen mir. Da ich immer so mein Schwertfinger, weißt du? Oh, guck mal. Hinten Samurai, vorne ein Teddybär. Welche Farbe bist du jetzt eigentlich? Oh mein Gott! Nein, nicht darüber! Oh Gott! Schatz viel Schwung! Lebensmittel. Ja. Nun denn... Ja, ich hab' dir ne Frage gestellt. Äh... Gelb. Aber es sind auch gerade beide gelb drin. Achso. Oh, oh, da knallt jetzt! Bam! Und weg! Oh, hewe gesagt! Aus'n Leben gerissen. Ja, aber gefährlich hier, weh? Ja. Äh, 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 hast du denn immer die Leitstelle? Ja, ja. Ne? Ne? Alles okay hier, ja, ne? Jut, dann kommen alle Überlebenden jetzt auf die Piste, die mal Reparatur wollen, können, müssen, machen dann nochmal. Und ansonsten treffen wir uns alle gleich wieder hier, mit allen Teams, die doch irgendwie lebendig sind. Alle drei heiß zusammen. Spieltschein, kalt auch Himmel? Hahaha. Hey, Peanut, was geht? Was geht ab und nicht nach? Gar nicht viel, ne? Kies von der GoPro. Von der GoPro? Ja. Okay. Äh, 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 äh... Ja, sprich dich aus. Was heißt hier super gemacht, wenn ich hier eingeh .. sandwiched werde? ... war das so ein paar... War das die Oma? So ein Frucht im Hallen? Ne, ich war das mit so. Einen großen Fussel! Einen Fussel? Hm, hat aus dem Bauchnabel geklaut. Vom Hochst. Aus deinem Bauchnabel! Eee, ach, uah! Weil ihr seid sonst die egelachten Menschen, geht weg! Bah! Hä, Moment mal, wie ist denn die Egel, weil... Warte mal, du kannst deine Flatulenzen hier überall auflassen, oder was? ja 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 genau wie im Taxiunternehmen das war die Oma Turtle ja schiebt das alles immer auf die alte Frau ist okay oh ist das deine Oma Peanut? nee oder? nee weiß nicht nein es gibt irgendeinen Team was noch vollzählig ist doch rot es gibt ja gar nicht vier rote haben wir noch nee ich hab keine Oma meine Oma ist die Merifone 3 gelbe sag mal sag mal orange sag mal pink sag mal orange kommt noch da hinten kommt noch kommt noch da kommt noch was Orangenes ja ich glaube die haben das gerade nicht verstanden 3 Orangen gibt es noch doch doch die kommen einer wird noch repariert wir sollten nicht die Pinker nach zu viert sein was sind die ja was ist das für die Sprache das ist äh das ist äh kickerisch aber ist alles gut solange die nicht sagen dass die von Rechtspusch dann musst du wegrennen find mal von Rechtspuschen ey wir müssen auch unsere Choreo machen check mal aus weiß ich auch nicht so recht hab das mal aufgefasst okay aber von ganz von Rechtspusch ist auch nicht gut Michael du kannst du nicht fahren ne von hinterher nehmen wir geradeaus das ist gut mein Telefon vibriert hallo nur so unterdrückt du 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 ich ruf mal den Horst an ja mach mal die wollten doch ins Cube oder weiß nicht wo ist da Party hier ja hat der gesagt am Telefon ja die wollten so eine Pyjama Party 3 3 3 2 1 go was ich werde dich finden hallo ich werde dich finden und ich abschlachten oh Sau warte mal es ist laut hier ich werde dich abschlachten oh ist das die neue Boyband ich töte dich haha ich mach jetzt mal Klingelschleiche beim Horst du 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 ja 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 ich komme mit ja ja ist schon vorbei toll wie soll man denn hier wieder hochkommen ich wusste nicht an was best team ever Orange hallo wir gehen noch ein Stück hallo 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 wer ist denn da oh hallo 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 ja ja komm ich würde mich freuen ok bis gleich tschüss 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 um lass ihn in ruhe kackamy hell nicht bei uns dahinter bitte herzlich was ist sie jetzt sollen wir dann zum ho الي anderen oder was wird Mail ja weil wir die am t-shirt kannst du abwischen was noch dran ist ich habe nichts gemacht also will ich immer schlüssel denkt dran wiedersehen macht freude ja weißt du doch wo ist er denn vstr du bist du ja hier ja das war kann man gehen noch nicht nur gucken wie kann man nicht da hoch aber schützer der holländer die mit der doofen musik gemacht ja und schön mal so ein bisschen pause oder ja immer ein bisschen schräg denn das ist nicht so schwer für die kinder oder sie sind oma turtle ja oma turtle ok kann man die muss auf toilette was für ein mörtel märchen genau ja mörtchen nein oma turtle mörtel beton mörtel turtle wie schön mörtel genau märchen Jetzt geht's ab. Ey, Willi, bleib mal stehen. Hast du Angst, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war knapp, Willi. Oh Gott. Der sieht richtig auf, ey. Was schießt, oder was? Ja. Dann tue ich doch noch mal hin. Oh Gott, hast du ihn noch angeschlossen. Oh mein Gott. Bye, have a great time. Oh Gott, oh Gott. Ja, der Hausi muss alles aufschreiben, oder? Sex ist passiert. Okay. Ja, dann geht's weiter. Willi ist mutig. Oh, ne. Ey, wen müssen wir den anfeuern hier? Wen feuern wir an? Die Roten. Ja, Rot und Wies. Nur der FC Köln. Go, 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 go. Wieso sind eigentlich keine blauen Autos dabei? Hey, Willi. Ja? UFC-Farbe meinst du? Naja, christliche UFC. Aber ich weiß jetzt, warum keine blau-weiße Autos dabei sind. Ja, weil der MS2 nicht dabei ist. Ja, ne, ich wollte eigentlich die anderen blau-weißen. Ach so. Scheiße, 0,4. Ja, richtig. Die fahren auf dem zweiten Platz. Ich mag kein Baseball. Nicht? Ich auch nicht. Nee. Kriegt man ja immer so viele Bälle an den Kopf. Boah, toll, haben wir nicht gesehen. Warum nicht? Weil der Berg ist zu schnell. Scheiße. Musstest du das jetzt da rupinat? Ey, da oben links kann man alles sehen da. Aber da stehen schon Leute. Uiuiuiui, oh, der Knallt! das ist ja wie 3d für mir ja nimmt euch den gebäckchen wir gehen gleich noch ein party machen jetzt hat noch keins gebrannt gucken wir gucken was er abgeht was brenne die hütte gar nicht wir halten fest bei stets langsamer später wieder liebesbrief ja und herr juta hier noch so minen und panzermin hinlegen vor das wäre ich gerne ausweichen müsste und mit schlangen schlangengrubel und wir müssten stein auf die werfen ja oh geil da kenne ich gibt sogar ein lied von und wir schmeißen stein auf stein auf die elf vom niederrhein die bums die bis dahinter ist borussia mönchenglad war gott und gut hat er jetzt mit der oben schild einfach dem interessiert das gar nicht willi was sei mit deinem lieblingsverein mit die düsseldorfer christlich düsseldorfer was ich mit deinem einen wohnwagen platt dafür hast du keinen was malzeit hallo das geht wer malzeit wie zeit male alleine male willst du deine zeit auch mal da stehst du ganz schlecht würde ich dir sagen ja ok ja komm jetzt auf die andere seite hier haben wir cookies orange ich habe noch zwei stück wer will denn einen das sind beides meine kannst du noch mal welche backen die waren sehr lecker na klar das kriege ich hin hast du noch cookies ja hier hast du lass dich umarmen du ein danke warte schön ich stell dir mal meine frau twinkiepight vor hallo jetzt kann ich mich sehen doch im hinteren siehst du ja danke aber nicht schwarzen bitte wir sollten mal mit dem taxi mitfahren ne geht noch nicht das wäre doch eine gute idee die alten taktis warum kriege ich eigentlich kein trinken alles neue taktis kaufe und dann hier die alte schöne kräfte irgendwie machen oder die besorgen uns LKWs vom Erdbeerfeld ne geht das ist genau für neue geschäftsidee oh ich glaube das tot weh bin ich gewohnt Peanutsmolz am spitzel nja ost hier wo bleibst du hallo ja wir sind noch beim crash derby ui da ist einer in die menschenmenge reingefahren geil nein ihr verpasst hier echt was ey die bums sind nicht alle gegenseitig weg hier ist viel gewalt verpasst hier auch ziemlich viel gar nicht doch hier gibt mehr action komm doch jetzt hier hin ich komm gleich ich komm gleich oh Gott oh ist gleich den hat's rausgekegelt toll hab nix gesehen guck mal hinter uns da rechts oh jetzt ne der fährt schon wieder hoch er ist ja immer geflogen da ist die Rennleitung was denn das hast aber nicht du organisiert Jutta was denn das Autorenn hier ja hauptsächlich der Manni der hat viel professioneller gemacht jetzt leck mich nö das ist ein Schwanz das hab ich verletzt leucht jetzt auch oh scheiße bitte verletzt nicht euch mal oh lass es sein Arschloch der war Arschloch der war Arschloch ist gut jetzt ist gut jetzt jetzt hab ich mein will du mir so stil jetzt hast du mir mein Herz vom Kopf geschlagen du Arschloch ja und kauf dir neues Razor wow das Fitt ne das war Logitation gering Verdiener oh Schmutz wo ist denn wo ist denn man mein Herz ist das Haschisch mein Sohn heißt Haschisch was für Haschisch wo wo gehts was Kiffe oi 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 ey wer hat das Kiffe mit ich nicht Oma Törtel hat immer was dabei nein ich nicht wie bitte Oma Oma ist join mit was hab ich Törtel Beach join mit was hat schon was Haschroch gibt die Rechte ok du musst lauter reden ich hör doch nix hä 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 besonders nicht stein im Norden dann komm mir mal Jungs ist nicht los Nord-Ost, Entschuldigung West Berlin, Maschbelein Oh ja Frage einfach nicht heute ist ruhig... ... ... ... ist nur ich bin ich will fleisch jutta du musst doch deinen taxirechnung bezahlen das auch gehört ja aber natürlich 100.000 dollar schuldest du uns guck mal guck mal willi und kika schubs mich doch nicht hier hoch die hat uns die zeche geprellt die hat nicht bezahlt und die krankenausrechnung musst du auch zahlen von mir ich bezahle du musst meine bezahlen 2.200 dollar was darfst du ich hab dich nicht mal getroffen das stimmt siehste was soll ich dann bezahlen ich glaube wir müssen mit jutta da mal runter gehen ne ich hab schon jemanden beauftragt der wird die jutta holen hast du bezahlt ja die hat echt bezahlt ui wie viel der ist tot 2,5 da liegt ihr hier war eigentlich sogar viel mehr als ich eigentlich bezahlen musste was gehört die hat nicht bezahlt doch ich hab gerade eine rechnung ausgestellt die hat bezahlt die hat die karte draufgelegt ja und ich warst du mit meinem krankenausrechnung du kannst sie selber bezahlen die musst du zahlen ich bezahl gar nichts du wirst schon sehen wenn du nen Sack übern Kopf kriegst solang es nicht dein Sack ist na von meinem Sack träumst du den hättest du auch gern aber wenn ich hasse willst du ne Frau sein du Arscher sag wohl dass du die Freundin von Willi bist griffst du aufs frei ich hab dich schon längst beeindruckt hörst du das für dich der droht mir ja du hast mich verkloppt und die Rechnung nicht gezahlt weil du mich zuerst verkloppt ja weil du nicht die Rechnung gezahlt hast ja du musst du nicht die Hand greiflich werden ja du musst du nicht die Hand greiflich werden ja du musst du nicht die Hand greiflich werden ach hoppen ab ab wirst schon sehen was du davon hast ja ja das ist Karma mhm alles kommt auf dich zurück im Leben ja Jutta dann bist du wohl gefickt oh nein Hilfe ich habe Angst Jutta ja immer da hoch mhm bin mal gefallen so hoch ja klar hier geh mal vor den Zaun nee dann stell dich mal in die Mitte nee und wenn dich kein Auto erwischt ne hab ich hier 5000 Dollar wie viel welcher Zeitraum 10 Minuten nee 10 Minuten ist für viel okay 3 Minuten auf den Zaun oder vor den Zaun nee auf die Straße mittig auf die Spur da wurde hingehört ach bist du blöd 3 Minuten ach ja nach der Runde ja nee wenn dann jetzt hallo Mace TV nee äh wie langweilig was warum so mach du doch äh und dann ja weiß ich nicht klasse kein Geld von mir aber es ist lustig ja siehst du das aber doch bist du ne he oh guck mal der orange fährt die da hinten oh schon wieder vorbei ich bin zu langsam fast ja sterben die ganze Zeit Leute brauche ich haben wir jetzt hier nachher 200 Leichen liegen ja oh die kriegen ein bisschen Pflaster und dann geht's dir doch ging in die Weste in die Kette oh Gott alle haben den Kopf verloren alle tot alle tot guck mal wir starken hier wie deutschreich die sind alle tot da sind ja auch nur Nadelbäume Klaus Thaler der Fels in der Brandung die haben keine Schmerzen das ist mein Steak auf dem Boden gefällt auch du in der Fresse gekriegt tut nicht weh das ist mein Steak auf dem Boden gefällt das ist mein Steak auf dem Boden gefällt das ist mein Steak auf dem Boden gefällt Sieger ich hab noch Mann zu verlaufen mach mal die Tür zu das bimmelt Juhu oh wer seht das man ich kann immer wenn ich telefoniere hier hab ich schon rücker das Telefon ist doch schwer das liegt am Alter ja das ist so ein leites Lofi das ist so schwer nein ich muss pupsen ich wünsch das es in die Hose geht ach nee ich muss los komm den Geruch besser boah ist das wie Pina ja mach nochmal wir sind zwei Kolben fang du an wir sind zwei Kolben ja mach nochmal geh nochmal runter also ok wir könnten einen Viertakter machen komm wir zwei in der Mitte zuerst dann hier aus du musst auch mal hier mit fahren Oma Turtle ja breche ich mir doch alles ne du Kriss 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 ja ich hab mich vorher in so eine Fode eingesetzt Knisterfolie und Osteoporose meine Knochen sind nicht mehr so stabil da bin ich nicht noch ein Helm aufsetzen da ist vorbei von Milch muss ich immer nur groß was musst du groß also schieß die quasi durch direkt ein Schluck Milch der Kakao macht aber es ist eine schlimme Idee in die Pampers ja und in welchem Hotel wohnst du? beim Würfelpark ich bin nämlich von der Telekom ich muss ihre Leitung prüfen fall da ja nicht drauf ein wenn jemand anscheinend bei dir das sind nämlich wer Omis und Opis beklaut ist absoluter Schmutz immer Ots so ganz gut ne Schmutz bleibt Schmutz zweimal Gelb einmal Grün euch gibts ja auch noch hab ich was vergessen so und zweimal Pink ja gut nicht Omis will er jetzt auch Pups Pauli Dankeschön für die Wiese am 21 immer diese Abo-Fahne nie fällt das ist jetzt die letzte Runde das ist nur der Abo-Fahne das ist Enttainer komm die Puts machen danke das ist der John oder guck mal John ich hab sein Bier noch ob er das möchte John du Penner hi John mit so wieder Felgen klauen John ich hab noch deine Flasche Bier willst du ja John geh lieber da weg ja komm her jetzt bitte keine Nusserke wenns geht ne da sind nüsse drin ja das hab ich auch nicht gewusst vorher bitteschön oh Dankeschön Hallo Cyrenia zum Wohl Ui Ui John willst du 5000 Dollar verdienen? John glaub der hört dich nicht was hast du? willst du 5000 Dollar verdienen? hast du? ja der Kicker gibt dir nen Auftrag ja ne wieso ja du hast sogar mit der Jutta das gleiche gemacht ja aber mit Jutta das ist ja was anderes aber warum nicht mit John? weis nicht mach du das doch mit John hab keine 5000 Dollar als ob ich hab dir erst 50.000 Dollar gehalt was gezahlt ja ist alles weg ja alles weg wollen hallo nein hallo hallo na na Peggy 18 das versteh ich nicht kann mir das alles erklären hat doch jetzt hier noch Pause Peanut oder? ja Jutta habt ihr euch noch Lust bisschen Geld zu verdienen? äh inwiefern? ähm ne äh dann können wir nachher im Busraumtaxi zur Harmonie äh weil äh weil die ganzen Aspus werden nach Harmonie gebracht die die wir fahren und die Leute müssen halt irgendwie nach Sandyshows wiederkommen zu fahren da müssen wir uns den Bus holen ja mein ich doch fach den Peanut der ist im Dienst ich bin nur bei Fung die Jutta machen mir gar nix so lange wie meine Krankenhaustrechnung ja das ist treuer Geld ich bin doch scheißegal dann fahr ich dir selber wenn es dir scheißegal ist warum kommst du denn an und bettelst mir fallen da die Türen ab ich hab dich ich hab dich ich hab dich du gebastet bist ja schon ein Loppern bettel dass du mich in Ruhe niss geh weg wo ist denn mein Bruder Horst? tot der sitzt noch bei mir im Auto ach so ach so ich weiß nicht was mit dem ist ist der stecken geblieben? wahrscheinlich oh nein ich guck mal was mit ihm los ist ok na du dankeschön für den giftet Herrn Sander ist dein Dicke Bruder ja ich glaub er ist im Auto stecken geblieben oh ok wie kannst du mit so Scharbsitzen auf dem Sand laufen? ich kann alles ach ja? dann mach mal hier einen Flickflack runter nein sie können sogar einen Golfball durch den Gartenschlauch ziehen mach du das doch Peanut nö ja warum nicht? du bist nicht aus wie einer aus dem Zirkus du hast doch gesagt du bist Cheerleader shut the fuck up jetzt halt die Maul so rätst du nicht mit mir uiuiui jetzt aber mal halt Stopp hier beliebt euch beiden halt Stopp das gibt's keine Kekke crack oil nix sagen sag mal es knallt jetzt gleich wieder wenn es so weiter geht was denkst du wer du bist? dann lass besser die Hose zu du fettest auch hey hey das sag mal nicht oh mein Gott hallo das sag mal nicht nimm das sofort zurück du hast den ganzen Tag schon Manni Stopp grün ist raus bin ich gar nicht da bin voll lieb und einfühlsam nein du hast mich den ganzen Tag schon nur beleidigt stimmt nicht Lüge nein das stimmt und du hast mich beim Kacken fotografiert ja wenn du daneben kackst dann kannst du mir das Foto mal zusenden ich schick dir das oh wait du hast keine Post das macht man nicht ich hab deinen Augen zensiert eiii man merkt keiner dass du das sollst ach du ruhe jetzt hört auf bereut euch kommt runter wer ist hier oh der ist tot der ist tot der ist tot oh mein Gott der ist tot Gott sei Dank hab ich gesoffen der lebt noch der lebt noch ui was war das denn oh Wille stammt nochmal meine Reaktionen sind bei null ja mir gehts gut ja mir auch Marvin ich schluss dir ne fahr weiter der John hat sich aber vorbeifliegend im Auto noch ein Bier aufgemacht ne 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 nicht schon wieder noch einmal und ich zieh dir mal aus dem Auto alter ja John du kriegst 1000 Dollar wenn du einen Flitzer hier machst was denn wenn du hier einen Flitzer machst kriegst du 1000 Dollar von mir der John kriegt aber keine Unterhose oh mein Gott 救 vessel integrator hallo hallo grüß dich hallo grüß dich hallo ja nett is fifteen man matz zurück zu den 10.000 Dollar ja wo muss ich hinlaufen Ja, hier auf dem Spielfeld. Am besten noch auf den Berg hoch, damit es jeder sieht. Mit Tausend würde ich es machen. Nicht orange. Ja, okay, gleich, wenn es weiter geht. Dein Bruder ist übrigens massiv stecken geblieben, glaube ich. Ach nein, nicht schon wieder. Ja, ja. Na, der kommt da schon irgendwann raus. Das glaube ich auch. Wir müssen ein bisschen Pudderspreis drumherum schmieren. Könnte aber sein, dass das Auto da kaputt ist. Hallo, nicht schubsen. Entschuldigung. Wieso, hast du Joghurt im Rucksack? Habe ich einen Rucksack auf? Weiß ich nicht. Du bist so fett, da sieht man nichts. Jetzt versuchst du gemein zu sein. Ja. Aber für Tausend würden sie es machen. Ich habe keine Ahnung was, aber machen sie es. Hast du Tausend Dollar bekommen? Jetzt musst du auf dem Spielfeld, John. Los, John. John ist unser Mann. Was hat der jetzt für Tausend Dollar? Ja, der hat immer wieder zu blitzern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das stimmt ja nicht wirklich. Oh Gott. Der hat dem Auto auf Haus gewinnt. Oh Gott. Ich bin trocken, ey. Oh Gott. Komm, John. Der kommt aber jetzt noch nicht mal rein. Komm, John. Der kommt doch jetzt nicht zurück. Ach, die Schätze. Oh, wo ist er denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Super John. Hast du super gemacht? Du bist müde. Wahnsinn. Ich krieg Tausend Dollar von dir. Du hast Tausend Dollar schon bekommen. Nein. Doch. Rotschen, 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 Rotschen. Doch hast du wohl. Aber du kriegst gleich nochmal Tausend Dollar. Oh, Werkstatt ist doch. Egal, ich geh jetzt nicht dahin. Oh mein Gott. Das macht voll Bockschutz. Da ist ein kleiner Staub aus der Nase. Uiuiui. Entschuldigung. Das Problem ist, wenn du einmal quer stehst, bist du halt echt einfach... Er läuft. Er läuft. Du musst halt echt irgendwie... Nein, in die Linie rein. Kannst du keine Tränen... Boah, das hat der da unten... Oh Gott. Ich geb dir nen CK Burger, wenn du das machst. Nee, 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 nee. Wer? Einen CK Burger und eine Weißwurst. Ich häng an meinem Leben. Er hat ne Weißwurst. Wer dat nochmal macht, kriegt von mir nen Joyen. Bäh. Also der John macht alles für Geld. Wirklich alles. Dreitausend Dollar hätt ich noch. Für was denn? Da kommt... Da kommt da direkt der Schmiri. Was soll der denn machen? Was willst du tun dafür? Oh mein Gott. Oh ja, für dreitausend tue ich so einiges. Auch wenn ihr einsam seid. Ich muss noch Laminat verlegen lassen. Ich bin handwerklich begabt. Oh, dankeschön. Muss ich mich jetzt ausziehen? Oh, da brennt. Wer brennt? Oh, da brennt jemand. Oh, da brennt was? Oh, da brennt's Sinn. Oh. Da kommt die Feuerwehr. Ja, Jutta, war klar, dass du hinwennst mit deinem Schlauch. Ja, ich kann die Sounds leider nicht bestimmen. Aber die machen ja gut. Ich geh ein bisschen weg. Oh. Ja, komm mal drunter, vielleicht hätte ich noch nicht gut gehen. Ich war da. So. Das will ich ein bisschen leiser machen dann bei den deutschen Sachen. Sehr gut, Feuer auf. Du, der war die Dinge aus. Langweilig, ist ja so aus. Ich wollte schon die Würstchen auspacken, ich dachte, wir grünen. Scheiße. Von dir. Abschlepper da und da. Da hinten kommt ein Arzt. Aber wo denn? Da rechts, wo das Auto gemarrt hat. Ich hab keinen Spritz mehr. Ich seh ihn gar nicht krollen. Oh, nee. Ich seh ihn auch grad nicht. Ich glaub, der ist den Berg rückwärts runtergerollt. Ich hab auch keinen Sprit mehr. Ey, ich bin so gut. Wirklich. Ey, da kommt... Horst hat's aus dem Auto geschlafen. Oh, das Auto ist jetzt noch kaputt. Da unten kommt er. Ich muss mal schnell pinkeln, bin sofort wieder da. Ich guck besser nicht nach meinem Auto, oder? Wer? Nee. Der Ben? Ja, der hat auch so einen coolen Hut wie ich. Oh, wer kommt... Ah, das ist der Horst. Ja, guck mal. Schade. Ich bin mal gespannt, wie der da... Kommt der hier hoch? Schmeiß mal ein Seil runter. Ja, bei anderen, glaub ich. Ich glaub... Oh, du sagst das. Dann abschlepp mir hier. Kurz stehenbleiben und die... Hallo. Hallo. Hallo, Horst. Ich glaub, das ist nicht gut für Sie. Horst, hast du dein Auto ganz gelassen? Ja. Schade. Ja. Bin ich jetzt raus? Was war denn los? Bist du stecken geblieben? Da kam so eine Alte... Ich bin einfach zu gut. ...mit so Gutschein. Oh, und wer redet denn hier so laut, Alter? Mit Sprit meinten die Benzin fürs Auto. Hallo, Schwabbelbacke. Was geht ab? Dann heul ich aber. Drei Tage. Wer redet denn hier? Die Morange ist in dem Auto. Boah. Ja, ich weiß. Die soll halt mal leiden. Ich bin so gut gewesen jetzt. Halt deine Fresse jetzt da hinten. Die Morange ist so aggressiv. Schade. Das tut dir bloß noch nicht gut. Schade. Warum schreit die denn so? Merkt die das nicht? Nee. Schade. Ich werf dir gleich mal was zwischen die Beine. Boah, kannst du ein bisschen leiser reden da hinten? Danke. Nein. Nein. Ich schmeiß gleich Stein. Du kannst doch Horst werfen. Geh doch mal leis jetzt. Wir werfen den John. Aber da passiert ja nichts. Na klar. Was denn? Setz dir jetzt hier. Aber. Was? Ach so, am besten kann ich noch die Sachen reinpacken. Einen Moment noch, Abschlepper. Boah, halt doch an den Maul. Dann kannst du ja die Sachen kurz schreien. Immer müssen die alle so schreien. Ja. Sagst du. Wieso? Wieso? Ich mach's noch gar nicht. Und wie war die Pint im Cube? Oh, langweilig. War interessant. Ich dachte, du hast gelogen. Du hast gesagt, da geht was ab. Ja, da war ja auch was. Aber das war nicht meine Musik. Warum? Was lief denn? Und Scooter wieder? Aus, 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 aus. War wieder Scooter da? Nein. Aber der Typ, der Besitzer da, der hat mir Geld geschenkt. Pipi. Pipi? Ja. Pipi? Ja, der heißt Pipi. Ja? Der Cube-Besitzer heißt Pipi. Der heißt nicht Pipi. Ja. Der heißt Ellen Bogan. Ja. Ellen, Ellen Bogan? Ja, Ellen Bogan. Das ist doch ein vornehmer Name. Was geht's denn da zu lang? Can't you Ryan, Ryan Kicken? Ryan Kicken? Can Ryan trigger? Ob ihr alle denn, Scheiß? Lass mich rein, na dann, Sibelian. Ich hatte mal eine Klassenkameradin, die hieß, Olga, komm Robb aufs Sofa. Und, ist die aufs Sofa gekommen? Ja. Er hat sogar Männchen gemacht. Wada Dues! Wada Dues! Stellt euch mal vor. Nö, 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 nö. Besser wie nö. Wie? Ja, stell dir mal vor, eure Englischlehrerin heißt, hör jetzt mal hier hin, Fettsachzor. Ja, ihr seid alle tot. Ja, ich schweig, Alter. Alle tot. Ein, zwei, drei, vier, fünf Leichen. Alle Leute gekäkelt. Und mitnehmen, bitte. Wenn eure Englischlehrerin mit Nachnamen Geburt heißt und die in den Klassenraum kommt, dann sagt die auch, good morning, miss. Die checken halt aber auch nicht. Das ist schon das dritte Mal, dass die angefangen werden. Und die stellen sich trotzdem wieder rein. Der war mal richtig schlecht, Horst. Boah. Der war echt schlecht. Der war scheiße, ja. Ja, so bin ich nun mal. Oha. Ich muss nicht weg. Den hast du es endlich selber eingesehen, Herr Soas. Ey, das Ding ist, ich hau die Autos weg, nicht die mich. Oder das ist bei denen an, deswegen den Singschein. Das kann auch sein. Ja, das ist wie bei dem Fetten da. Der hat auch so eine Knautschzone. Eigentlich müssen wir uns da oben hinstellen. Eigentlich müsstest du hier mitmachen, zwar ohne Auto. Es ist jetzt schon wieder Jutta. Können wir alle vielleicht ein Stückchen nach vorne gehen? Nee, ich hab Angst, dass wir hier runter gehen. Nee, dann werden wir auch angefangen. Na klar. Aber da ist der Abhang. Macht doch keinen Unterschied. Du liegst doch eh schon fast in der Kiste. Na genau wie du, du alter. Die hat ihr Leben aber wenigstens gelebt, so stirbst du mit 20. Na geil, wie ich bin, wie ich hier anlegen. Los, aber schmeiß den Rollator. Schmeiß die dritten. Nimm mir erst mal die Zähne raus. Ich bin mit mir fetzen Milz. Nee, die bleiben schön drin, damit ich die an den Kupen heißen kann. Du hast doch ganz nicht verbeißen. Ich denke, das ist eine Schnappschildkröte. Du, Mertel, pass lieber auf. Der saugt dich sonst noch ein. Das wird nicht gefallen, Oma. Das soll er jetzt mal schaffen. Ja, wie können wir auch ganz schnell wecken. Dann hat der John da gerade einen Stein geschnitten. Mann, 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 was wirfst du denn? Reicht gegen einen, Alter. Pack ich doch. Okay. Gib mir mal den dicken Stein an. Ja, die lacht aber die ganze Zeit, Alter. Du meinst du, Horst? Nee, den Nebenhorst. Ach, Peanut? Der sieht gut aus dem Werfen. Haschisch? Wie kommst du jetzt mit Schnürsenkel? Was willst du denn mit Schnürsenkel? Haschisch? Willst du dich um dein Hals bitten? Nein, ich brauch den Hals. Kokain? Wie will ich dir um den Hals bitten? Dann hast du einen Schoker an, Bitch. Kannst schon brutal lachen, oder? Die lacht in der Zeit. Ja. Woher diese Kraft, Amarna? Ich weiß auch nicht. Nee, ich sag's jetzt nicht. Doch, sag es. Nein. Doch. Geh jetzt. Nein, sag es. John, hast du gut gemacht mit dir in die Steinchen. Ich schubf's du gleich. Da rollst du den Berg, von der. Oh, danke schön. Kauf dir was, einen Job oder so. Ja. Wäre toll, wenn man die kaufen könnte. Die kann man kaufen mit Vitamin B. Aber ich hab' den Geld, um ihn zu kaufen. Doch, du hast dafür ne Dollar bekommen. Ja, und tausend da für die... Für die Aktionen da. Nee, 600 fehlen noch. Okay. Kriegste gleich. Und ne kostenlose Fahrzeug in der Stadt. In dein Pennerzelt. Ja. Ich schlafe auf der Couch. Von wem? Bei Peggy? Peggy, 18. Wie der John pinnt bei dir auf der Couch, Peggy? Ja, weiß. Hä, nein. Ich hab doch noch nicht mal eine Wohnung. Ich schlafe im Hotel. Wir haben letztens... Haben wir auf irgendeinem Hausdach geschlafen. Nee, am Pool. Der Knicker hat viel Platz, Waltraut. Ja, der Knicker hat immer viel Platz. Ja. Wer ist denn der Knicker? Der mit dem roten Pulli. Der Real Blood. Der Real Blood. Hallo. Roter Pulli? Was ist denn ich? Ich bin die Waltraut. Darfst du mich auch Walti nennen? Hast du eine eigene Wohnung? Äh, was? Nee, ich... Kann man bei dir zur Untermiete wohnen? Nee, ich schlafe im Taxi. Oh Gott. Da haben wir Knicker. Hast du noch Platz in der Garage oder so? Guck mal, jetzt geht's alle hin. Ich schlafe im Taxi, nee. Ey, Willi? Ja, Holländer. Kann ich mit dir im Taxi schlafen? Nein. Ich bin ganz leise. Darf ich mit dir im Taxi schlafen? Inat? Ja. Willst du heute bei mir schlafen? Du kannst mit mir im Leben schlafen. Willi, ich hab mein eigenes Hotelzelt. Ich hasse nicht. Ja, aber wir haben einen anderen Taxi. Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Muss ich ehrlich zugeben. Ey, Oma. Ey, Oma. Das ist mir doch ein bisschen zu heftig. Zur späten Stunde. Oh, ist das schön. Ey, Fett sagt, da hinten ist kein McDonalds. Nee, aber deine Mutter und die muss gewaschen werden. Da würde ich aber auch lachen und die Fresse halten. Ah, hier ist schön. Ruhe, Vater, was geht ab? Vater, wenn du einen Pallen fressen, oder was? Oh, hier ist angenehm. Ja. Da hat einer gerade... Das ist mir viel zu viel. Da hat gerade einer am Strohhalm gezogen. Tinkepäckchen leer gemacht. Boah, ich will auch ein Tinkepäckchen. Boah, das wäre jetzt schön, oder? Jo, Ipoi, danke schön für den Prime-Star-Bund. Hört sich gut. Und Pio, Paul, danke für den Prime-Achtzau. Dankeschön. Danke. Was ist los, Vater? Juck die Fresse, oder was? Ich hau euch den Bart nach innen. Möchtest du ein bisschen alleine sein? Nee, nee, du kannst... Bleib ruhig hier. Okay. Aber das Kichere und Dabur, das gibt mir so viel Nerven gerade. Oh. Oh mein Gott. Hat eigentlich mein Handy geklingelt bei dir? Nee, ne? Nö. Okay, gut. Einfach nur ein bisschen, weißt du... Haver, gib mir einfach nur... Oh mein Gott. Okay, jetzt geht's weiter. Sollen wir mit dem Taxi losfahren? Sollen wir sagen, wir hätten Kunden? Ja. Okay. Ja, wir kommen sie abholen. Ja. Ja. Das sind ja Geschwister. Ja, wusstest du das nicht? Woher denn? Binat, wir haben zwei... Ich bin doch Single. Ey, Speckbarby. Wir haben zwei Kunden, Binat. Das kannst du wahrscheinlich auch bleiben. Was denn? Hast du mich... Hast du mich... Beleidig. Wo? Zwei Kunden. Paletto. Oben, Krankenhaus. Okay, wir müssen hier oben mal Wounutze fahren. Du bist Speckbarby. Du bist Speckbarby. Nein, du bist Speckbarby. Diese Nervensegel. Was? Lauch dir hinterher, solange ich kann. Ja. Okay, ich kann nicht mehr. Kann dir mal bitte einer weghegeln, Alter. Du hast nicht klappen. Kannst du mal nicht so rennen? Ich auch. Bin müde. Mit wem? Mit mir. Das ist eine richtige Frage. Mit mir, Willi. Ehrlich? Ja? Aber ich bin noch ein bisschen unterwegs. Was bist du? Komm, Mama, wir haben zwei Kunden. Ja. John, können wir fahren? Den kannst du auch nicht einfach fahren. Komm, Mama, wir haben zwei Kunden. Wir müssen los. John, Jörg, können wir fahren? Ja. Ich bin müde. Komm. Du hast die grünhaarige, ne? Das ist doch deine Perle. Ja, aber die hat schon mal gesagt, so ein Abenteuer. Oh. Ihr müsst den Fetten umfahren, den Fetten. Jetzt aber mal ein bisschen. Ich glaube, er hat noch nie im Spiegel gekocht. Ich bedanke mich für, dass ihr mit dabei gewesen seid. An alle, die jetzt noch ihre Klamotten haben. John, du bist cool. Was denn? Du bist cool. Dankeschön. Was heißt das? Wenn ihr nicht mehr hier sind, zeigt uns, wer immer noch muss. Tschüss, Ommo. Ach so. Ich verlieh gleich noch hin. Ui, 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 ui. Oh Gott, ich roll den Berg runter. Nee, du bist so steil hier. Oh, warte. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich hab mich erschrocken. Was willst du? Du kriegst eine Respektquelle. Was für Respekt? Du kennst, du kannst dich mal Respekt wohl schabieren. Das ist kein Schmeck. Irgendwie außenrum. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Mama. Und fahrt ihr jetzt? Komm, steig ein. Wir fahren die Oma da. Es sah gut aus, wie du da runtergerutscht bist und gleichzeitig gepupst hast. Mama, wo wohnst du denn? Im Hotel. Oder könnt ihr mich auch rauslassen? Ja, komm. Ja, der passt... Der Peanut passt nirgendwo rein. Doch, in deine Mama. Bye. Have a good night time. Ich hasse dich, Peanut. Boah, die sind anders anstrengend, Alter. Ja. Brauch Pause. Fahren wir über Langstraße erst mal. Ja, besser. Der ganze Scheiß ist jetzt vorbei, da? Ja. Ja, zum Glück. Was ist das denn? Ich habe zugestimmt. Achso, ich dachte, Calvin ist kaputt. Also, ich hätte ihn sonst wieder festgeschraubt. Immer wenn er zu locker ist, rutscht er durch. Wisst ihr, wie man Keilriemen reparieren kann? Wie denn? Warte, sag nichts. Du musst einfach eine Kerze dran halten. Dann? Dann quietschst du nicht mehr. Äh. Der Keilriemen? Ja. Okay. Das ist ein Keilriemen. Das ist eine Schraube. Der Riemen vom Keil. Das ist ein riesiger Riemen. Der die Wasserpumpe antreibt. Ich mag Riemchen. Ja. Oh, Apfelriemchen. Lecker. Festhalten. Du fachst, du führst. John Witzel, den ich mein Tellzimmer besorgen. Was ist denn hier im Handschuhfach? Ich weiß nicht. Ein Hut. Da sind auch Schokobungs drinnen von Jenny. Was ist denn das? Da ist ein Schildchen dran an dem Hut. Pack das nicht ein, das vibriert. Wenn das von Jenny das Ding sagt. Okay. Seitdem ich nicht mehr beim Taxi arbeite, ist das ein bisschen schwer mit dem Geldfluss. Deswegen ist das nicht so optimal mit dem Hotel. Ja, hier, geh die Bier kaufen. Oh, das ist gut. Moment. Du hast gerade Geld bekommen von mir. Du kannst dir Bier leisten. Äh. Hey, du Schwachguck. Hat er dir ein Messer in der Hand? Ja, eine Machete. Ich setze einfach die Hörgeräte auf. Bleib, 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 schluss. Ähm. Bedroht ihr den? Ja. Ich ruf schon mal die Polizei. Ja, ruf mal an. Ja. Schnell. Schnell, 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 schnell. Nein, warte, kurz Pause. Nein, fahr, fahr, fahr. Der kommt doch gleich. Wer denn? Der Kassierer, fahr schnell. Warum soll er nicht kommen? Gott, der ist wütend. Ich glaube, der hat eine Knarre in der Hand. Oh, fahr. Oh, um Gottes Willen, bitte fahr. Wo denn? Nicht, dass der noch rauskommt. Ach so. Warum ist denn der sauer? Was hast du gemacht? Gar nix. Wieso hast du das Messer in der Hand, ja? Äh. Wolltest du Brötchen schmieren oder was? Ja. What? Ich hab mir noch was zu essen geholt. Ja, gerade ist Bier für alle. Boah, die Stadt ist hier echt verrückt, alle. Weil ich hab das bezahlt. Oh, danke. Was ist da? Vielen Dank. Das ist Bier. Boah, ich trinke ein Bier. Oh mein Gott. Dann gib mir das wieder zurück. Warte, ich schmeiß den nach hinten. Ui. Achtung, Busch. Oh mein Gott, guck wieder nach vorne. Ja, ich hab's gegen den Kopf gekriegt, danke. Oh, danke schön. Bitte. Stößchen. Stößeln. Brunst. Wo fahren wir hin? Äh. Schlafen dann neben zwei zum Hotel. Ja, mein Auto steht noch beim Bürgerladen. Ach stimmt, genau. Und John, du penst unter der Brücke, ne? Ja, ich brauch noch mein Fahrrad. Wo hab ich das stehen lassen? Das ist mein Fahrrad, auch beim Bürgerladen. Ne, ich hab das gefunden. Ja, du hast es geklaut, das ist meins. Nein. Doch. Wenn man was findet, dann darf man das behalten. Darf man nicht. Haltet euch fest. Oh, du Scheiße. Oh, meine Tabletten. Die sind hier runtergefallen. Was hast du denn für Tabletten? Finger weg. Das sind meine. Oh, mein Auto steht sogar noch. Oh, ach, da ist mein Fahrrad. Oh, mein Auto. Gehen. Finger weg von meinem Fahrrad. Ja, denn noch einen schönen Abend, die Herren. Sag uns dein Hotel. Ach so, ja, das ist Vornamen am Park. Willst du da rübern auch? Gernst du mir noch am Park abhängen? Nur wenn ihr Zeit habt. Ja, dann nimm dein Auto mit, wir fahren uns am Park. Ah, klar. Ich glaub, die haben mir die Lichter abgeschraubt, die Schweine. Ich glaub, ja, da zieht ihr was anderes raus, als ich schraubt habe. It worked. Weiß ich auch nicht. Ja. Deja vu. Hey, lass das. Wir gehen noch im Park, John. Im Park willst du im Park? Ja, deinem Würfelding. Ach so. Geben wir nur noch einen Suppen? Ja, komm. Ich geb einen aus. Hey, aufpassen. Mensch. Oh. Das schöne neue Haus. Oh. Oh, ich muss mein Auto noch abholen, Willi. Können wir das gleich machen? Was denn? Was willst du machen? Mein Auto muss ich abholen. Ja, wo ist das dann? Ja, in der Werkstatt noch. Ist da überhaupt noch einer? Oh, das ist eine gute Frage. Warte, ich ruf uns an. Oh. Oh, anscheinlich hat er kein Handy. Oh. 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 Mal langsam vorbei. Okay. Welches Hotel wohnen die denn? Hier gibt's ja mehrere, glaube ich, oder? Boah, hier gibt's einige. Hier dürfen wir parken, ne? Ja. Was denn? Haha. Diese Ruhe. Ah, so schön. Aber weißt du, was ich glaube? Was denn? Das dauert immer lang, dann sehen wir wieder alle hier. Die haben mich fast vom Fahrrad getasert, die Arschlöcher. Was glaubst du? Ja, der hat dich getasert. Die wollten mich grad tasern. Warum? Was hast du denn gemacht? Weiß ich nicht. Bin da durchgefahren. Wir fahren nochmal durch. Wir fahren nochmal durch. Wir fahren nochmal durch und fragen, was das soll. Ja, frage ich mal. Und Mittelfingerzeichen, kriegst du 1.000 Dollar. Ja. Der macht alles für Geld, ne? Oh, guck dich das an jetzt. Oh, 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 oh. Elektrozaun coming in drei. Drei, eins. Oh, nee, der hat Angang. Oh, setz ja. Wohnst du da vorne in dem Hotel bei dem grünen Land? Nee, hier hinten. Da die Straße runter in dem blauen. Ist das schön da? Das ist günstig. Willi, hast du angerufen bei der Werkstatt? Ich hab kein Handy in der Tasche. Ach ja. Stimmt. Musst du das doch mal, äh. Da. Oh, danke. Ihr habt gesehen, der ist von meinem Fahrrad gelaufen, ne? Ja. Ja, gut. Ich bin Zeugen. Ich bin alt und vertrauenswürdig. Du sollst stehen bleiben, aber... Ist denn immer wieder diese eine Nummer da? Der nicht bekloppt. Stimmt, der Horst. Gott. Gott. Äh, warte mal, Werkstatt. Wann war da noch mal? 666 hatten die, ne? Boah, ich weiß nicht. Nein, ja. Das ist die Zahl des Teufels. Ja. Oder mein Konflikt. Ja, schönen guten Abend. Hier ist der Willi. Ich wollte nur mal hören, ob ihr da seid. Seid ihr noch ein paar Minuten da? Was sagt ihr zu meiner K? Zu deiner K? Okay, super. Wir kommen vorbei. Der Peanut hat so ein Auto noch bei euch stehen. Ich hab ein Auto. Ach so. Okay, dann wir kommen mal runter zu euch. Wollen wir hören, ob einer da ist. Danke, tschö. Gar nicht wahr. Okay, komm, da ist noch einer. Siehst du, was hab ich gesagt? Was ist das denn? Kein Kaffee und Kuchen mehr? Nee. Guck mal auf die Ohren. Ja, jetzt wollte ich eine ausgeben hier. Spätestens das. Boah, das ist 19.11. Ja. Boah, die Zeit geht wie ein Flug vorbei. Ey, Opa, was ist los? Morgen Unicorn oder was? Ich arbeite da, ja. Ah, bis morgen wieder am Arbeiten, okay. Ja, Willi macht die Türe. Ah, das will ich nicht wissen. Ja, danke. Willi will's wissen. John, darfst du jetzt wieder Taxi fahren? Nee, noch nicht. Der Chef meinte eigentlich, der wollte ich wieder einstellen. Ey, ey, Taxi, da und der Krebs. Gute Dach. Gute Dach. Aber man erreicht ihn auch nie, den Chef. Jo, ist immer unterwegs. Der Chef ist immer im Handy immer. So, sag mal, mal dein Auto holen. Ja. Oder... Die Oma, gehst du ins Hotel, Oma? Oh, ich denke mal. Okay. Dann geh ich mal mein Auto abholen. Ist ja schon spät. Ja. Von 20 nach 11. Ja. Zeit für meine Schlaftablette. Ja. Ich kann ja auch noch vom Dotzauner-Pin-Zaube holen. Hast du welche dabei? Nein. Hast du welche dabei? Nee, hab ich nicht. Was soll ich... Das machst du wie Ronny, äh, wie Tobi mit der Rohrzange. Dann ist vielleicht gleich mal bei dir vorbeikommen. Stimmt. Dann klaust du meine Pillen. Nee. Ich glaube schon. Ich schneide mir die aus, bis ich ein Rezept dafür hab. Nee. Ich brauch die. Ich hab sonst immer ganz wilde Träume. Was ist denn da vorne passiert? Hier hab ich den ganzen Tag. John, leih mir mal dein Fahrrad. So, bis dann. Ja. Takutsu bei. Sei bloß vorsichtig. Oh, das ist ein Fahrrad. Alter, das ist ein Schloss, Mann. Geh' mir schon ein paar Bier kaufen. Was trinkt denn da? Sixpack müssen auch einer. Danke. CGI Flames, vielen lieben Dank für die Rezept im Sechsten. Danke. Ich hab's zu danken. Vielen Dank. Und hallo Shorty. Boah, der Shop ist hier schon länger. Ui. 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 Hi, Gütis. Hallo, Gütis. Und Master P, danke für den Prime-Sub. Und... Nee, du warst schon vorher, Sub, oder? Ich erinnere mich an deinen Namen. Ich bin der Innerberger. Danke schön für den Rezept. Mit Prime. Hallo, Bova. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Ui. Ja, Jun, ich komm schon. Ich hab dir nur was gekauft. Du hast mir was gekauft? Ja. Was denn? Ja, warte. Ein Sixpack für die kalten Tage und die Brücke. Boah, den kann ich mir direkt reinzimmern. Nein, nicht jetzt. Wenn's kalt wird. Boah. Das ist kalt. Das soll ich bringen, wenn's kalt wird. Das... Ja, was kostet so ein Sixpack? Der hat jetzt 24 Dollar gekostet. Ich hab dir nochmal... Oh, oh, dankeschön. 2, 1, Risiko. Für ihn, die bedankt für den Prime Stopp. Ich kann mich vielleicht noch mehr holen. Ja. Wo sind die Eulen, Chat? Anze, hier macht kein Eulammer. Wo ist denn noch so ein schönen Doppelkorn? Für was, du lämpern? Aber du hast schon länger macht die Leute. Du schweb im Hals. Es ist zu kalt. Oh, oh. Feines Erdnüsschen. Ja. Oh, ja. Der ist mit Aroma. Ich schlag das, wenn man mich Erdnüsse nennt. Ich bin allergisch gegen Wüste. Ja, dann nimm mir an. Nimm ja nicht mein Finger im Mund. Ja, und ich den Pops nicht so voll einatmen. Na, Peanut. Oh. Dann, hättet ihr nicht, jo? Nee. Ich glaub, der ist voll. Bist du auf ein Schwein? Das hält warm. Hä? Hi, Veli. Hi, grüße euch. Wo, wo, Mike ist der? Größen, der? Äh, keine Ahnung. Kannst du jetzt noch Fahrrad fahren, Jun? Ah, ja. Das ist nicht. Ist rangegangen, dann hab ich weggedrückt. Mal probieren. Mal sehen, wenn der hier steht. Ja, der ist im Dienst. Ich muss der gleich ins Ahren rufen. Mach mal nen Trick. Wir machen den ja nie. Mach mal Willy. Schon spät wieder. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, Mann. Ich glaub, das funktioniert nicht mehr. Aber fast geklappt. Ihr fehlt nicht. Von der Treppe runterspringen, quasi. Von hinten Anlauf nehmen. Mal weg. Oh, oh, geh mal weg. Pina, du sitzt da falsch, glaube ich. Ja, Mann, du solltest da gleich nicht sitzen. Ich sitz super gut. Nee, ist doch okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Vielleicht war es an meinem Ohr vorbei gezischt. Ja. Das war... Oh, Mann. Anderswelt. Ich hab noch was für euch, weil er mich so nett durch die Gegend gefahren hat. Dankeschön. Bitte schön. Danke. Hast du auch was gekriegt, Willy? Nee, was hab ich denn gekriegt? Einen Kuchen hab ich dir zugesteckt. Oh, muss ich gucken. Hä? Oh, dann hat Erdnüschen jetzt beide. Oh. Das gehört jetzt mir. Oh, Mann. Hab leider keinen mehr. Ist sie ja. Aber ich pack morgen wieder Cookies. Oh mein Gott, der hat fest John getötet. Oh, Mann. Das war echt knapp. Und uns halten die an, wenn wir scheiße fahren. Aber fahren selber. Scheiße. Wollen wir den nicht mal irgendwie von der Strafe holen? Ach, der ist besoffen. Echt? Oh, was? Der hat sich gerade in Sixpack reingeballert. Oh, alles klar. Oh, wenn's weiter nichts ist. Na, der für Fährte war noch ziemlich gut. Und ganz schön schnell. Ui. Oh, oh, oh. Ja, jetzt haltet ihn an, weil er scheiße fährt, ne? Ihr fahrt aus der falschen Spur, ne? Muss man ja auch mal sagen. Vor allem interessiert die das ja nicht. Dann lukt die nicht, ne? Die wollen den Feierabend scheinen. Wie war das nochmal mit deinem Freund und Helfer? Hm. Bitte, dein Freund und Helfer. Oder auch nicht. Oh, sieg ist Dankeschön für die We-7-7. Aha. Aber toll, der ist ja. Super. Das ist irgendwie... Und Teddy, Dankeschön für den Switch Prime. Das hat immer das Beruhigende. Darf ich jetzt mal mit dem Toros dagegen fahren? Äh. Hat der gerade Fahrübungen oder was? Ja, scheinbar. Ich glaub, der weiß nicht, wie der hier hinkommt. Er hat sich verfahren, der Arme. Einfach mal mit dem Geländewagen im Weg stellen. Das kommt schon mal vor, dass man sich hier verfährt. Das ist ja auch ganz schon unübersichtlich mit der Straßenführung. So, Wilde, geh mal kurz. Oh, ich geh schlafen. Ich wünsch euch was. Soll man dich zum Ding fahren, du fährst so Leine rum. Na, wir kommen nachher nochmal wieder. Ja, ich nehme mich gleich. Ich kann mein Auto eigentlich hier stehen lassen. Ja, aber das hier stehen. Ja, aber dann musst du wieder nach hinlaufen, zu dem Auto. Na gut, wir sehen uns. Jo, bis dahin. Ja, dann fahrt mich doch gern die 50 Meter da hin. Okay. Okay, Peanut fährt. Der kann das Juh. Ja, kostet aber 3000 Dollar, ne, oder? Na klar. Nein. Nix ist aber nur Kleingeld. Das dauert ein bisschen. Hör mir zu, wenn ich rede. Hör mir zu, wenn ich rede. Hör mir zu, wenn ich rede. Ja. Fürs Idioten ist, glaube ich, eh kostenlos. Hm, oh, pass auf. Was denn? Was war denn? Nix. In welchem Hotel wohnst du? Drehen. Also, links, 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 links. Geradeaus? Nein? Da? Aua. Ja. Nein. Wohin? Das ist mit dir, Oma. Ja, so, fertig gemacht. Ich glaube, die ist gebrochen. Ja, ich. Ich brauche jeden. Ich bin ganzer, knackert wie in der. Hör mir zurück. Ja? Sag Stop, okay? Ja. Ja, stopp gesagt. Ja. Oh Gott. Wohin? Oh, je, alle aus. Jetzt, dann rechts, da, wo der John gerade fährt. Ach, da. Und dann links. Links, genau. Und dann links hier. Ach, hey, alles hat. Ja. Das ist ein spanisches Hotel, ne? Aber das ist ein Nail-Band-Spa. Auch da drüben ist das Hotel. Ah, ne, da vorne, ja. Oh Gott. Warte, da kannst du das Kleingeld aufheben. So. Oh, warte. Vielen Dank. Das ist jetzt aber die Manikörig hier. Aber vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Oma. Dessertnüschen. Ö, Oma. Jö, Billy. Hauptsache, du gibst dir noch einen Weg. Ich glaube, das war mal vor 80 Jahren richtig heiße Päger. Glaube ich auch, ja. John. 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 Mein Besowski. Du es nicht. John. Ich habe da hinten so eine Parkour umgefangen. Da liegt ganz viel Kleingeld auf dem Boden. Wo? Hinter uns. An dem blauen Hotel. Aber das ist schon wieder heute los gewesen, Willi, Alter. Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Ich stelle dir vor Twinkie und Pinsel, wer noch da gewesen ist. Scheiße. Ich glaube, dann wären wir schon lange im Bett. Oh ja, da hätte ich wieder zwei Wochen Urlaub beantragt. Das ist aber nicht durch. Klar. Ich bin die Chefsführer. Chris, ich genehmige dir den nicht. Sus. Was? Pch. Peanut. Ne, den Schlaufe. Peanut. Scheiße. Oh Gott. Sind wir schon da? Hast du das mal beim Arzt prüfen lassen? Was denn? Ja, dein Sekundenschlaf hier. Ich hatte einen Sekundenschlaf. Ja, deine Schlafapnoe. Du hast eine Schlafapnoe. Ja, die habe ich wirklich. Hast du so eine Maske dafür? Ja. Ist scheiße, oder? Warte, geht. Irgendwann gewöhnt man sich dran, ne? Ich habe das auch ganz leicht. Okay. Manchmal habe ich Tage, dass ich richtig mit Kopfschmerzen muss. Oh, das ist nicht gut. Pass auf, ich stimme zu hohen Blutdruck. Pass auf, jetzt. Die Tabu. Oh Gott. Die Tabu. Oh, hallo Adela. Na, wie ist es dir? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie Cybercon, oder? Ja, mir ist es sehr gut. Nach dem fünften Mal wiederhol... Ne, nach dem dritten Mal wiederholt sich das langsam. Hab ich das schon mal gesagt? Ja. Ich bin hier, um mein Auto abzuholen, bitte? Ja, ich habe schon Schlüssel da. Oh, dann packe ich mal kurz. Ja. Das glaube ich dir. Aua. Okay, wir sind gerade Auto am Abholen. Oh, so, Peanut, wo gehen wir danach hin? Ähm, Auto kurz packen, dann mir egal. Äh, okay, dann treffen wir uns gleich am Würfelpark mit dir. Okay. Das ist der hier, der ist schon gefahren. Hi. Gut, dann kriegst du einen Schlüssel. Danke, Sauer-Konner. From Sauer-Wild-Love. Dann einmal Schlüssel zurück, Auto steht... ...da vorne neben dem Taxi. Danke. Okay, bitte. Gleichfalls. Wir fahren aber zum neuen Haus, okay, really? Äh, ich fahr dir hinterher. Okay. Verbruder. Ei, Bieben, dankeschön für den Primer im Siebten, dankeschön. An alle Fäden, die ihm danken, dass es mir das hier ermöglicht. Auch wenn ich manchmal dutsche, nicht sauer auf mich sein. Ich versuche immer 100% zu geben für euch. Und euch alle zum Lachen zu bringen. Und mich selber. Schönes Auto. Hässliche Farbe. Tschubidubidu, wabwa. Ich heiße Angela. Ich bin kein Schleimer. Ich meine das ernst. Du wirst genau, was du machst, wenn du dutscht. Und weißt du dahin? Kommst du mir jetzt mit Curtis und Mila auf den Berg? Wir sind nie sauer. Doch, manche schon. Manche sind echt sauer. Déjà-vu. Wir müssen eigentlich mal eine Wette abschließen, ob in den nächsten Tagen jemand zu dem Haus kommt, wo wir jetzt wohnen. Und zu uns sagt, wir wohnen hier. Wir haben vorvergussrecht. Tschubidubidubidu, wapwa. Ich hab schon Geld, das nämlich kauf ich das, zyck! Oh mein Gott! Ginnix macht's, Ginnix! Ja, aber nur fast! Ich hab's schon fast kommen sehen! Ich finde dein Charakter auch cool, aber die Schlumpfine ist ein bisschen anstrengend. Mit dem ganzen Kreischen und Lachen und so. Falsche. Ja, Deutsche. Der falsche. Deutsche. Okay, Dolce Vita. Deutsche Gabba. Mit wem treffen wir uns? Der Adela. Wer ist der Adela? Schlumpfine. Schlumpfine? Ja. Ich? Ja, doch, doch. Ja, nö. Wir können auch anders hin. Nö, nö. Wir können uns noch ein bisschen... Woher kennst du die denn? Die ist doch unsere Taxi-Kollegin. Ach ja, die hab ich jetzt auch, ne? Ja. Oh Gott. Der ist mir jetzt schon in die Hose. Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen. Ja. Egal, wenn du Ringelpiets mit anfassen sagst, dann ist das Code-Wort für Roger, wir hauen ab. Ringelpiets mit anfassen, okay. Ja, oder wir einigen uns auf endos plasmatisches Reticulum. Okay. Endos plasmatisches Reticulum. Endos plasmatisches Reticulum. Oh. Achso. Ist das... Oma Turtle? Ja, das Bierpong. Das ist der Horst. Oh. Da auf dem... In der Mitte auf dem Plakat war der Horst. Äh. Ich wusste aber, ob der da aus dem Zirkus kommt. Guck, der hat mal die Trompete. Das ist der Horst. Und da rechts ist Oma Turtle. Was ist denn das für eine Verarsche? Oh Gott. Das ist der Horst und Oma Turtle. Oh Gott, hier fahren wir morgen mal mit denen vorbei. Die kommen aus dem Zirkus, die wollen uns verarschen. Meinst du? Ja. Gott. Ich glaube, ich gehe nachher nur duschen. Ja. Ist auch bitter nötig. Ja, danke. So schlimm stink ich schon auch wieder nicht. Du Wiesel. Oh, ja. Hier ist doch gar keiner. Innen komm. Was sind die ganzen Leute? Sind die in Q? Gar nicht. Oh, bei ihnen hab ich keinen Bock bei deinen. Schon spät. Leute, die gucken zu Hause bei Netflix. Ja. Wir sind ganz alleine, Willi. Ist auch immer schön, oder? Ich hab das Handy wieder ins Handschuhfach gelegt. Oh, jetzt ruft der Holländer mich an. Ich geh nicht dran. Oh mein Gott. Deswegen bin ich auch nicht dran. Oh mein Gott. Oh, der Mike geht. Das ist in Ordnung. Hallo Mike. Gott sei Dank, Mike. Grüße. Grüße. Der Mike ist ein normaler Mensch. Aber wir treffen heute nur Katastrophen. Ja. Ehrlich? Ja. Kann ihm ja nicht mehr. Ich habe ja auch eine Schrift. Ich habe heute auch schon einen Katastrophenfall gehabt. Wieso, was ist passiert? Deine Frau rausgeschmissen. Nee, der Käse hat angerufen, sagt er. Ja, der ruft mich gerade auch an mein Handy bimmelt. Immer noch? Ja, der ist auch anders. Hat die Kaffee gut auf? Nee. Ich glaube nicht. Och Mann, nee. Ich kann dem Bier geben. Ja, das ersetzt aber nicht mein Kaffee, aber danke dir. Ich gebe doch nicht nach, ne? Soll ich hier mit euch fahren? Au revoir. Wir wollen uns eigentlich mit dem Interessen. Ja, ich war bei der Polizei. Junge. Warte, da ist ja mal die Polizei, Mann. Ja, weil ich wissen wollte, ob etwas Neues wie ein Ronny gibt. Willi, nimm mein Handy kurz. Nee, das war nicht ich. Nee, dann nimm Maik das eben. Oh mein Gott, jetzt klinge das zweimal. Boah, da will man einmal fünf Minuten in Ruhe haben. Ich hatte dir übrigens geschrieben, Maik, ne? Du hast mir geschrieben? Ja, musst du richtig hingucken. Nee, keine Partie mehr heute. Nee. Okay. Ach komm, nee. Nee. Echt nicht. Mein Kopf ist platt. Ist jetzt wirklich dein Handy abgehoben? Ja, der Maik hat das genommen. Ja, sehr gut. Der Holländer hat mich ganz halt anruft. Ja. Ja, das Problem ist, der verbraucht zehn Prozent Akku, nur wenn der ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ eine Powerbank dir geholt, Pina? Eine Powerbank? Ja, Mike und ich haben uns eine Powerbank gekauft. Hast du mal nur, wenn Sky spielst du einen Generator, hab ich im Kofferraum. Nee, ich spiel sowas nicht. Weil wenn der Holländer anruft, muss ja Handys dann immer so schnell... Oh oh. Ich hab einen Generator gekauft, der läuft mit Uran. Ah nee, das ist die Adela. Was hast du von Generator... Der läuft mit Uran. Reicht aber nicht, Jans. Weißt du, was bei mir manchmal läuft? Urin. Ja, bei mir auch. Hallo. Hallo Adela. Die schöne Frau sagt was? Was? Nee, bitte nicht. Bitte nicht, nein, aus. Aus. Bist du. Der Mike, der wollte nämlich schon wieder rammeln. Ja. Nein, aus. Nee, was hast du gesagt, Pina? Was wollte ich machen? Flirty, flirty. Ja, an den Zöpfen ziehen. Ja, schlag mich hart und nenn mich Ronda. Siehst heute wieder exzellent aus. Danke, du auch. Danke dir, Pina. Soll ich dir mal mein Pyjama für die Pyjama-Party zeigen? Gehst du da gleich hin? Gehst du da gleich hin? Wenn Ronny auftaucht. Zimmer, das ist die gleiche. Das ist nur die Zeit-Character. Äh, warum? Ja, Fischer hat mich angerufen und die hat gesagt, äh, Ronny wird jetzt offiziell als vermisst gemeldet. Wie? Äh, irgendwas wegen Falschirmsprung, bla. Dann hat die Mike gesagt, ja, er war, äh, Mike weiß wohl mehr. So, schlaf gut. Wie mein Pinsel wird vermisst? Ja, ich bin gestern von... Nein! Ohne Grundamt, man. PINZEL! 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 Ich weiß, wo der ist. PINZEL! PINZEL! PINZEL, bist du hier im Geheimversteck? PINZEL? Bist du hier? Nein. Ich rufe den Dieter an. Ich hab kein Handy! Mike! Oh, es ist so weit weg. Ach stimmt, das hab ich gesehen. Der ist ja mit dem Fallschirm gesprungen, ne? Und dann hat jemand den angerufen. Wollte nicht, dass der tot ist. Schlimmer gehört, dann nicht aufzuzocken. PINZEL! PINZEL! Hallo, Haki. PINZEL! PINZEL! Ich hab' mir gesucht. Äh... Ähm... Wär aber schnell. Ja, doch! Doch, erst mal. Unser Kumpel, der wird vermisst. PINZEL! 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 Wehe, der ist tot. Hallo, Klautschi. Wehe, der ist tot. Tobi, 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 tobi. Nee, das ist ja auch nur ein Bug gewesen mit dem Fällschirm. Ist immer so, wenn man im Fällschirm springt und niemand ruft an. Polizei fahren? Weiß nicht. Ich hab Dieter rufen über die Gegend. Okay. Ey, Peanut, ich verspreche dir, wir finden den. Das, ist der tot? Weiß ich, wir wissen es nicht. Was ist passiert? Los da rein. Ja, komm mal auf die Straße runter. Okay. Ey, Kumpel, mach dir keinen Kopf, wir finden den. Das ist mein bestes Erfolg. Ja, was meinst du, warum ich dich so komisch anrufe immer? Weißt du? Ich bin Isaac. So, na jo, da ist das Ding da im Gesicht. Ich bin von den Goodlife-Wallers. Okay, dann drück ich dich nochmal. Peanut, Peanut, wir müssen die Leute. Wir müssen die Leute noch suchen. Ja, der kann überall sein. Oh, ich weiß nicht. Das muss unten im Mount Chiliad sein. Hallo, Peanut. Was ist da? Was für ein Mount Chiliad? Aber dann hätte er bestimmt schon wer angerufen, der da im König ist. Wenn dann jemand gesehen hätte da. Ja. Vielleicht hängt er ja immer noch an irgendeinem Baum im Falschirm. Das wäre lustig. So ein Falschirm, Digga. Das wäre richtig lustig. Oh, guck mal, Peanut lacht wieder, das ist gut. Geh ich? So ein Stehen, fängt mal aus dem Falschirm, das Hedgehogel. Ja, hier, wegen Peanut da oben. Ach so. Wenn ich das Dach einkrafe. Ja. Das kann ich einkrafen. Wenn ich das so tief war, das trage ich noch nie. Dann halt die Familie. Peanut macht gerade einen Lowrider da raus. Beim Turbys standet ihr aber auch gerade gefährlich, wa? Peanut, dann spring mal auf dem Dach, bis du rum. Ja, nein. Oh, geil. Oh, ich hab noch eine Fleck. Ja, auf Unity gibt es ja nicht den Falschirm. Jeder entscheidet dann selber für den Charakter. Ja. Ja. Das ist dein Problem. Ich hab ihn immer in der Tasche. Wo wurde denn Pinsel gesehen das letzte Mal? Am Himmel. Da müssen wir auch im Himmel gucken. Heide, tschüss. Tschüss. Heide, tschüss. Tschö. Heide, tschüss. Tschö. Hab euch lieb. Tschüss, Willi, habt dich lieb. Ja, wir haben dich natürlich auch lieb. Ich euch auch. Tschüss, Willi. Wir sind vom Erdbeerfeld und sind angefangen und sind komplett zur Station. Ich auch, danke. Doch, mach denen sowas. Er wollte unbedingt Fallschirmspringen, hat Fischer angerufen und ist ihm so lange auf den Sack gegangen, bis er gesagt hat, ja, okay, du darfst dir einen aussuchen. Jetzt war der Alejandro dabei. Alejandro. Ja, Alejandro. Alejandro. Wo ist der denn? Komm mal kurz. Weiß ich nicht. Er hat es ja mal versucht, ihn zu erreichen und dann sind wir komplett hochgelaufen. Ich hab die Nummer von dem nicht. Ich war fick und fertig. Du hast mich gebunden. Ja, und dann geht der Heinz aus dem Haus, mein Freund, und wird abgestochen. Den muss ich gleich vom Krankenhaus kommen. Wer hat bestanden? Der Heinz. Heinz, ein Utah-Volkollegen. Ja, den Kollegen, den haben wir abgeholt vom Flughaushalt. Genau, der. Warum wurde der abgestochen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss ihn jetzt gleich holen, dann weiß ich mehr. Dann komme ich wieder mit dem hier hin. Wir wollten nämlich heute eine Motorradtour machen, eigentlich. Ich werde Pinsel finden. Ich brauche nur ein Flugzeug. Da ruft er mal die Fische an. Vielleicht schiebt er die Saneli. Ich kann das fliegen. Das bezweifle ich ja nicht. Und dann winkst du von oben runter und sagst, ha, sicker than your average. Papa, twist cabbage. Nein, das nicht. Das ist eine falsche Abteilung. Gar nicht. Na klar. Ich muss meinen Freund Pinsel suchen. Wir müssen ihn suchen. Wir brauchen Lawinenhunde. Oh ja. Und Drohnen. Und Drohnen. Und Dings. Und Essen. Und Trinken. Und Trinken. Lippgloss und Labello. Und ein Kuscheldecker. Und so ein Magnetsucherling. Genau. Und vielleicht so eine Wünschelroute für Wasser. Ja. Hallo, Heinz. Ja. Ja, ich komme. Bin jetzt in einer Minute da. Dreh dich einmal um und dann bin ich da. Ja, dann war ich wohl nicht schnell genug. Bis gleich. Jetzt weiß ich ja, warum Pinsel mich nicht angerufen hat. Jo, bis gleich. Welche, wir müssen Pinsel suchen. Ja. Würdest du den jetzt suchen gehen? Weiß nicht, vielleicht hängt er in einem Baum. Okay, dann lass uns gucken fahren. Ja, aber wo ist der abgestürzt? Ja, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ey, ich muss die Fischer sowieso anrufen. Ich kann die Fischer, Frage. Ich hab den Dieter gerade angerufen. Geht nicht am Telefon, wenn du den meinst. Ja, aber achte, dann ruft er den bestimmt zurück. Wieso hast du denn dem seine Nummer? Ja, weil er mir die gerade gegeben hat. Also. Ich hab's doch gerade erzählt, weil... Also, ich dachte, du hast die... Weiß ich schon nicht. Das hab ich nie mitbekommen, weil du die Nummer hast. Ich hab die von den Leitsteller abgeschrieben. Er hat gesagt, ich soll nicht zurückrufen. Also von daher muss ich ja machen. Ja. Pinat? Ich überlege, wo das sein könnte. Wo wär ich, wenn ich Pensel wär? Wahrscheinlich in der Mallkaste. Ich hab jetzt alle gefragt und alle auch, die Ronny kennen und so. Keiner hat ihn gesehen. Ja, dann fangen wir da an zu suchen. Der Pinat macht sich voll Gedanken um seine Kumpel Pinsel. Hat der jetzt den Fischer dran? Ja, können Sie uns sagen, dann rufen Sie mal selber an. Ja, genau. Und wegen dem anderen schnacken wir nochmal. Hochzeit? Hochzeit? Ja. Ich will Torte. Pinsel, der ruft dich gleich an. Pinsel ruf, Achtung. Oh, äh, die Fischer. Die ist da, wo ist sie wohl voll? Wir wissen das leider nicht. Der wollte gestern unbedingt einen Tandemsprung machen. Er hat auch eine Einweisung bekommen, aber seitdem ist er irgendwie, äh, nicht mehr aufkipptbar. Und wo ist der abgestürzt? Wir haben, also der ist einen Tandemsprung gerade über Paledo Bay gemacht. Äh, ich glaub nicht, dass der hinkommt. Und ist der mit einem Fahrrad auch runtergesprungen? Nein, der ist auch runtergesprungen. Nein, nicht, nicht, nicht so ein Fallschirmsprung hat er gemacht. Vielleicht hängt der noch einen Baum. Das wäre ja lustig, aber dann würde er fast verhungern langsam, äh, verdursten hat er gesagt. Verhungern geht ja heim. Hallo, Heinz. Nee, verdursten. Ich geh den jetzt suchen im Wald. Und das ist der Cody. Äh, ja, kannst du machen? Können wir nicht einen Polizeihund benutzen? Ich hab nur noch eine Socke von dem. Ja, frag ihn mal, frag ihn mal, äh, 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 Malik. Äh, Leitstelle von der BP14. Warte, ich weiß nicht mehr. Ja, stimmt. Haben wir noch eine Canon-Unit da für eine Vermissten-Suche? Hat sie nicht einen Kunden gerade? Hat sie nicht gesagt? Also, wir haben keine Canon-Unit mehr im Dienst. Oh, warte, wir haben noch eine. Doch, warte. Nee, doch nicht. Scheiße. Nee, müssen wir es so suchen, aber der muss irgendwo, äh, ja. Wir haben gestern auch noch Stunden, ja, wir haben gestern auch Stunden gesucht. Wir haben irgendwann aufgegeben. Ja, der Heinz ist da. Wir wollten im 24-7 aus, äh, äh, räumen und, äh, haben den dann abgestochen. Ja, komm, du bist schade. Morgensuchen, wenn es Zeit ist. Wie Morgensucher? Ich denke, du hast Angst, Amelia, gehst du ihn heute suchen? Ja, aber jetzt ist dunkel, ich hab keine Taschenlampe, nix. Ich kann dir eine Taschenlampe geben. Ich hab dir noch eine letztes gegeben. Nein, das war ja die vom Pinsel. Das war ein Laserschwer. Du hast gesagt, wir sind Laserschwer, aber wir haben hier Taschenlampe gegeben. Ja, das ist vom Pinsel. Ich hab Pinseln das gegeben. Was Pinsel? Der wollte damit die Schoffel befallen. Der Schöppelkiss? Ja. Ja. Ja, ich komm mit dem Taschenlampe und dann geh ich den suchen. Ja, gut. Äh, sonst kauf ich den Taschenlampe und such den. Also muss irgendwo Palino bei der Umgebung. Wenn er da irgendwo noch liegt, dann aber auch... Ich bin am Telefon. Weil wir haben heute, äh, Berglöwen und Coyoten gesichtet im Norden. Ja, ich hab eh Hunger. Nicht, dass er da irgendwie mit einer pinken Mütze so einen Coyote gekauft. So kann man eine Taschenlampe kaufen, Dika. Wir haben nichts gehört. Wir sind gleich so komplett im Maulchenertuch hier laufen. Ein Taschenlamm-Shop. Baumarkt, ne? Wo ist es hin? Baumarkt, Baumarkt. Baumarkt? Ja. Was ist denn da? Ich muss eine Taschenlampe holen. Taschenlampe, okay. Viel Spaß beim Suchen. Ja, ich rufe an, wenn ich den gefunden habe. Ja, das ist super, danke, tschüss. Wir gehen doch alle mit. Ja, wir gehen jetzt erst mal Taschenlampe kaufen. Ja, wir fahren... Baumarkt, Baumarkt. Wir brauchen nur noch die Maschinen. Wir brauchen nur Taschenlampe und dann gehen wir den suchen. Kann der eins das überhaupt heute machen mit dem... Ja, er will den auch... Will die Handbremse. Will die Mama Handbremse. Danke. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, genau, wir wollen alle mit suchen. Wir wollen auch Ronny suchen. Ja, wir gehen Taschenlampe kaufen und dann treffen wir uns. Ja, wo? Der hat jetzt gerade irgendwas gesagt. Oben, an einem Berg irgendwo. Wir treffen uns am Erdbeerfeld, dann zeige ich euch, wo das ist. Okay. Ah, okay. Alles klar, bis gleich. Ey, komm, ey, kommst du mit, ey. John, kommst du mit? Ja, ja. Ja, du hast eh nichts zu tun. Aber ich habe keine Taschenlampe. Ja, wir kaufen einen. Mann, ey. Ja, Ronny ist so netter. Heute ist es anders. Hoffentlich geht's dem gut. Oh, das wird eine lange Nacht, da muss ich morgen im Bett bleiben. Lass uns doch dieses komische Zeug holen, was die Jugendlichen da immer sich spritzen. Ah, Crack-Kokain. Ja, lass uns das mal holen. Und dann? Ja, dann können wir mehr suchen. Achso. Achso, umso, was wollen wir mit Crack? Dann sind wir wach. Oh, erzähl denn, ich kaufe für den John eine Taschenlampe auch. Willi, du hast selber Geld. Boah, hab ich schon nie geschlickt, Junge. Heute, müsst ihr nicht so bezahlen. Oh ja, die haben noch ein paar. Ey, die Taschenlampe ja sofort. Nein, John, tu das Messer back. Okay, wir zahlen. Okay, mein Freund zahlt. Ich zahl. Da, Jun. Okay. Komm her, Jun. Ich hab hier ne Mägleit. Oh. Da. Oh, diese war riesig. Die kommt mir bekannt vor. Pinsel. Okay, gut. Ich glaube, ich hatte mal so ne Taschenlampe. Genau so eine. Wo treffen wir das Erbefeld? Ja, der ist er. Oh, weh, der hängt da gleich tot in nem Baum. Das will ich nicht sehen. Oh, war das? Hey, das... Achso, da schick ich Twinkie gleich. Okay. Cool. Er hat ein Foto von seiner Taschenlampe gemacht. Ja. Genau. Habe ich früher auch gemacht, wie ich jung war. Mach mal ein Foto von meiner. Das schenken das Teil. Das muss ich der Waltraut schicken. Deine Schenke. Ist die Waltraut dein Frau? Ja, noch nicht. Aber nach dem Foto bestimmt. Jetzt ist die Taxi-Muffe unterwegs. Ding, ding. Die müssen sich Taschenlampen kaufen. Achso. Aber die standen da grad noch. Warum haben wir nicht da oben im Baumarkt eine geholt? Ja, hab ich mir auch krass gedacht. Du müsstest so schlau für den Obdachlosen. Was soll das denn heißen? Ich bin um die ganze Welt gefahren. Ja, hast du das getennt? Ich hab alles gesehen. Warst du auch in der Pennymark-Doku? Vom Kiez? Nee. Ich hab früher schon A, B und C. Ja, ja. Ich mag dich schon. Ich hasse dich, aber ich mag dich. Ich bin auch allergisch gegen Nüsse. Okay. Achso, Digga. Letztens hab ich ne Nussecke bekommen. Ehrlich? Ja. Aber sind da nichts da drinnen? Ja, das wusste ich nicht. Wo wär ich, wenn ich Pinsel wär? Wahrscheinlich tot. Vom Taxifahren. Irgendwo Autos am Knacken. Oder so. Kann der das? Ja. Kann der mir das beibringen? Der hat Autoknacken geskillt. Ja. Level 80. Hallo, da bin ich. Da sind's ja wieder der Herr. Weil ich fall ja öfter mal die Schlüssel von meinen Autos. Das ist schlecht. Ich hab ja keine Autos. Doch? Gar nicht. Wenn der Ronny mir das beibringt, hab ich welche. Du musst doch wohl nie fragen, wenn der noch lebt. Dann sollten wir den mal ganz schnell finden. Aber der heißt nicht von dir, der heißt Pinsel. Oh Gott. Oder hast du Hunger? Noch ein bisschen. Ich esse nachher. Au, Kopf, Kopf. Au. Au. Ja, war echt am Strang, da wünsche ich. Ja. Da ist das mal schön. Ey, das ist dein Auto. Wo? Oh ja, tatsächlich. Also Pinsels Akku ist auf jeden Fall leer. Handy ist aus. Weiße. Und der ist vom Berg runter gesprungen? Ne, Tandemsprung hat der gemacht, hat Dieter gesagt. Was ist ein Tandemsprung? Äh, zu zweit. Aber da muss doch jemand bei ihm sein. Warte mal kurz, ich muss erst mal nicht... Ja, ja, lest ruhig vor. Ich wollte sein, ich muss mit dem Handy wieder in den Handschuhfach backen. Du bist doch ein Arschler. So viel habe ich gerne zu lesen. Oh, ich habe Hunger. Ich habe noch einen Bacon-Burger, lecker. Boah. Schaut dir, was lachst du so? Ah, du bist voll die Schnecke. Lecker, warum? Schnecke. Weiter geht die wilde Fahrt. Oh, weh, weh, weh. Ich bin der John und ich bin auch dabei. Los geht's. Hello. Kommen die jetzt überhaupt zum Feld? Keine Ahnung, ist doch egal. Wir suchen aber... Und der Dieter hat gesagt, die haben da heute Berglöwen gesehen und so, ne? Wir können nicht auf dem Bergdorf sonst fressen. Wer ist denn der Dieter? Oder der Typ vom Taxi kommt wieder und überfert die. Okay. Wer ist Dieter? Das ist der Dieter, ist der Polizeichef, oder will die? Ja. Der hat mich aus dem Auto geworfen. Ja, zu Recht. Ehrlich? Ja, aus dem fahrenden Auto. Und heute hat er mich beschimpft. Warum? Der Dieter hat gesagt, hier ist kein Obdachlosenheim, verpiss dich. Das darf man nicht sagen. Nee. So, weil Dieter hat es. Der Pinsel wird vermisst, da wünscht. Der ist gestern Fallschirm, sprung und nicht mehr aufgetaucht. Aber warum zum Erdbeffeld? Da hat es bestimmt nur... Wenn ich uns das zeigen wollte, wo die abgehoben sind oder so. Also ich dachte, wo die Frauen sind. Wo sind Frauen? Hier? Ja, Tindafeld. Oh. Ja, warte doch. Oh, was ist das denn? Da. Er mehr vor fünf. Das ist schon, hier geht es los. Warte mal. Kann ich deine Nummer haben? Hallo? Das ist die Finger da von der Straße. Das machst du aber... Okay. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Meine Lippen sind versiegelt. Jetzt siehst du die schon auf der Straße. Die breiten sich immer mehr aus wie so ein Virus. Gott, was ist denn hier los? Nein, Katze, nicht hier. Komm runter hier. Runter. Das ist halt kein Taschengeld. Und Pleite. Hat die jetzt die Erdbeergang da, oder? Dankeschön, Jack. Oh, ich glaube, die machen Party hier. Oh, guck mal, die kenne ich da. Mit der weißen Hose. Was ist das denn? Wir machen Party beim. Ja. Wie heißt die? Weiß ich nicht. Jacqueline. Ja? Jacqueline. Oder war es doch Chantal? Chantal. Chantal, komm runter, wir fahren nach Galeradjada. Ja, wo ist der andere? Ich hasse den Holländer, ne? Willst du den mal anrufen? Ich habe mein Handy weggelegt. Ne. Ruf sonst. Was hat denn der Fischer gesagt? Dass die den gestern Abend oder so die ganze Nacht nur gesucht haben. Ja. Und dann mussten die die Suche abbrechen. Die haben den auch nicht gefunden. Ja, ob wir den dann finden? Weiß nicht. Wir können dann mal da links. Guck mal. Da geht so ein Weg hoch. Hier geradeaus? Ne, links. Wille. Nichts geradeaus, links. Guck mal, da geht es um den Weg hoch. Da können wir nochmal hochfahren. Ja, links. Fahr, fahr, fahr. Links. Ach du Scheiße, du glaubst doch nicht, dass ich dann mit dem Taxi hochkomme. Klar. Wo kommt er denn her? Wir haben doch Sportreiche. Aber wir nehmen sein Auto hier. Da, easy peasy rechts, oder? Ach klar. Da kannst du haken. Nein, das geht schon. Das geht schon, Will. Die vertrauliche Warnung. Oh, ne. Doch, das geht. Das dreht doch schon durch. Das dreht doch nicht durch. Komm, Wille. Wir müssen Pinsel finden. Weiter. Weiter. Das schaffen wir nicht. Vielleicht sollte der Peanut ein paar Meter laufen. Lass uns zu, dein Schmutz im Unterhalt, du Besuchten. Okay, dann lass uns laufen. Setz dich nach hinten. Wir müssen mehr Zug auf die Hinterachse bringen. Der ist wie im Winter mit dem Zementsack im Kofferraum. Winter? Setz dich nach hinten. Da vorne ist doch was im Gebüsch. Guck mal. Steht da jemand? Wo ist jemand im Gebüsch? Da. Ah, ne, doch nicht. Oh, da rennt man. Da, Pinsel. Wo geht die? Die Checkler hat den Aktienkurs. Der hat den. Okay, Sommer. Ja. Ihr müsst auch in die Bäume gucken. Hast du Kreuz mit? Wie ein Kreuz. Wie ein Kreuz. Ein Kruzifix. Ja. Nee. Hallo. Sag was. Hallo. Sucht ihr euch? Ja. Wo soll der denn sein? Der ist irgendwo verschwunden hier. Vielleicht hängt er in den Bäumen. Das ist aber voll schön hier draußen. Den Pinsel wird das gefallen. Wo ist denn der Jun? Warum sitzt denn der im Auto? Siehst du? Siehst du was, Brüdi? Ich seh nix. Guck in die Bäume. Ja. Der hängt bestimmt irgendwo in den Bäumen. Insel. Hau rein, Schulti. Ich hab keine Ahnung. Naja. Der Fischer hat da diese. John, kletter mal den Baum da hoch. Bist du übergläubt? Ich komm, wir kommen den Weg hier hoch. Ach, ich hab vergessen, dass du besoffen bist. Ich hab mein Handy nicht schminkt. Handy ist aus. Ich ruf mal du, du mal eine. Pensel. Ronny. Ronny. Auf dich kommt kein Berglöwe. Wir haben noch Taschenlampen. Schlag den kaputt. Schlag den kaputt. Pensel. Hat da jemand geknurrt? Oder war das der John? Das war mein Bauch. Ein nur als für Info. Telefon geht nicht. Okay. Schüttler musst du warten, bis ich aus der P rausgehe. Wenn er aus einer gewissen Höhe geplumpst ist, du weißt, wie das ausgeht. Der hängt auch vielleicht in einem Baum. Mit dem Fallschirm fest. Pensel. Pensel. Oh, verdammt schön hier. Ready? Ja. Voll, das ist zu anstrengend. Pensel. Der ist bestimmt tot. Doch, sowas nicht. Ja, wie willst du hier überleben? Ja, keine Ahnung. Da muss ich ja Robbenkloppen für. Ja, wieso? Du weißt ja nicht, wo der hängt. Der kann doch dann Baumrinde essen oder sowas. Ja, und was soll der trinken? Ja, sein Urin. Ich kann ihn nicht überleben. Du kannst ja auch überleben. Soll ich denn essen Sand? Das glaubt mir, Twinkie nie, dass ich hier gewandert bin. Renat? Was denn? Was denn? Wieso ist denn eigentlich der Ben hier? Wer ist denn Ben? Der da. Weiß ich doch nicht. Stand der nicht gerade mit dabei? Nee. Nee. Pensel. Oh, nee. Was ist das da oben? Oh. Oh. Nee. Ist da oben was? Das ist der letzte Bergkopf. Holländer ruft dann. Ja, wir sind schon auf dem Berg, Holländer. Wo muss ich hinkommen? Ich hab ja noch zwei, die mit suchen. Ja, versuch. Beim Erdbefehl hat er aus und dann geht rechts im Weg hoch, da sind wir. Ach, äh, ja, weil die Silos vorbei da, so, ne? Ja, genau. Alles klar, weiß Bescheid. Okay. Okay, wir kommen. Ciao. Ciao. Oh, mein Gott, der Berg ist ja noch größer. Ja. Ich dachte, wir sind gleich auf Spitze. Nein, da brauchen wir noch ein bisschen. Pinsel. Wir brauchen so ein Suchgerät, so ein Adler oder so. Ja, ein Hubschrauber. Was macht der denn da? Klettert der den Baum hoch? Ja. Da. Was ist mit dem hier? Ich glaub, der... Dann hast du dich eingegraben. Was? Machst du? Ein kleines Nickerchen. Ja. Oh, 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 oh. Dankeschön. Also, ich glaub, der ist von da oben runter auf, mit dem Kopf auf die Steine klatscht. Nein, sagst du was nicht. Der ist runtergerollt und dann in den Mähdrescher rein. Und jetzt ist der Cornflakes, Kellogg's Max. Mit Honig? Ja. Ich kann nicht weiterlaufen, das ist zu anstrengend. Ja, ich glaub, das... Ich brauch einen Moped oder so. Ja, aber ich glaub, das ist ja... Ob du den hier findest, könnte auch auf der ganz anderen Seite sein. Ja, wir brauchen einen Spürhund, aber Dieter hat grad keinen. Mann. Sonst müssen wir ja morgen wieder im Hellen suchen. Wir müssen empfinden. Wir brauchen so ein Cross-Motorrad. Ich hab eins. Das muss ich mir ausleiten. Kannst du haben. Ja. Wir brauchen 16 Stück davon. Was? 16 Stück. Okay, wieso 16? Weil damit mehr Leute suchen können. Ja. Ich hab aber leider nur eins, ne? Kannst du das mal gern haben. Wir setzen uns mit 16 Mann da drauf. Na gut. Und ihr da den Taschlampe in der Hand? Ja. Das ist aber wie eine Disco-Kugel. Ey, ich hab noch mehr Leute aufgetrieben für deine Pinsel. Ja, aber wo sollen wir den suchen? Guck mal, der Berg ist so groß. Im Dunkeln ist auch ganz schwierig, was zu sehen. Ja, ja. Ich hatte ja die Fische nochmal gefragt wegen einer Hund oder so. Nee, kein neuen Hund da. Ist leider kein Blau gefragt, ist keine da. Ja, aber Mali hat ja schon gereicht, glaube ich. Mali hätte bestimmt schon die Pinsel gefunden. Wer hätte gesagt, such Ronny. Er holte Tuffy. So. Wer ist Tuffy? Auch ein Hund. Ja, was mit Koffi? Die mein ich doch. Aber wir hätten über Cube gucken müssen. Sind die nicht immer auf Party aus, die Hunde? Ja, die wissen auch, dass da Party ist. Ich hab noch unten so, ja, wie soll ich das sagen, ohne dich mitzuverletze, so eine etwas korpulentere Junge da unten getroffen. Der Horst? Weiß ich nicht. Sie hat so einen Hut auf. Biggie. Ah, das ist Biggie. Ja, ja, der wollte auch mit suchen. Die sind alle voll hilfsbereit. Und die Gangs suchen auch schon mit nach Ronny. Ja, alle sollen den Pinsel suchen. Ja, ja, ich hab alle Bescheid gesagt, die ich kenne. Wir brauchen Motorräder hier, Crossbikes. Ja, die Idee. Töd nicht hier auf dem Berg. Wenn man fahren kann. Ja, genau. Jawohl, mein Freund. Ey, Ben, du bist raus, du kannst nicht fahren. Okay, lass mich am langen Arm vongern an der Neiße. Nein, hab doch, hab geklatscht. Ich kann fahren. Ich auch. Einer für alle in alle Vereine. Ja, das können die anderen beide sein. Da unten kommt noch eine Taschenlampe. Ja. Ja, hab ich doch gesagt, ich hab Leute mitgebracht. Ja, aber wir haben dunkel und der Berg ist riesig. Ja, das kannst du glaub scharfen. Oh, wie viele Leute kommen denn da? Soll der wirklich jetzt hier in die Ecke liegen oder was? Ja, das wissen wir ja nicht. Keine Ahnung. Ach du Scheiße, da kommen ja 30 Leute. Oh, nee. Oh. Oh, nee. Der rennt einfach so den Berg hoch. Krass, ne? Der hat ja ne Ausdauer. Ja, der ist ja bei mir mess. Ich sag da nix zu, ey. Der hat auch besser nix, ey. Ich bin dir am Arsch, könnte ich dir da pennen gehen. Du weißt, gestern, ohne Fallschirm und Aufkommen, ist jetzt tot. Der sagt, der ist tot. Nein. Soll die Fresse halten, der blöde Schalke-Schwein da. Da schlag ich irgendwann so die Taschenlampe vor der Schädel-Eck, mich fett. Können wir jetzt machen, da fühlt den keiner. Das stimmt, ne? Das stimmt, hier findet keiner jemanden. Wir finden da nichts gesehen, ne? Oh, der hat ein Moppet. Der hat ein Moppet. Ja, guck mal, was da noch kommt. Danke für dein Verständnis, ciao. Super, ein Offroad-Auto. Geh mal zur Seite, damit er hochfahren kann ein bisschen. Jetzt fangen wir mit dem Berg. Hey, da seid ihr. Biggie sitzt du da im Auto? Biggie, wir suchen unseren Freund, unseren Kumpel Pinsel. Ich weiß, hab ich schon gehört. Deswegen bin ich hier. Biggie. Hab ich doch gesagt, ich sag alle Bescheid. Was geht ab Biggie? Hey, honey, Biggie, was geht bei euch? Hi. Wir haben gehört, dass der Pinsel weg ist. Und dann haben wir gesagt, wenn wir da sind, dann... Hey, kommt auch gleich, wir müssen nochmal eben tanken. Oh, klar. Ai, ai, ai. Versuchen ein bisschen, ne? Der hängt hier bestimmt irgendwo im Baum. Ich guck die Calle an. Packst du die Download-Caps, wo ihr da? Die Leitstelle ab. Wir brauchen mehr Autos und mehr Cross-Bikes. Ich bin nur zu Fuß. Ich hab noch ein LKW mit. Am besten noch ein Spürhund. Ja, haben wir schon angefragt bei dem Polizei. Aber die haben gerade keinen. Ach, schade. Aber Pinsel hat mich umarmt. Also müsst ihr noch Burger riechen. Eigentlich müsste Biggie damit finden dann. Ja, auch Biggie. Oh, schnüffel mal. Schlüffel mal. Und? Ich riech keinen Burger. Außer den von dir. Scheiße, wer weiß, oder? Ja. Ich kenn mich da nicht aus. Der hat ein Gespür dafür. Kleines Spürnäschen, wa? Naja, wenn's um Burger geht, immer. Kulis hat 3.000 Dollar kassiert heute. Ja. Boah. Du mit dem Cross-Bike. Ja? Du, wir müssten rumfahren, den Pinsel suchen. Ja, weiß ich. 120. Du schreibst, äh, die... Ja. Ja, danke. Nimm 120.000. Der sprintet die einfach über die Berge rüber zu der Donut. Ja. Du willst mal weitersuchen, oder? Ja, vorhin. Noch weiter rum. Wir waren eben auf Mike und den Geister. Weißt du, in Holland haben die auch so große Berge. Aber endlich mal wieder ein Kreis. Das gefällt mir. Haben wir lange nicht mehr gehabt, ne? Ja. Ja. Hier vorne läuft er auf dem Fluss lang. Oh. Auf der Klappkart. Guck mal drauf. Ist nicht weit weg. Im Parkwerk kennt sich Holländer auch gut aus. Ja, aber wenn Pinsel am Fluss, dann wäre der schon zum Highway gelaufen. Ja. Und dann wäre der überfahren worden. Hat der sein Handy denn aus? Ja. Ja, ist aus. Akkulär bestimmt. Akkulär. Er hat so lange am Holländer telefoniert. Gezungen. Da haben wir auch was zum Verteidigen, wenn ein Berglöwe oder so kommt. Das hat der Dieter mir gesagt. Hier gibt's Berglöwen und so was. Ich esse den auf. Hab ich auch gesagt. Erstmal setzt ihr euch. Das ist bestimmt lecker. Aber. Das ist was Geld, wenn man die tötet. Ich glaub schon. Die La Luna, vielen lieben Dank für den Freunden fünften. Wuhu. Tausend. Dankeschön. Nee, nee. Oder wir organisieren eine große, eine Nacht wird der nur auskommen, wenn der nur lebt. Ja, auf jeden Fall. Ab dem dritten Tag. Wir müssen eine super große Suche vorbereiten für morgen. Ja. Aber ab dem dritten Tag wird's gefährlich, wenn man drei Tage nix trinkt. Ja. Und der kann nur seinen Pipi trinken. Ja. Man wer raucht hier eine E-Kippe, Junge. Was ist mit dir? Danke. Das steht ja auf dem Berg, wo auch E-Kippe, Junge. Ja, der Brauchzeichen für Bindel. Das ist auch eine gute, wir könnten voll voll machen. Voll voll? Ja, einen riesen voll voll. Das wird den Baum hier anzünden. Ja, halt dem und Streichhölz dabei. Ja, aber nicht, dass das der Baum ist, wo der vielleicht drin hängt. Ja, das wäre dann nicht so gut. Ja. Aber dann fängt der ja auch an, sich für mehrfach zu machen. Ja, aber dann schreit er wenigstens, wenn er abrennt. Dann hören wir das mal. Ja, ein bisschen Feuer brennt. Ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ist das nicht Hexenverbrennung dann? Ja, wieso? Dann muss er jetzt ein Kreuz basteln. Ja. Ja. Hey, Amy. Hat der kein GPS eingepflanzt? Bei der Impfung? Wie lange tanken die? Ich weiß nicht. Ist da unten nicht eine Tankstelle? Na, die Nackte tanke ich erst am Highway. Nee, du, ist doch auch so ein Ding, oder nicht? Na, da ist keine Tankstelle. Da sind keine Tanksäumen mehr. Au. Zum Scheiß. Das wollen sie hinbauen, die Idioten. Ja. Ja, Wilde, was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, du kannst hier in der Nacht nicht viel machen, ne? Ich glaube, der Pinsel ist irgendwo in so einer Höhle oder so, hat ein Nagefeuer gemacht. Ja. Vielleicht ist der verletzt, dass der nicht runterlaufen kann. Das kann sein, das vermute ich mal, ne? Der ist bestimmt irgendwo hier. Willi? Ich hoffe. Wir geben einfach den John drei Kästen Bier, der sucht ihn dann. Ja. Kommst du mal eben? Ja. Ja, für ein bisschen Sprit mache ich das. Ich würde jetzt gerne den ganzen Berg ablaufen, ne? Aber dann sind wir bis morgen 10 Uhr noch hier. Machen wir lieber ein kleines Event draus. Aber alle anderen haben wir erstmal noch Essen, Trinken? Ja. Ja. Immer Essen, Trinken. Ein bisschen noch, ja. Wir haben auch noch was mitgenommen. Zur Not kann man auch Edbeeren essen, die Taschen voller Edbeeren. Ja, oder wir bestellen's ne Pizza. Oh, gute Idee. Wie gesagt, wir haben im Auto, glaube ich, noch ein bisschen was drin eingelagert. Ich bin ein Pizza-Volager, aber ich bin ein paar Leute, Willi. Also ich kann auch zu Not bei Kodis anrufen, die sollen liefern, aber die Wegbeschreibung ist schwierig. Ja, auf dem Berg. Ja, welcher? Sagst du einfach auf dem Berg hin. Oder wir geben uns einfach als Pinsel aus und tun so, als würden wir mit dem Pizza bestellen und die Taxifahrer finden den dann. Ey. Das ist gut. Was ist mit, äh, wo ist der, wo ist der abgestützt? Wo sind die gestartet? Weiß keiner. Das weiß nur Mike. Mike war dabei. Cool. Ja, und der wollte zum Erdbefeld kommen und ist weg. Ich dachte, du hast Fische gefragt. Der ist Tanken. Kann dir mal einer anrufen? Ich hab mein Handy im Handschuhfach vergessen. Ja, komm, ich geb dir da mein. Warte, die sind einfach mal rein. Hast du schon, Cash? Ja, die hab ich ja auch im Handy gelassen. Ja, ich guck mal, die Mike an, wo du bist. Ja, gut. Der war gut. Oh, aromatisch. Das ist Landliebe. Ja. Oh, warte mal. Wenn man ist in der Natur, dann darf man das schon mal. Das ist nur für den Pinsel, wenn er das riecht, dass er weiß, dass wir hier waren. Genau. Nee, Kuppe. Ja, die fahren nach rechts. Oh, guck mal, die haben Moped. Da fahren die. Wo? Die sind auch schnell, da rechts. Da. Ah, da. Oh, wie könnt ihr alle da hochrennen? Ja, da kann ich mich auch. Da bin ich schon Wadenkrämpfe. Ich laufe nicht. Allein das zurückgucken tut schon weh. Aber wo hast du denn die Twinkie gelassen? Die ist ja gar nicht da. Die ist im Hotel, die zuckt zum Rheinland-Flässchen. Oha, Kugeln. Oh, die fangen bis nach oben, guck mal. Hätten wir heute doch mal das Moped gekauft. Ja, war meinst du, wenn es besser hochgeschafft, wenn ich da noch hinten drauf sitze? Also, ich glaube, es hat ehrlich gesagt nicht. Klar, das hätten wir getunt. Genau, Turbulane. Genau, ein bisschen Nitro und so. John, du musst echt mal deine Schuhe wechseln, das ist voller Pipi. Und deine Hose auch. Nee, das ist kein Pipi. Dein Hatt ist auch Pipi voll. Das ist bestimmt, ja. Das Sprüschiss. Das ist von dem Matsch hier. Bah. Bin ich jetzt bis da hoch? Dein T-Shirt ist voll mit Fettflecken. Wollt ihr jetzt warten, oder? Ja, wir haben... Man merkt, die sind schon hochgedüst. Aber, äh... Ich kann nicht mehr... Ich brauche noch ein Motorrad. Ja, der Problem ist, hier kommt gleich sonst auch noch einer weg im Dunkeln. Wie viel Platz haben wir denn noch im Auto? Wie wäre es, wenn wir von mehreren Seiten anfangen zu suchen? Dann geht das schneller. Oh, der hat John hat recht. Auf jeden Fall noch zwei Leute passen bei euch rein. Aber wir sind... Jeder nimmt sich eine Seite vom Berg vor. Oh, guck mal da. Dann brauchen wir mehr Leute. Wir brauchen noch mehr Autos. Oh Gott. Warum sind wir nicht vor... Oh mein Gott, was macht der denn da? Der stürzt ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hinter dir, John. Das schafft er doch nie im Leben. Nee, das schafft er echt nicht. Ach du Scheiße. Oder? Vielleicht hat der V-Ak-Biturbo. Ja doch, der V-Ak-Biturbo. Das schafft er. Ja. Eieiei. Ich glaube... Und das war's. Und tschüss. Nee, nee. Nee, nee. Ist das Stock-Car-Challenge. Toll, und wir stehen uns jetzt hier. Die Beine im Bauch. Oh, da kommt der Nächste. Oh, da kommt noch einer. Bis dann. Weiß nicht, vielleicht der Holinder. Äh, das ist der Ben. Komm, ihr schafft das. Ganz nach oben. Ich wollte gerade sagen, dass wir da einsteigen, aber wenn er so schön nicht vorankommt... Wo kommt der jetzt ja? Hallo. Hi, Kalle. Eisbekäufer. Man sieht einen Schwanz. Ich weiß, ich war gerade auch noch auf der Party. Ja, komm mal lieber runter da. Was macht der denn der Ben jetzt da? Ganz schön luftig hier oben und kalt. Wir suchen Pinsel. Wer ist Pinsel? Ich hab'n Pinsel. Mein Freund ist der Pinsel. Hm, du bist der Beste. Ja, dein Pinsel ist aber nach innen gewachsen. Der ist ganz schön klein, als weil es so kalt ist. Ja, und dünn. Schön. Also der Rock oder so ist er gewagt. Oder das Hamt. Und du siehst deinen Pinsel gar nicht wegen deinem Bau. Na und reicht, wenn deine Freundin den sieht. Davon gibt es Spiegel dafür. Genau. Wie geht's einem nicht? Wie geht's einem nicht? Deiner Freundin. Ist das deine Freundin? Guck mal. Guck mal. Der wirft ja nicht mal einen Schatten. Nein. Jetzt bin ich auch mal die hellste Kerze auf der Torte. Ja. So, und jetzt? Jetzt hab ich Bock auf Torte. Boah, ich auch. Ich hab welche mit? So eine Latte Macchiato-Torte oder so. Boah. Habe ich beides. Boah, ne, so eine Windbeutel-Torte. Boah, Windbeutel-Torte ist auch geil. Ich hab'n Bienenstich. Ja, den hast du wirklich. Dann solltest du zum Arzt gehen. Aber dafür müsste ich runtergehen. Bär-Torte mit Doppelzahne. Was machen wir denn jetzt eigentlich hier? Ah, aber gut. Wir suchen Pinsel, aber wir haben keine Ahnung. Weißt du, wer dieses Jahr auch runtergeht? Wer denn? Schalke. Eie, eie, eie. Der war fies. Die einzige Schale, die die haben, ist auf dem Tisch und da drücken ihre Kippen aus. Was? Ich sag, die einzige Schale, die die haben, ist auf dem Tisch und da drücken ihre Kippen aus. Ja. Oh Gott. Ist ja immer lustig, wenn die Montags-Morin als Schlange stehen. Beim Arbeitsamt. Kaffee-Kennstin oder hier, äh, hier Kaffee-Kennstin oder hier suchen gehen. Ja, du kannst ja hier nicht, wenn jetzt hier zu Fuß hoch ist und da einer abstürzt und dann, dann musst du zwei Leute suchen. Dann bist du da oben hinlaufen oder was? Meinst du, ich suche? Das ist doch gar nicht möglich. Wolltest du deine Kuppe Pinsel suchen oder nicht? Ja, halt, du, wir sterben, wenn wir da oben hinlaufen. Mit dem Auto geht's nicht, zu Fuß geht's. Also, wir brauchen mehr Bikes. Ich sag's mal so, was du verschieben kannst auf morgen, das mach übermorgen, ne? Deshalb, wir können das auch einfach beim nächsten Mal machen, oder? Ja, aber dann ist er auch nicht tot. Warum? Weil so lange überlebt er kein Mensch. Ja, aber in dem Baum hängt er nicht, aber der längt bestimmt nicht in dem Baum. Ja. Aber der ist ein bisschen schon tot. Ja. Soll es nicht immer so pessimistisch sein? Ich gehe ich doch gar nicht. Warum mitten der Sheriff nicht hier und suche mit? Achso, ich gehe nicht hier. Ihr Wort nicht ist so ein Kämpfer. Ruf den mal an. Jemand muss den Sheriff machen, die sollen mithelfen. Ich ruf nochmal den Fischer an, Chinat, und frag, was das Beste ist. Ob wir jetzt, ich glaube, wir bei den Witterungen Nein, warte noch mal. Ihr habt die Frage nicht gestellt überhaupt. Wo sind die gestartet? Dann frag den doch mal. Dann ruf doch mal den Mic an. Ja, der geht ja nicht ans Telefon. Ja, jetzt hab ich's nach oben gefahren jetzt gerade. Ja, deswegen sag ich ja. Keiner hat gefragt, wo sind die gestartet. So, dann wüssten wir vielleicht ja auch, keine Ahnung, dahinter irgendwo. Ja, das ergibt keinen Sinn, egal wo die gestartet sind. Wenn die Pfeilschirmspringen, dann können die schon in den Stadt dahin fliegen. Der kann überall hier sein. Das ist so. Das stimmt. Micah hat sein Handy aus. Der kann doch irgendwo in der Stadt liegen. Der kann überall sein. Der kann doch immer nur in der Luft sein. Da ist er ja im Wasser gelandet. Ja, dann ist er abgebürfelt, aber dann muss er nicht noch. Da hat er auch genug zu trinken hier im Wasser. Ja. Halt mich fest, halt mich fest. Warum? Ich mach'n platt. Oh, der versteckt sich in der Berghütte von den Berglöwen. Ja, vielleicht hat er sich ja nur was verstaucht und hängt jetzt irgendwo ab. In der Höhle mit dem Pfeu-Pfeu. Oh, da rum ist eine schwarze, dicke Wolke. Das sind Rauchzeichen. Oh. Oder? Kein weißer Rauch. Ich geh mir morgen Cross-Dings besauen und dann suchen wir hier ab. Okay. Ich hab' auch eine. Wie gesagt, du kannst meine... Außerdem sind drei Motorräder gerade auf dem Weg da oben hin. Ja. Zu Fuß wäre keine gute Idee, ne? Nee. Brauchst du ja den ganzen Tag für das da oben. Wie willst du denn da? Komm mal, da oben. Das sind so locker 300 Meter. Du rückwärts wieder runter. Und außerdem ist ja hier Peanut, das ist ja auch nicht gut für dich. Nee. Das Ganze, was du da angegessen hast, das hast du ja alles bezahlt. Das wird dir alles abzulieren. Da komm ich niemals hin. Nee, dann wirst du ja wieder schlank. Will ich nicht. Wenn du den Berg hier mal rauf runter rennst. Oh. Dann bist du doch nicht schön. Dann laufe ich erst recht nicht den Berg hoch. Ich will nicht schlank sein. Schlank ist eine Scheiße. Dann hast du bestimmt eine 90, 60, 90 wieder. Ja. Hab ich so auch. Probein. Das Salz Kuschelmasse. Eben. Schlaf gut, Teddy. Guck mal, in dem Winter. Dann verschieben wir das auf morgen. Dann können wir weitersuchen. Ja. Und macht Telefonkirche. Sagt Bescheid, wenn ihr was findet. Ja, das machen die anderen schon. Die Gangs packen Ronny ein und bringen die zur Polizei. Also ist er dann sicher. Guck mal, ich stehe hier ganz oben. Ja, oh Gott. Ey, und selbst die nicht so gute Spreche waren auf Ronny. Die waren da. Mach mit. Ey. Ey, das musst du mal überlegen. Die Leute, die ihn nicht möge, machen mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnella. Zum Glück geht's runter schneller. Komm, 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 komm. Bisschen Jogging. Komm, John, wir bringen dich zu deinem Zeichen. Ja. Ich glaub, so weit warst du noch nie davon entfernt. Ach, nee, ich war noch nie hier oben. Wie? Komm, Willi, komm. Vorsichtig runter hier. Das ist aber wohl ein Nervensäge, der Typ. Ach. Puh, leck mich am Arsch. Ui, ui, pass auf. Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, noch schneller. Jetzt geht's noch schneller runter. Oh Gott. Scheiße. Turbo. Turbo. Vorsicht, Speck im Anrollen. Junge. Wir lösen eine Lawine aus, Biggie. Ja, müssen wir nur einmal zusammenspringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ui, 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 ui. Boah, ich lauf wie ein König. Ja. Jay, danke schön für den giftigen Deldroos. Happy Birthday, Deldroos. Guck mal, das passt ja, ne? Alles Gute zum Geburtstag. Bin's Bauer, Jungfrau. Und zwei Tics oder Fatics, danke schön für den Prime Sechsten. Hi. Viel zu anstrengend. Na, du? Vorsicht, da hinten rennt der was mit Berg hoch. Das ist bestimmt Berglöme da hinten. Was? Da, da oben ist was hochgerannt. Das ist bestimmt Berglöme. Mach keinen Quatsch. Nein, wirklich, da ist grad ganz schnell was hochgerannt. Ohne Witz. Ich hab meine Pistole bei. Hast du? Oh, das ist gut. Wenn da so ein Ding uns angreift, ne? Ja, ich hab keine Lust, Schnitzel zu werden für so ein Vieh. Ich hab auch keine Bock auf Schnitzel. Okay, halt du die Pistole, ich leuchte. Ich halt die. Huah. Oh. Da blinkt was unten im Gebüsch. Da vorne, ne? Ja. Er ist immer da. Oh Gott. Geh auf Seite. Könnte sich nicht mehr ausgepackt. Komm hier rüber. You shall not pass. Ich sag jetzt mal nix, ne? Was blinkt denn da? Da leuchtet was. Da vorne im Gebüsch. Oh, ich hör irgendwas hinter uns. Weg. Boah, ich fühl mich wie Crash Bandicoot. Oh, ich. Ich telefoniere gerade mit dem Boden. Da oben. Da ganz oben. Guck mal, da kommt was runtergefallen. Wo denn? Da. Ja, da. Oh Gott, was ist das denn? Pensel? Hat er sich einen Schlitten gebaut? Das ist ein Motorrad. Oh Gott. Das wär's jetzt gewesen, Alter. Dann wär ich sofort in der Bett hier. Kannst du mich zu Hause absetzen? Ja, klar. Ja, ich mach das. Oh, ne, ne, ne. Kunde, juba. Das abschlingt, dass er so ne Spargel. Ich dachte, dass der Spargel fällt hier. So, warte nu. Hey, lass das sein. Warum? Nee. Gehen wir ins Cube, oder was? Moment, ich muss nur schütteln. Will die ins Cube, oder was? Ja, wir treffen uns gleich im Cube. Cube ist schon eine. Ja, D-Laster. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geht schon eine dann. Weibartport. Wie geht's hier? Dann sag Bescheid, ruf durch. Was, ich verletzt euch. Wenn wir da sind, helfen euch. Hey, was? Chess, Mike hat Aua. Oh mein Gott. Was passiert dir? Scheiße, geh mal weg. Was passiert dir? Wieso ist der denn vor's Auto? Ich sprach, bist du mal klar? Der ist ausgerutscht. Ja. Bestimmt in der Pisse von John. Spargel, sick. Hilft ihm keiner. Jemand muss ihm helfen. Rufst du mal einen Krankenwagen? Was ist passiert? Das war gerade Kopfschmerzen live. Erledigt mit dem Krankenwagen. Richtig? Ja? Richtig gut? Kennst du das Bild, wenn du tausend Autos dich gleichzeitig auf einen Fleck bewegen? Kenn ich nicht, nein. Diese Kopfschmerz-Sache mit Olga? Ja, Magneto. Warte mal. Oh, ich hab ja gar kein Handy. Ruf mal, äh, oben an bei Paleto, weil EMS ist nicht mehr besetzt. Da haben wir gerade... Wie soll ich denn das hier beschreiben? Am Baum von John. Ja. Ja. Am Spargelbaum. Am Baum von John. Ich krieg die Krise. Äh, es gibt's einen Postle-Code. Ja, hallo. 899. Wir brauchen Krankenwagen zu 899. Dahinter diesem, äh, Feld. War das 899 für die? Ja, 803, äh, 899. Direkt über der 8. Ja, 899. Über der 8. Der ist gestolpert. Ja, beim Berg runterklettert. Der ist hier beim Berg gestolpert. Ja, der ist einer. Genau, der hat seinen Fuß verknackst oder so. Den kriegen wir hier nicht weg. Oh, Mike. Mike, ich muss eben in den Krankenhaus. Was hast du denn jetzt gemacht? Dankeschön. Der liegt auch hier, der Ben. Ach. Was zum Teufel ist das denn da? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, guck mal. Die Wildschwein. Habt ihr den schon gefunden, den armen Mann? Oh, hallo. Oh, hallo. Warum hast du nur Panties an? Ach, ich komm grad von der Party. Hast du auch einen Arschvoll? Und dann erst mal ab auf den Berg, ne? Ich wollte sich fragen, ob ihr den armen Mann gefunden habt. Äh, noch nicht. Aber wir haben mindestens zwei verloren. Komm, Willi, komm. Ich halte das nicht mehr aus. Bist du schon oder lebst du noch? Die kümmern sich schon um Dinge. Wollt ihr mitkommen feiern? Scheißt auf den Mann. Komm, wir gehen feiern. Halt die Klappe, das ist mein bestes Freund. Okay, Entschuldigung. Dann nennen wir den doch. Dann helfe ich euch jetzt. Wir fahren kurz am Palito zum Krankenhaus. Ich habe Sittich gemacht, Willi. Hey, Mike, wir telefonieren nicht. Ja, wir müssen das. Ja, wir müssen das. Das ist ein bisschen besser. Ich sag's. Ja, komm, ist doch auf. Nee. Dankeschön. Wie, haut ihr jetzt ab, oder wat? Hoppala. Ich dachte mir so, okay, wir können gehen. Hier sind genug Leute oder Laune, aber einfach. Dumm gelaufen. Oh Gott. Na super, jetzt rufen wir nicht gleich zurück wegen der Scheiße. Wom habe ich ihn angerufen? Ich kann nicht mehr. Ich bin schon wieder am Schwitzen. Jetzt werde ich wegen Unterlassener Hilfeleistung verklagt. Alter, sind doch noch welche. Weißt du, was das Schlimme ist? Oh Gott, meine Hände sind so nass. Ich kann gar nicht richtig das Lenkrad halten. Ich weiß, ich muss das Handy loswerden. Schmeiß es aus dem Fenster. Nein, schmeiß es nicht weg. Da sind doch noch welche. Was? Weg damit. Oh. Scheiße. Die kriegen mich an den Arsch. Hä? Die kriegen mich an den Arsch. Die können dich überall orten. Die haben bestimmt einen Peilsender in meinen Schuhen. Wenn die nicht orten könnten, könnten die ja Pinsel auch orten. Oh, scheiße. Schmeiß lieber weg das Zeug. Was? Was schmeißt du denn da weg? Was hast du denn jetzt daraus geschmitten? Meine Schuhe. Wegen Fußabdrücken oder was? Die haben Peilsender überall. Also, am besten ist, schmeißt du deine Mütze auch noch raus. Nein, die ist mir heilig. Hallo, Hut, Nacktbahn, ne? Boah. Wo warst du denn Tag schon, oder? Dem gehört das Taxi? Mein Leben im Taxiunternehmen. Mein Leben im Taxiunternehmen. Klopft ihr damit irgendwelche Kinder? Was ist das für ein Scheiß hier? Das ist ein Pride-Cap, Mann. Teddybären. Wo war der denn? Der war hier hinten. Echt? Ja. Das ist vom Pinsel der Teddybär. Oh, toll. Soll ich zurück? Soll ich zurückfahren? Geh runter. Komm. Ist nur ein Teddy. Wir kaufen dem neuen. War ich eigentlich ohne Licht? Komischerweise greift die den neuen Mikrofon an, mitmachen, obwohl das der gleiche ist wie vorher. Hallo? Ja, was denn? Okay. Boah. Ich bin so kaputt. Boah, sollte ich aber auch so Kopfschmerzen, ne? Das war schon wieder zu viel heute. Aber ich geh gleich noch zur Schlumpfine. Willst du dir das antun? Ich weiß noch nicht. Ich glaub, du kannst die... Was ist denn jetzt los? Tu ihn mal auf. Was hast du denn jetzt schon wieder weggeschmissen? Eine leere Packung kippen. Jetzt soll den Tabak für die Dings mitnehmen können, der immer unten drin ist. Vom Horst, die Mama. Oh, du Scheiße. Was stinkt denn hier so? Oh, sorry. Mein Hosenwurf. Oh. Wo muss ich eigentlich hinfahren? Mich? Ja, oder den John. Den John unter der Brücke dabei, im Unicorn. Nee, warte mal. Wo hab ich mein Fahrrad gelassen? Am Park. Ah, so viel Park. Mein Fahrrad. Was für ein Auto ist, ob du ein Auto fährst? Na, du. Ich? Ja, hat das... Na, wir haben doch dein Auto. Ja, 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 okay. Ja, gerne. Ich fahre überall hin. Außer in die verbotene Stadt. Hier links ist die verbotene Stadt. Ja. Nee. Ehrlich? Was hat man immer? Warst du immer süchtig, oder was? Nö, aber ich darf das nicht. Ich hab Las Vegas-Verbot. Boah, dann bist das so ja quasi Narrenfreiheit. Einen kurzen Kick zum Ende. Oh, bitte. Ich kann nicht mehr. Oh, Gott, ey. Da ist dein Fahrrad. Ich mein Fahrrad. Da ist dein Fahrrad. Mein Fahrrad. Ich leist dir raus. Danke fürs Fahren. Ja, John, machen wir heute. Schönen Abend noch. Hau rein, John. Wie kommt das Taxi da? Äh, bestimmt im Mai. Er ist weg. Er kam noch mit dem Motorrad da angefahren. So. Boah, ich kann nicht mehr. Ja. Du triffst dich gleich noch mit Schlimpfing, ne? Ja. Auf jeden Fall. Oder mit... Das ist aber auch ein Dings, ne? Was? Ein Schaumschläger, du. Ja, so. Wir müssen nach rechts. Okay. Sag mir mal, wo lang geht. Ich kriege heute gar nichts mehr hin, glaube ich. Ja, es sollt ihr bestimmt benutzen und Stimmenverzerrer. Oder machst du die Stimme so? Weil das klingt echt nach Aua. Boah. Schon wieder so'n Tag, ne? Schade, dass Pinsel nicht dabei war und Twinkie. Ja. Hol mal alles nach. Glaub da fest dran. Wir finden den Peanut, ja? Wir finden den auf jeden Fall. Das verspreche ich dir. Dein besten... Der ist nicht tot, ich spür das. Deinen besten Freund holen wir wieder. Du bist auch mein bester Freund. Oh, dankeschön. Ihr seid beide meine besten Freunde. Wir sind immer noch richtig hier. Ja, ne? Ja. Ah, jetzt hier rechts, ne? Ne, geradeaus. Ah, ah. Ah, ja, hier. Du kannst, glaube ich, auch hier runterfahren. Und dann? Geradeaus? Ja. Oh, mein Gott. Und so weit die Straßen kommen, nach rechts. Jetzt. Oh, und jetzt? Hier rechts. Ah, ja, stimmt. Oh, ich nehme jetzt, glaube ich, mein Handy mal wieder in die Hand. Wo will ich? Warte mal. Oh, es leicht in die Dämms. Was? Nichts. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Freund. Willst du morgeln? Ja. Und meld dich, wenn die Wälder ist und Pinseln. Okay, mache ich. Hau rein. Warum sollten alle auf dem Server arbeitslos sein? Weil die um die Uhrzeit noch spielen? Frage? Ja, ich komme jetzt, habe Hunger. Also, du verstellst die Stimme, also? Das stelle ich mir anstrengend vor. Bye, have a great time. Das war schon wieder zu viel, Leute. Wer ist denn der? Ich bin's? Peanut, Alter. Tagsam. So, ich gehe jetzt essen und dann gehe ich chillen und dann gehe ich schlafen. Ich benutze Clownfish, Drake. Das ist Clownfish. Für Desktop. Also nicht dieses Plugin für TeamSpeak. Sondern wirklich so ein Programm. Weißt du, war die Farbe mit Ginny? Ja, das war aber ein bisschen zu viel am Ende. Gib ich zu. Also auch für den Kopf. Aber egal, war trotzdem lustig. Yeah, yeah. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für den Support. Wir sehen uns nachher wieder. Ab 19. Twitter und Discord im Dings behalten. Im Auge behalten. Boah, warte mal. Ich glaube, Dexas kam vorhin online. Ja, ja, Dexas. Grandhefter Auto. Da hängt ja immer ab. Ich schaue es dazu, Dexas rüber dann. Für die Leute, die noch wach bleiben. Ich freue mich mehr, von der Oma zu sehen. Und freut mich auch, dass du den Zweitschein nicht bereust. Niemals. Das ist richtig gut. Ich habe auch Bock auf die Oma. Bin schon gespannt, wenn Twinkie auf die trifft und so. Das kann richtig gut werden. Nochmal Dankeschön und bis nachher, okay? Tschüss, gute Nacht. Bye, bye. Tschüss. Und seid lieb beim Dexas. Tschüss. 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 Vielen Dank.